Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Doki Doki Let Your Club Plus. Meine Community wollte, dass ich dieses Game schon lange spiele und wenn ich hier schon wieder lese, dieses Spiel ist nicht für Kinder und sensible Personen geeignet, denke ich mir, was habe ich mir hier wieder angetan. Aber da ich andere Simulator und sonstige Games liebe in die Richtung, freue ich mich sehr. Ich liebe zum Beispiel auch Persona. Wenn ihr mal ein Let's Play davon wollt, schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr mir live dabei sein wollt, kommt auf www.twitch.tv. Das waren die News für heute. Vielen Dank und wir starten jetzt. Wir sind da nach oben da. So, die Community sagt übrigens auch Hallo. Okay, starten wir. Wenn du unter Angstzuständen oder Depressionen leidest, dann hast du mit diesem Spiel womöglich kein positives Erlebnis. Ui. Ist das Zelda? Musik so hart. Danke, Nachtbrut! Okay. Dann neues Spielmann. Jetzt gibt es eine Einstellung und so. Ja. Gib deinen Namen ein. Bin ich ein Typ oder bin ich eine Frau? Hm. Hm. Wie nenne ich mich denn? Ja, meine Kopfhörer, die sind eigentlich grün, aber ist doch cool. Jetzt sind sie halt individuell. Ja, nennen wir uns Knudrung. Knudrung, Mann. Das ist ja schon so schön von der Musik. Ja, scheiße. Hey! Ich sehe ein nerviges Mädchen aus der Entfernung auf mich zurennen, die wild mit den Armen fuchtelt und sich jederzeit auf, um sich jeder auf, um auf sich jeder, ach, fuchtelt und sich jede Aufmerksamkeit, die sehr hervorrufen könnte, er kein Stück bewusst ist. Bei dem Mädchen handelt es sich um meine Nachbarin Sayori. Wir sind seit unserer Kindheit gut befreundet. Okay, Sayori, gute Freundin. Die Art von Freundin, mit der man sich heute nie im Leben anfreunden würde, aber irgendwie funktioniert es, weil man sich schon so lange kennt. Oh, wie gemein. Früher gingen wir an solchen Tagen immer zusammen zur Schule, aber seit der Highschool verschläft sie immer öfters und ich war es leid, auf sie zu warten. Aber wenn sie mir so enthusiastisch nachjagt, halte ich es fast besser, schnell wegzulaufen. Stattdessen seufze ich einfach tief und warte am Zebrastreifen, bis Sayori zu mir aufschließt. Ich habe schon wieder verschlafen. Oh, dieses Mal habe ich dich erwischt. Vielleicht aber nur, weil ich beschlossen habe, auf dich zu warten. Ih, das hört sich ja fast so an. Als hättest du daran gedacht, mich zu ignorieren. Das ist gemein, Knutruh. Oh, stimmt. Wir haben heute die Korsant-Füllung von Absurdität und Anime. Tja, wenn die Leute dich wegen deines komischen Verhaltens anstarren, dann will ich nicht, dass sie uns für ein Paar halten oder so. Ja, ja. Aber letztendlich hast du doch auf mich gewartet. Du hast es wohl doch nicht in dir gemein zu sein, selbst wenn du wolltest. Was du immer sagst, Sayori. Wir überqueren gemeinsam die Straße und laufen weiter zur Schule. Je näher wir kommen, desto mehr Schüler sind auf den Straßen unterwegs, die alle dasselbe Ziel haben. Übrigens, Knutruhn, hast du dich schon entschieden, welchen Club du beitreten willst? Einem Club? Also lägen darfst du eigentlich nicht. Ich hab dir schon gesagt, dass ich kein Interesse an irgendwelchen Clubs habe. Aber wenn es euch lägt, Leute, da gibt es unten ein Zahnrad, da könnt ihr bis in die Auflösung unterstellen. Außerdem habe ich mich auch gar nicht nach einem umgeschaut. Was? Das stimmt doch gar nicht. Du hattest mir gesagt, dass du dieses Jahr einem Club beitreten willst. Das habe ich. Glücklicherweise habe ich das während einer unserer vielen Unterhaltungen gesagt, bei denen ich nur teilnahmslos dem zustimme, worüber auch immer sie gerade redet. Mann, ist ja gemein. So, die sieht aus wie, äh, Pora, äh, Tora Dora. Von was ist das? Sayori sorgt sich gerne um mich. Dabei bin ich völlig zufrieden, gerade so mit meiner Durchschnittsnote zu bestehen, um mich in meiner Freizeit mit Spielen und Animes zu beschäftigen. Guter Typ, guter Typ. Uh! Unscharf? Stimmt's auch gar nicht, Leute. Rollt ihr mich? Ich befürchte halt, dass du es vor der Uni nicht gelernt haben wirst, Kontakte zu knüpfen, oder dass dir gewisse Fähigkeiten fehlen werden. Dein Glück ist mir sehr wichtig, weißt du. Die will doch was von mir, oder? Und ich weiß, dass du gerade glücklich bist, aber mich würde der Gedanke daran umbringen, dass du später mit leeren Händen dastehst, weil du nicht an die Realität gewöhnt bist. Hallo, Fährsohn. Vertraust du mir, oder? Lass ja nicht zu, dass ich mir weiter Sorgen um dich machen muss. Alles gut. Ich werde mir ein paar Clubs ansehen, wenn dich das glücklich macht. Aber ich werde nichts versprechen. Wirst du mir zumindest versprechen, dich ein klein wenig anzustrengen? Ja, das kann ich dir schon versprechen. Juhu! Warum lasse ich mir von so einem unbekümmerten Mädchen einen Vortrag halten? Und ich bin eigentlich noch viel mehr überrascht, dass ich ihr Nachgeben gegeben habe. Ich wollte sie wohl etwas beruhigen, da sie sich ja solche Sorgen um mich zu machen scheint, obwohl sie in ihren Gedanken alles etwas übertreibt. Der Schultag verläuft wie immer und ist vorbei, ehe ich mich versehe. Nachdem ich meine Sachen gepackt habe, starre ich gedankenlos an die Wand in der Hoffnung, ein Staubkorn an Motivation zu finden. Fühle ich. Los! Hier ist der leere Tisch hier an der Seite. Clubs! Sayori will, dass ich mir ein paar Clubs ansehe. Dann habe ich wohl keine andere Wahl, als mit dem Anime-Club zu beginnen. Hallo? Sayori online! Sayori! Ich muss in das Klassenzimmer gekommen sein, während ich in meinen Gedanken Lichtjahre entfernt war. Ich sehe mich um und bemerke, dass nur noch ich im Klassenzimmer bin. Narzisstensimulator! Ich dachte mir, dass ich dich am Ende des Unterrichts abfangen könnte, aber dann sah ich dich völlig weggetreten, dort sitzen und bin einfach hergekommen. Ehrlich gesagt bist du manchmal schlimmer als ich, ich bin beeindruckt. Du musst nicht auf mich warten, wenn du dadurch zu spät zu deinem eigenen Club kommen solltest. Ich dachte mir, dass du eine kleine Ermutigung gebrauchen könntest. Also habe ich mir überlegt, weißt du? Weiß ich was! Nun, dass du mit zu meinem Club kommen könntest. Sayori! Ja? Ich werde mir unter keinen Umständen in deinen Club eintreten. Äh! Du bist gemein! Sayori ist die Vizepräsidentin des Literatur-Clubs. Nicht, dass ich überhaupt wusste, dass sie sich über Literatur interessiert. Ich bin mir sogar zu 99% sicher, dass sie das so getan hat, weil sie es für lustig hielt, einen neuen Club zu starten. Sie war die Erste, die nach der Vereinsgründung Interesse an dem Club zeigte und erbte daher den Titel der Vizepräsidentin. Mein Interesse an Literatur dürfte noch geringer sein. Ich gehe zum Anime-Club. Ja? Komm schon, bitte! Warum? Die will echt, dass ich zu ihr komme. Vielleicht würde ich in den Anime-Club gehen. Der Stream-Titel ist so gut. Ich glaube, der Stream-Titel... Mein Stream-Titel... Der drückt das aus, was hier gerade passiert. Ich starte das Game. Ich kriege eine Trigger-Warnung bei dem süßesten Game überhaupt, dass es brutal sein soll und ich weiß nicht, was hier geschieht. Warum ist dir das überhaupt wichtig? Nun, ich hatte gestern im Club erzählt, dass ich ein neues Mitglied bringen würde. Und Natsuki ist auch Cupcakes gebacken und so. Äh, mach keine Versprechung, die du nicht halten kannst. Ich weiß nicht, ob Sayori wirklich so einen Hohlkopf oder so gerissen ist, dass sie all das im Voraus geplant hat. Ich stoße einen langen Seufz aus. Also gut, ich werde für einen Cupcake vorbeisehen, okay? Ja, gehen wir! Oh Gott, bestimmt sind da nur Frauen drin. Wetten? Wetten? In diesem Club sind nur Frauen und ich bin der einzige Tipp? Habe ich recht? Wir werden es gleich sehen. Und dies war der Tag, an dem ich meine Seele für einen Cupcake verkauft habe. Oh, das kenne ich. Ich folge Sayori widerwillig durch die Schule nach oben. In diesem Gebäudeteil verirre ich mich nur selten. Sayori drückt energiegeladen die Tür auf das Klassenzimmer, ah, die Tür des Klassenzimmers auf. Leute, unser neues Mitglied ist hier, Girls. Ich habe dir doch gesagt, dass du mich nicht ein neues Mitglied nennen sollst. Äh, ich sehe mich im Raum um. Oh, hallo. Ja, die Community sagt auch ja. Willkommen, Mädchen 1 im Literaturclub. Schön, dich kennenzulernen. Sayori erzählt uns immer viele nette Dinge von dir. Oh, noch ein Mädchen. Ernsthaft, du hast deinen Jungen mitgebracht. Was für ein Stimmungskiller. Oh, die sind alle heißer als die anderen. Oh, Knutruhen. Was für eine nette Überraschung. Willkommen im Club. In diesem Moment fehlen mir die Worte, alle Worte. Dieser Club ist voller unglaublich sücher Mädchen. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Was schaust du so? Sag ruhig, wenn dir was auf dem Herzen liegt. Äh, entschuldige. Natsuki. Pff, okay, sie heißt Natsuki. Das Mädchen mit der miesen Laune, die anscheinend Natsuki heißt, kenne ich nicht. Mit ihr zur zierlichen Figur wirkt sie wie eine Schülerin aus dem ersten Jahr. Laut Sayori ist sie es auch, die die Cupcakes gebacken hat. Ignoriere sie einfach, wenn sie so mies drauf ist. Flüsterte Sayori mein Ohr, bevor sie sich wieder an die Mädchen zuwendet. Okay, das ist Natsuki, immer voller Energie. Und das ist Yuri, die Intelligenteste im Club. Sag nicht solche Dinge. She's so hot. Yuri scheint vergleichsweise viel reifer und schüchterner zu sein und hat Mühe mit Leuten wie Sayori Natsuki mitzuhalten. Außerdem platzt sie Oberteil wegen ihren Buben. Und es scheint, dass du Monika bereits kennst, richtig? Das stimmt auch, Monika. Leute, wer ist euer für ein Fave? Erzählt mal. Schön, dich wiederzusehen, Knutrun. Monika lächelt freundlich. Sie post sogar. Wir kennen uns. Naja, wir waren letztes Jahr in derselben Klasse, aber haben kaum miteinander gesprochen. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Monika war so ziemlich das beliebteste Mädchen der Klasse. Clever, wunderschön und sportlich. Also völlig unerreichbar für mich. Wenn sie mich also so nett anlächelt, fühlt sich das etwa. Dich auch, Monika. Setz dich doch, Knutrun. Wir haben etwas Platz gemacht. Du kannst dich also neben mich oder Monika setzen. Ich hole die Cupcakes. Von welchen Cupcakes reden wir? Von C*** Cakes. Ey, die habe ich gebacken. Ich werde sie wohl holen. Leute, ich glaube, das wird so ein richtiges... Ich habe das Gefühl, dass es hier so eine richtige... Das wird so eine richtige... Fünfer-Ex-Beziehung? Tut mir leid, ich bin wohl etwas aufgeregt. Wie wäre es, wenn ich auch etwas Tee koche? Oh ja, koche für mich Tee, Mann. Die Mädchen haben mehrere Pulte zusammengeschoben, um einen Tisch zu bilden. Wie Sayori erwähnte, wurde mehr Platz gemacht, sodass ein Platz neben Monika und neben Sayori frei ist. Natsuki und Yuri gehen in die Ecke des Raums, wo Natsuki sich eine Folie eingepacktes Tablett nimmt und Yuri den Schrank öffnet. Ja, es wird ein richtiges Beziehungsdrama. Ich bin gespannt, ob es so weit geht, dass sie sich gegenseitig umbringen. So ein bisschen Yandere-mäßig, weißt du? Yandere ist ja quasi ein Mädchen, die alles und jeden umbringt, nur um den Mann für sich zu bekommen. Ich setze mich neben Sayori, wobei ich mich immer noch etwas unbehaglich fühle. Natsuki läuft voller Stolz mit dem Tablett zurück zum Tisch. Okay, seid ihr bereit, Girls? Die Blauhaarige. Ich sehe schon im Chat, ja? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, weil eure Favorites in dem Chat, da sind schon sich einige einig, wen sie hot finden. Wow! Natsuki hebt die Folie vom Tablett, darunter kommt ein Dutzend weißer, cremiger Cupcakes zum Vorschein, die kleinen Katzen gleichen. Ihre Schnurrbarthaare sind aus Zuckerguss und kleinen Schokoladenstückchen bilden die Öhrchen. Reden wir gerade wirklich von Cupcakes? So niedlich! Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass du so gut backen kannst, Natsuki. Ach, weißt du? Los, greif zu. Sayori nimmt sich den ersten. Dann ist Monika dran und greift danach zu. Er ist köstlich. Sayori spricht mit vollem Mund und hat es direkt geschafft, sich Zuckerguss ins Gesicht zu schmieren. Ich drehe den Cupcake in meiner Hand und die beste Stelle für den ersten Biss zu finden. Natsuki ist ruhig. Ich bemerke, dass sie mich verstohlen anblickt. Wartet sie darauf, dass ich den Cupcake beiße? Schließlich beiße ich zu. Die Glasur ist so süß und eine wahre Geschmacksopposition. Ich frage mich, ob sie selbst gemacht... Reden wir hier gerade über Snoo-Sno oder über einen Cupcake? Der erste ist echt gut. Danke, Natsuki. Warum dankst du mir? Es ist ja nicht so, als ob ich... Ich habe das nicht schon einmal gehört? Wie für dich so, dass du das so gemacht hätte. Äh, ich dachte, dass du das eigentlich schon getan hast. Sayori sagte... Na gut, vielleicht! Aber nicht für... Du weißt schon, dicht um Kopf. Also gut. Ich gebe auf, Natsuki... Ich gebe auf... Ich gebe auf, Natsukis seltsame Logik zu verstehen und lasse die Diskussion ruhen. Yuri kommt mit einem T-Set zurück zum Tisch. Sorgfältig stellt sie sich jedem von uns eine Tasse Tee hin. Dann stellt sie die Teekanne neben dem Tablett mit den Cupcakes. Ihr habt ein vollständiges T-Set in eurem Klassenzimmer? Janere Simulator habe ich schon gespielt. Keine Sorge, die Lehrer haben uns das erlaubt. Übrigens ist Janere Simulator nicht auf Twitch erlaubt, ne? Schließlich ergänzt eine heiße Tasse Tee doch perfekt ein gutes Buch, nicht wahr? Ey, die sind so dauerhorny alle, oder? Ah, ich verstehe schon. Äh, lass dich nicht einschüchtern. Yuri will dich nur beeindrucken. Äh, das stimmt doch gar nicht. Tja, Tee und Lesen zählen zwar nicht wirklich zu meinen Hobbys, aber der Tee ist wirklich lecker. Danke, Red Spirit, für drei Monate. Ich habe auch Bock auf Cupcakes jetzt. Das macht mich froh. Erleichtert lächelt Yuri schwach. Monika hebt eine Augenbraue und lächelt mich dann an. Also, warum hast du dich für den Literaturclub entschieden? Ähm, für diese Frage habe ich mich gefürchtet. Irgendwas verrät mir, dass ich Monika nicht erzählen sollte, dass Sayori mich praktisch hierher geschliffen hat. Tja, ich bin noch in keinem Club eingetreten und Sayori scheint hier sehr glücklich zu sein, also... Schon okay, es musste nicht peinlich sein. Wir werden schon dafür sorgen, dass du dich hier wohlfühlst, okay? Als Präsident des Literatur- und Clubs ist es meine Pflicht, den Club für alle spaßig und aufregend zu machen. Sie Präsidentin. Monika, ich bin überrascht. Wie kam es dazu, dass du deinen eigenen Club gegründet hast? Du könntest doch sicher im Vorstand einiger der richtigen großen Clubs sein. Warst du letztes Jahr nicht Leiterin des Debattierclubs? Ha, weißt du, ehrlich gesagt gefallen mir die ganzen politischen Spielchen in den großen Clubs nicht. Juri ist keine Haare, sagen alle. Juri steckt voll die Bombe raus, Mann. Dort wird sich irgendwie nur um das Budget in den Bekanntheitsgrad gestritten und über die Vorbereitung für den Veranstaltungen. Ich beschäftige mich lieber mit etwas, was mir persönlich viel Freude bereitet und mache etwas ganz Besonderes draus. Und wenn es dann noch andere dazu ermutigt, sich mit Literatur an uns zu setzen, dann erfülle ich mir meinen Traum. Monika ist wirklich eine tolle Anführerin. Juri nickt zustimmend. Dann überrascht es mich aber, dass es noch nicht mehr Mitglieder gibt. Es muss schwierig sein, einen neuen Club zu gründen. Das könnte man so sagen. Es gibt nicht viele Leute, die Interesse daran haben, viel Mühe in den Beginn von etwas völlig Neuem zu stecken. Ganz besonders nicht bei einem Thema, das einen nicht wirklich umhaut, so wie Literatur. Es ist viel Arbeit, die Leute davon zu überzeugen, dass der Club Spaß macht und er einem auch etwas gibt. Aber dadurch werden Schulveranstaltungen wie das Festival noch einiges wichtiger. Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns noch vor unserem Abschluss gelingen wird, diesen Club zu etwas Großes zu machen. Ich habe ja die Befürchtung, dass es diesen Club am Ende gar nicht mehr geben wird, weil entweder sich alle verstreiten, umbringen oder sonstiges. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Club zerstören werde, wie auch immer das geschieht. Wenn ein Mann in den Club von fünf hotten Frauen kommt, dann endet das nicht gut. Und vor allem diese fünf hotten Frauen fühlt gefühlt alle auf mich stehen. Nicht wahr, Leute? Ja, wir werden unser Bestes geben. Ach, das weißt du. Pio, alle stimmten enthusiastisch zu. Die Mädchen sind so verschieden und haben doch ein gemeinsames Ziel. Monika muss viel Zeit damit verbracht haben, diese drei zu finden. Möglicherweise ist das der Grund, warum sie der Gedanke eines neuen Mitglieds so begeistert. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich mit ihrer Begeisterung für Literatur mithalten kann. Also, Gnudron, was liest du denn so? Tja, äh... Hornos. Da ich in letzter Zeit kaum etwas gelesen habe, gibt es eigentlich keine richtig gute Antwort auf diese Frage. Mangas. Enteis. Ich flüstere das Beiname halb im Schmerz. Natsuki hebt plötzlich ihren Kopf. Es scheint, als würde sie etwas sagen wollen, aber ist doch dann still. Ich bin kein wirklich großer Leser. Na, das kann sich ja ändern. Für Juris Mom über dieser Club. Ganz sicher beliebt. Das glaube ich auch. Danke, Netsch, für 14 Monate. Vielen Dank. Kann ich da eigentlich noch Antwortmöglichkeiten geben? Bestimmt, ne? Was kommt denn nur für Wörter aus meinem Mund? Nachdem ich Juris trauriges Lächeln gesehen hatte, antwortete ich ohne nachzudenken. Und, Juri, was ist mit dir? Tja, also... Juri fährt mit ihrem Finger über den Rand ihrer Teetasse. Meine Lieblingsbücher sind für gewöhnlich Romane, die tiefsinnige und umfangreiche Fantasiewelten erschaffen. So wie zum Beispiel Romi, der einfach mit fünf Monaten hier reinzappt und sagt, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Oder wie zum Beispiel das Buch von Divi Chicken für elf Monate mit Du bist einfach klasse. Ich bewundere das Maß an Kreativität und Schreibkunst, die dorthin hineinfließt. Und außerdem ist es auch unglaublich eindrucksvoll, eine gute Geschichte in solch einer fremden Welt zu erzählen. Was sind eure Lieblingsbücher? Liebt ihr Fantasy, Lieblingsromate, Liebesromane, Horror, Thriller? Ich liebe ja... Bücher zum Beispiel, die über echte Taten, Mörder und sowas sprechen, Biografien. Das finde ich immer ganz spannend. Juri spricht weiter, ihre Begeisterung für Bücher ist deutlich zu spüren. Als ich sie zuerst traf, erschien sie so reserviert und schüchtern, ob das Leuchten in den Augen zeigt, dass sie sich in der Welt der Bücher und nicht unter Menschen zu Hause fühlt. Aber eigentlich mag ich viele Dinge. Geschichten mit tiefpsychologischen Elementen ziehen mich auch in ihren Bann. Dieser Satz. Tintenherz. Oh, das soll toll sein. Ist es nicht unglaublich, wie es einem Schriftsteller gelingen kann, unsere eigene fehlende Vorstellungskraft ganz bewusst auszunutzen, um uns völlig aus dem Konzept zu bringen? Da hast du recht. Naja, auf jeden Fall lese ich in letzter Zeit viele Horrorgeschichten. Ah, ich habe auch mal Horror im Buch gelesen. Ich klammere mich verzweifelt an die kleinsten Gemeinsamkeiten. Und wenn das so weitergeht, kann sich Juri auch genauso gut mit einem Felsblock unterhalten. Echt? Das hätte ich gar nicht gedacht, Juri. Vor allem jemand, der so sanft ist wie du. Das könnte man wohl sagen. Oh Gott, die eine macht mir Komplimenten, die andere springt direkt drauf. Aber wenn mich eine Geschichte zum Nachdenken bringt oder in andere Welten entführt, dann kann ich das Buch nur schwer weglegen. Auch wenn es... Auch wenn es auch nur für einen kurzen Moment ist. Surreale Horrorgeschichten helfen einem oft dabei, die Welt einmal mit anderen Augen zu sehen. Ach, ich hasse Horror. Oh, warum denn? Nun ja, ich. Natsuki ist Augenblitzen für den Bruchteil einer Sekunde in meine Richtung. Ist auch egal. Sie liebt wahrscheinlich auch Anime. Stimmt ja, du schreibst für gewöhnlich ja lieber über süße Dinge, nicht wahr, Natsuki? Was? Wie kommst du denn da drauf? Immer so diese typischen Anime-Frauen. Es gibt einmal die Frau, wie hier, Natsuki, die ist so ein bisschen grumpy, weil sie voll auf mich steht und sie will nicht, dass ich es mitkriege und es einfach durchgehend scheiße zu mir und jeder weiß, sie steht auf mich und will mir imponieren. Die in der Mitte, die Schüchterne, die rechts, die absolut toll strahlende, Sympathische und das Dummerchen, die unsere Sayori, die auf mich steht. Wir haben hier alle Klischees erfüllt. Du hast im letzten Clubtreffen einen Zettel liegen lassen. Es sah ganz danach aus, dass du an deinem Gedicht gearbeitet hättest. Sag ihn nicht laut und gib mir das zurück. Ist ja schon gut. Voll die Zeltermusik. Deine Cupcakes, deine Gedichte. Alles, was du tust, ist genauso süß wie du. Sayori schiebt sich hinter Natsuki und legt ihre Hände auf deren Schultern. Ich bin nicht süß. Natsuki schreibst du deine eigene Geschichte? Tja, manchmal schon. Warum interessiert dich das? Ich finde das sehr beeindruckend. Warum teilst du sie nicht mit den anderen? Nein! Natsuki wendet ihren Blick ab. Sie würden euch nicht gefallen. Ach, du bist noch nicht selbstbewusst, was deine Werke angeht? Ich kann nachvollziehen, wie sich Natsuki fühlt. Es braucht mehr als nur Selbstbewusstsein, um das Selbstgeschriebene zu teilen. Die wahrste Form des Schreibens ist das Schreiben für einen selbst. Du musst bereit sein, sich seinen Lesern zu öffnen, seine Verletzlichkeit schonungslos zu präsentieren, um die tiefsten Windungen des Herzens zu enthüllen. Tut ja gerade so, als würdet ihr euch von jemandem nackt ausziehen. Hast du auch Erfahrungen mit dem Schreiben, Juri? Wenn du uns vielleicht einige deiner Texte zeigst, dann können die als Beispiel dienen, um Natsuki fühlt sich wohl genug, ihre eigenen Texte mit uns zu teilen. Dasselbe gilt, schätze ich, auch für Juri. Ach, ich wollte doch die Gedichte von allen lesen. Wir alle bleiben einen Moment schweigend sitzen. Okay, ich habe eine Idee. Natsuki und Juri sehen Monika fragend an. Lass uns alle nach Hause gehen und ein eigenes Gedicht schreiben. Dann können wir es bei unserem nächsten Treffen mit anderen teilen. So werden alle gleich behandelt. Äh, oh, uh, so machen wir das. Außerdem wird es uns ein wenig dabei helfen, etwas Vertrauter miteinander umzugehen, wo wir doch jetzt ein neues Mitglied haben. So können wir den Zusammenhalt im Club noch stärken. Ja, das stimmt doch, oder, Gnudrun? Monika lächelt mich wieder freundlich an. Moment mal, es gibt noch ein Problem. Ich, lol, das sollte vermutlich ein FSK-18-Game sein. Ich glaube, es ist, also, es war vorhin eine Trigger-Warnung, dass es noch ordentlich abgeht. Ich glaube, wie viele Jahre ist das Spiel überhaupt? Ach so, welche denn? Da wir jetzt wieder beim ursprünglichen Thema meines Club-Eintritts gelandet sind, sprudelt ganz unverhohlen das aus mir heraus, was mir die ganze Zeit im Kopf herum schwirrt. Ich hatte nie gesagt, dass ich in den Club eintreten werde. Damm, damm, damm. Der Juri hat mich zwar dazu überredet, hier einmal vorbeizuschauen, aber ich habe mich noch nicht offiziell dazu entschieden. Es gibt da auch noch andere Clubs, die ich mir ansehen will und, ähm, ich verliere den Faden. Alle vier Mädchen starren mich mit deprimierten Augen an. Aber, es tut mir leid, ich dachte, nur drohen. Ihr alle, den Mädchen gegenüber, bin ich einfach machtlos. Wie soll ich da mit kühlem Kopf eine Entscheidung treffen, wenn sie mich so ansehen, wenn der, ich habe gerade anstatt Preis, wenn der P*** das Schreiben von Gedichten ist und jeden Tag mit diesen wunderschönen Mädchen zu verbringen, dann ist das wohl, ja, es steht dort wirklich das P-Wort. Alles gut. Okay, ich habe mich entschieden. Ich werde mit dem Literaturclub beitreten, sprach mein Penis. Die Augen der Mädchen beginnen wieder zu strahlen. Ja, ich bin so glücklich. Ich glaube, das sprach gerade wirklich der Schniedelwurz in mir, oder? Ja, ich bin glücklich. Sayori wirft ihre Arme um mich und hüpft auf und ab. Hey, du hast mir einen Moment lang wirklich einen Schrecken angejagt. Warum? Ihr könnt mich auch so daten. Ich muss ja nicht noch ein scheiß Club sein dafür. Wenn du echt nur wegen der Cupcakes gekommen wärst, wäre ich super sauer gewesen. Ich bin wegen der Cupcakes hier. Dann ist es also offiziell. Willkommen im Literaturclub. Oh, danke, denke ich. Okay, Leute, dann können wir jetzt offiziell das heutige Treffen mit etwas Positivem abschließen, denn dieses Treffen beweist, dass er mit seinem Schniedelwurz gedacht hat. Monika sieht erneut zu mir herüber. Blutruh, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie du dich ausdrückst. Hä? Ja. Kann ich mit meinem mittelmäßigen Schreibstil wirklich Monika, die Klassenbeste, beeindrucken? Ich fühle direkt, wie sich mein Magen vor lauter Anspannung verkrampft. In der Zwischenzeit plaudern die Mädchen weiter, während Yuri Natsuki das Essen abräumen. Hey, Glutruhen, da wir jetzt eh schon hier sind, sollen wir zusammen nach Hause gehen? Stimmt ja, da Sayori nach dem Unterricht immer irgendwelche Clubs treffen hatte, gingen wir nicht mehr zusammen nach Hause. Klar, warum nicht, Mann? Juhu! Ach, du Scheiße. Und so verlassen wir beide den Clubraum und machen uns auf den Weg. Während des gesamten Weges springen meine Gedanken zwischen den vier Mädchen hin und her. Sayori, Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Werde ich wirklich glücklich sein, nach dem Unterricht täglich in einem Literaturclub abzuhängen? Möglicherweise bietet sich ja die Chance, einem der Mädchen etwas näher zu kommen. Ich wusste es! Ich wusste es! Nani? Also gut, ich muss das Beste aus der Situation machen und das Glück wird mit sicherlich Holz sein. Und alles beginnt wohl mit einem Gedicht, das ich heute Abend schreiben muss. Der hat eine Dauerlatte Macchiato, auf jeden Fall. Jetzt ist Zeit, ein Gedicht zu schreiben. Wähle Worte, von denen du glaubst, dass sie deinem Lieblingsclubmitglied gefallen werden. Wer dein Gedicht am meisten mag, dem wird etwas Gutes passieren. Oh. Und den anderen? Ach du Scheiße. Danke, Bratwurst. Für neun Monate. Jo, Schokoflasche. Ich liebe den Kurzfilm. Vielen, vielen Dank. Oh no. Ne, meine Kopfhörer sind nicht unsichtbar. Das ist so ein neuer, so ein neuer Effekt. Der passt sich immer im Hintergrund an. Ähm, jetzt muss ich also, also ich glaube, das Spiel ist so. Ich glaube, dass ich jetzt dafür sorge, welchem Mädchen es gut geht und von welchem Mädchen mich etwas will. Warum ist aber die Monika da nicht dabei? Die Monika ist hier nicht dabei, seht ihr? Warum ist Monika nicht dabei? Ach so, jetzt kann ich überlegen, was ich mache und die findet mich dann hot. Das Game ist die süßeste Art von Ups komplett krank. Ich bin gespannt. Monika ist nur ein Freund. Ich wollte aber Monika abchecken. Okay, also Leute, wen sollen wir denn rumkriegen? Ich lasse mal meinen Chat mitentscheiden. Wen soll ich, wen soll ich rumkriegen? Danke, Pika für eine Stufe 1 ab. Dankeschön. Juri. Okay, also die Schüchterne. Alle sind für Juri. Holy shit. Was ist denn mit euch los? Was ist denn hier los? Aber wirklich 99 Prozent eigentlich sind alle für Juri. Okay, aber Juri mag ja Fantasy. Also würde ich sagen Endlos Erstaunlich und Regenbogen ist ja schon eher Fantasy, ne? Okay, also ich würde sagen you oder oder ich soll Blut Rot nehmen. Ich speichere vorher. Okay, what? Okay, dann speichern wir. Warum ist es jetzt so wichtig? Was ist denn los mit euch? Okay, Blut Rot. Sterne, Himmel, Schwindelgefühl, Atmen, Farbe, unheimlich ruhig, intellektuell. Sie liebt ja intellektuelle Sachen, hat sie ja gesagt. Zielstrebig ruhig, Atmen, Schokolade, unheimlich. Ruhig. Sternenhimmel. Boah, ist echt schwer, ne? Schokolade. Kann es sein, dass das, was ich hier mache, dann dem Charakter passiert? Mach mal ruhig. Okay, ich mache unheimlich. Oh, da jumpt sie. Ah, okay, demjenigen, die jumpen immer, okay. Okay, hier haben wir Unglück, Melodie, Geheim, äh, was? Geheimnisturisch, Scham, Wolken zusammen, tänzeln, springen, weinen. Scheiße. Hm. Boah, was hat denn das, mich würde interessieren, was das zu bedeuten hat, wenn ich hier andere Worte wähle? Nochmal, Charme. Romanze, Geflüster, Wangen, Inferno, Schmollen, Wirbel, Friedhof, glänzend, unfähig, Seifenblasen. Ich will jetzt einfach mal irgendwas. Romanze mag sie ja nicht so. Sie mag ja eher Seifenblasen. Fantasy, ähm, nervös, Tragödie, Wunderbar. Frage, Schicksal, Herzschlag, Schicksal, Lebendig, Schönheit, Gegierde, Schicksal, Lippenstift, Anime, Anime mag sie doch auch, ne, in Anime mag sie. Erinnerung, Kindheit, Lippenstift, Wirbel besonders, Lippenstift, unfehlbar, alleine, zügellos, vergnügend, süß, doch sie springen, je nachdem wie es gefällt. Regenwolke, ja, ja, okay. Unbeholfen, Verwirrung, Papa, Charme, Rose, hoffnungslos, Nachbild, Familie, Kätzchen. Scheiße! Glückseligkeit, Milch, Universum? Yes, gefällt ihr. Schatz, Wasserfall, Marshmallow, Herz, Party, Lebhaft, Kuss, Extrem. Scheiße! Äh, Trauer, Sonnenuntergang, nein, Glühwürmchen! Urteil, yes, Versprechen, Leer, Selbstmord, Selbstmord, gefällt auch ihr. Unkontrollierbarkeit, gefällt auch ihr. Boah, sie mag die ganzen negativen Sachen, Traurigkeit, gefällt ihr. Büßen, gefällt ihr. Boah, wir haben echt viel von ihr. Sommer, Valentins Socken, Puff. Spam unerwidert. Okay, holy shit. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, Leute. So diepes Zeug voll. Ey, komm zurück, Nutrit. Aber warum kann ich Monika gar nicht abchecken? Ist sie so voll raus? Rufflachflash. Wir sind froh, dass du uns nicht davon gelaufen bist. Nö, keine Sorge. Mein Schniedelwurz sorgt dafür, dass ich jeden Tag in den Unterricht komme. Das ist zwar alles etwas ungewöhnlich für mich, aber mein Schniedelwurst hat sich schon dran gewöhnt. Da wäre ich also wieder im Literaturclub. Ich betrat als Letzter den Raum, als alle anderen schon da waren. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast, Knoton. Hoffentlich ist das keine so überwältigende Verpflichtung für dich. Du stützt dich direkt Hals über Kopf in die Literatur, obwohl du gar keinen echten Bezug dazu hast. Ach komm schon, wir sollten nicht zu streng mit ihm sein. Sayori hat mir erzählt, dass du dieses Jahr eigentlich gar keinen Clubs beitreten wolltest und letztes Jahr auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob du einfach nur hergekommen bist, um hier abzuhängen, aber wenn du die Sache nicht ernst nimmst, dann wirst du dir das noch lange anhören müssen. Natsuki, du lehnst dich ja ziemlich weit aus dem Fenster dafür, dass du deine Manga-Sammlung im Clubraum aufbewahrst. Manga! Natsukis Gehirn scheint sich nicht zwischen den Worten Monika und Mangas entscheiden zu können. Mangas der Literatur! Rasch, Besieg, lässt sich Natsuki zurück auf ihren Stuhl fallen. Keine Sorge, Leute. Yu heißt nicht, Yuri heißt, äh, bestimmt nicht umsonst, so was heißt denn Yuri? Ludruhen wird immer sein Bestes geben, solange er Spaß hat. Er hilft mir, er hilft mit, äh, mir der Hausarbeit, was, er hilft mir der Hausarbeit, ohne dass ich ihn darum bitten muss, mit Kochen, mein Zimmer aufräumen. Wie zuverlässig. Sayori, das ist nur, weil dein Zimmer so chaotisch ist, dass es einen totalen Ablenkt. Einmal hast du fast dein Haus abgefackelt. Du meinst, äh, besiegt. Ach, das heißt besiegt. Ihr zwei seid echt gute Freunde, was? Da könnte ich fast etwas neidisch sein. Yuri heißt Liebe zwischen zwei Frauen. Oh. Wieso? Du und Ludruhen könnt doch auch gute Freunde werden. Sie wird natürlich mehr als eine Freundschaft. Sayori. Wie nicht anders zu erwarten, hat Sayori keinen blassen Schimmer davon, in was für eine seltsame Lage sie mich da gebracht hat. Oh oh, Yuri hat dir heute sogar etwas mitgebracht, weißt du? Oh Gott, es fängt schon an. Warte mal, Sayori. Äh, mir? Ah, nicht wirklich. Sei nicht so schüchtern. Es ist wirklich nichts. Was ist es? Ach, egal. Sayori macht da so eine große Sache draus, aber es ist wirklich nichts. Oh, was soll ich tun? Äh. Tut mir leid, Yuri, ich hab mir nichts dabei gedacht. Warum liegt es dann wohl an mir, die Situation zu retten? Ey, mach dir keine Sorgen. Zuerst einmal hatte ich ja überhaupt nichts erwartet. Damit ist jede nette Geste von dir einfach eine tolle Überraschung. Das macht mich auf jeden Fall schon mal glücklich. Wirklich? Ja, ich werde keine große Sache daraus machen, wenn du das nicht willst. Also gut, hier bitte. Yuri greift in ihre Tasche und zieht ein Buch heraus. Ich wollte nicht, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Da habe ich ein Buch ausgewählt, von dem ich denke, dass es dir gefallen könnte. Es lässt dich schnell lesen und fesselt deine Aufmerksamkeit, auch wenn du für gewöhnlich nicht viel liest. Und wir könnten, weißt du, uns darüber unterhalten, wenn du magst. Oh. Äh. Da, das ist... Wie kann das Mädchen unbeabsichtigt nur so niedlich sein? Sie hat sogar ein Buch ausgewählt, von dem sie glaubt, dass es mir gefallen könnte, obwohl ich überhaupt nicht viel lese. Yuri, danke. Ich werde ganz bestimmt lesen. Ich nehme ihr begeistertes Buch aus der Hand. Puh. Warum sind die alle so dünn? Ich habe keine Ahnung, die sollten mal mehr essen. Naja. Animes sind ja immer so schlank. dass die jetzt keine menschliche Figur haben, sieht man ja. Allein der Oberkörper ist ja super lang. Bei Animes ist es aber immer so. Dabei kommt ich beim... Deswegen ist es auch oft so schwer, Cosplay-Bilder nachzustellen, weil zum Beispiel bei Overwatch die Frauen, die haben ja unfassbar lange Beine. Das heißt, die Posen sehen eigentlich nur cool aus, weil man so aussieht wie die und in menschlicher Form eher nicht. Naja. Naja, du kannst es ja an deinem eigenen Tempo lesen. Ich freue mich darauf herauszufinden, was du davon hältst. Nachdem das geregelt war, erwartete ich, dass Monika einige der geplanten Aktivitäten für den Club starten würde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, sah Juri und Monika führen eine angeregte Unterhaltung in der Ecke. Juris Gesicht ist bereits in einem Buch versunken. Ich bemerke ihren angeschränkten Gesichtsausdruck so, als hätte sie auf diese Chance gewartet. Währenddessen wühlt Natsuki im Schrank herum. Danke, Frenzy, für sieben Monate. Hey, du hast dein Film zu Premiere gesehen. Vielen Dank. Einfach mega lustig. Dankeschön. Mann. Sieht ganz danach aus, als wollte heute jeder seine Ruhe haben. Ich visiere den nächstgelegten Tisch an und lasse mich auf den Stuhl fallen. Wie soll ich mir bitte mit irgendwelchen Literaturdingen die Zeit vertreiben? Außerdem habe ich Schluckauf bekommen. Aber eigentlich bin ich zum Lesen viel zu müde. Ich könnte wahrscheinlich auf der Stelle einschlafen. Ich schließe die Augen und lausche der Unterhaltung zwischen Sayori und Monika. Im Vergleich zu den anderen Clubs werden wir aber sicher total langweilig sein. Hm. Tja, wir dürfen nicht aufgeben. Das Festival ist unsere Chance, es allen zu zeigen, worum es bei der Literatur eigentlich geht. Die Herausforderung besteht nur darin, dass ein Literaturklub an sich viel zu anspruchsvoll und intellektuell klingt. Aber das ist ja gar nicht der Fall, weißt du? Wir müssen nur einen Weg finden, das allen zu zeigen. Etwas, was ihren kreativen Geist anspricht. Hm. Das löst aber nicht unser Problem. Was meinst du? Selbst wenn wir uns nicht die lustigen Dinge ausdenken, wird niemand herkommen, wenn es sich um ein Literaturver... Literaturver... Oh Mann, sorry, ich hole mir was zu trinken, es nervt ja richtig, ey. Meine Haare... Meine Haare hängt fest. Wird niemand herkommen, wenn... Ich muss mal überlegen... Ich muss mal... Ich versuche jetzt gerade wirklich den Stimmen zu geben, aber es ist echt nicht einfach. Wird niemand herkommen, wenn es sich um eine Literaturveranstaltung handelt. Daher ist es wichtig, herauszufinden, wie wir dafür sorgen können, dass sich die Leute überhaupt hier blicken lassen. Wenn sie dann einmal hier sind, können wir immer noch versuchen, ihren kreativen Geist anzusprechen. Was ist das? Sayori nimmt das wirklich ernst? Man hört sie nur selten so gründlich über eine Sache nachdenken. Hm, das ist ein guter Punkt. Würde in so einem Fall etwas zu essen helfen? Welche Art? Ja, nun, wir könnten ja... Papcakes! Ja, ausgezeichnete Idee! Natsuki würde das sicher gern übernehmen. Ah, da hast du recht! Natsukis Cupcakes sind die besten! Das passt ja dann perfekt! Das war nicht der Grund, warum ich das vorgeschlagen habe. Cupcakes passen perfekt zu einem kreativen Buch. Dann werden wir also Cupcakes sein. Ich habe Hunger! Wir müssen auf jeden Fall noch die Einzelheiten der Veranstaltungen selbst festlegen. Eine Babykatze gefunden! Süß! Ich lächle! Letztendlich ist Sayori immer noch sie selbst. Und das ist der unerwartete Grund, warum ich sie bewundere. Ganz anders als ich, der Mühe hat, auch nur ein Mindestmaß an Motivation zu finden. Sayori nimmt sich etwas vor und setzt es danach um. Darum lasse ich letztendlich auch zu, dass sie mir wegen irgendwelchen Sachen auf die Nerven geht. Ich frage mich, wie es wohl wäre, einmal die Welt mit ihren Augen zu sehen. Ich öffne die Augen und mein Blickfeld wird vollständig von Sayoris Gesicht ausgefüllt. Ich falle banaler von einem Stuhl. Es tut mir leid, warte! Eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid. Du bist selbst schuld, dass du eingeschlafen bist. Das hier ist doch kein Schlummerclub! Gibt es einen Schlummerclub in unserer Schule? Du bist wieder viel zu spät ins Bett gegangen, nicht wahr? Da du jetzt Mitglied in einem Club bist, wirst du viel weniger Zeit für Animes haben. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, sag das nicht so laut. Ich blicke auf meine Schulter, um zu sehen, ob Monika das gehört hat. Es ist aber wahr! Ja, weiß ich doch. Du sorgst dich immer um mich, Sayori. Hä? Das kann ich am besten? Das ist das Problem. Was ist mit dir? Du kümmerst dich mehr um mich als um dich selbst. Du verschläfst immer noch jeden Morgen, nicht wahr? Äh, nicht jeden Tag. Das ist nicht sehr überzeugend. Wie oft bist du diese Woche rechtzeitig aufgestanden? Das ist ein Geheimnis! Wusste ich's doch! Komm schon! Ey, im Zweifel für die Angeklagte! Das geht leider nicht. Sayori, man sieht es dir schon an. Was? Sayori sieht es an sich hinunter. Was sieht man mir an? Na, dass du es heute Morgen sehr eilig hattest. Deine Haare stehen hier in alle Himmelsrichtungen ab. Oh! Ich fahre mit meinen Fingerspitzen über Sayoris Haare, um sie etwas zu bändigen. Oh Mann, dafür bräuchte man echt eine Bürste. Es ist halt sehr schwierig, meine Haare frisch nicht zu frisieren. Darauf falle ich nicht rein. Es sind aber nicht nur deine Haare. Schau hier, deine Schleife sitzt auch nicht gerade. Ist alles übel akkurat. Was will er denn? Ohne an deinen Kragen kleben noch Zahnpasta-Reste. Ich versuche, den Fleck mit meinen Fingern abzuwischen. Aber niemand würde das bemerken. Und ob! Es würde dir nun niemand etwas sagen, um dich nicht in Verlegenheit zu bringen. Zum Glück interessiert mich das nicht. Ey, du bist gemein. Und du knöpfst ja nicht einmal deinen Blazer zu. Im Ernst, Sayori? Warum denkst du wohl, dass du noch Single bist? Boah! Das ist jetzt aber super gemein. Tut mir leid, aber du wirst es mir später danken. Ich beginne ihren Blazer von unten nach oben zuzuknüpfen. Du wirst deine Meinung ändern, wenn du den unter Schnee-Schild ziehst, Schätzchen. Oh, das ist so witzig. Was genau? Nun, ich habe nur gedacht, wie seltsam es ist, einen Freund zu haben, der solche... Flutten, ihr tut. Äh, sag das nicht. Jetzt bekomme ich ein komisches Gefühl bei der Sache, Dummchen. Das ist schon okay. Knöpf weiter zu. Du nicht? Äh, ich denke schon. Sei vorsichtig. Der Knopf könnte abspringen. Warum lässt sich der denn so schwer abschließen? Ich habe meine Mühe, den Knopf der Brusthöhe richtig zuzuknöpfen, weil die Brüste atmen! Fass dir der Blazer überhaupt richtig? Der hatte er, als ich ihn gekauft habe. Seufz. Wenn du ihn ab und zu mal schließen würdest, dann wäre dir schon früher aufgefallen, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr passt. Warum lächelst du? Das bedeutet, dass meine Busen wieder größer geworden ist. Ah! Sag das doch nicht so laut! Wie dem auch sei, so siehst du viel besser aus. Warum hinterlässt das bei mir so ein seltsames Gefühl, Sayori's Blazer zugeknüpft zu haben? Aber das engt mich so ein. Das ist echt nicht wert. Eine klöpft Sayori ihren Blazer wieder auf. Puh! So ist es viel besser. Sayori streckt die Arme aus und macht eine gekonnte Drehung. Wenn ich ihn also aufgeklöpft lasse, dann bekomme ich keinen Freund, richtig? Welche Logik steckt denn bitte dahinter? Und warum sagst du das so, als wäre das eine gute Sache? Weil mein Freund, wenn ich einen hätte, würde dir so etwas sicher nicht gestatten. Und du kümmerst dich eh besser um mich, als jeder anderes tun würde. Darum knöpfe ich meinen Blazer also nicht zu. Da brauchst du peinliche Dinge zu sagen, Mann. Äh, ich habe überhaupt nichts Peinliches gesagt. Oh Mann, ey. Na, auf jeden Fall solltest du dich darum anstrengen, etwas früher wach zu werden. Nur wenn du dich darauf konzentrierst, eher ins Bett zu gehen. Also gut. Abgemacht. Wir kümmern uns anschließend wirklich besser um die andere Person, als um uns selbst. Ja, schätze schon. Daher solltest du wohl morgens vorbeikommen und mich aufwecken. Du tust es schon wieder, Sayori. Ah, aber dieses Mal habe ich doch nur einen Witz gemacht. Mann, das weiß man bei dir nie so richtig. Ey, die tut ja so, als wären wir schon zusammen, ne? Die denkt, wir sind schon zusammen. Okay, Leute. Äh, Rodika ruft uns plötzlich. Warum teilen wir jetzt nicht unsere selbstgeschriebenen Gedichte miteinander? Oh Gott, ich bin gespannt, was da rausgekommen ist. Oh, Knutrun, ich kann es kaum erwarten, deins zu lesen. Ja, geht mir auch so. Mein Enthusiasmus hält sich hier in Grenzen, aber Sayori sieht dennoch los. Sieht dennoch los, um ihr Gedicht zu holen. Hast du gestern Abend übrigens daran gedacht, ein Gedicht zu schreiben? Ja, ja. Meine Entspannung ist vorbei. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich mich auf so etwas Peinliches eingelassen habe. Da ich so etwas noch nie gemacht habe, hatte ich echt Mühe, Inspiration zu finden. Gut, da jetzt alle bereit sind, können wir ja loslegen. Ich kann es kaum erwarten. Sayori und Monika zaubern und begeistert ihre Gedichte vor. Das von Sayori befindet sich auf einem losen Blatt Papier, das sie aus einem Spiralblock gerissen hat. Das von Monika befindet sich hingegen in einem Aufsatzheft. Von einem Spitzplatz kann ich Monikas makellose Handschrift sehen. Spitzplatz. Natsuki und Yuri tun es den beiden zögernd gleich und greifen in ihre Taschen. Ich tue dasselbe. Oh, jetzt geht es ab. Wem sollte ich als erstes mein Gedicht zeigen? Boah, das sind alles so wichtige Entscheidungen. Dankeschön, Fleiki. Aber jetzt kann ich es auch Monika zeigen. Ich kann auch Monika rumkriegen, oder? Wie ist es? Okay, alle wollen Yuri. Okay, Yuri. Yuri scheint die Erfahrenste zu sein. Daher sollte ich mit ihr beginnen. Ich kann auf ihre ehrliche Meinung vertrauen. Juri start auf das Gedicht. Eine Minute vergeht mehr als genug Zeit für sie, um das Gedicht zu lesen. Ähm. Oh, entschuldige. Ich habe vergessen, etwas zu sagen. Ähm. Es ist okay, nur kein Stress. Das ist nicht. Ich muss nun eben meine Gedanken sammeln. Warte kurz. Okay. Das ist dein erstes Gedicht, oder? Äh, ja. Warum fragst du? Ich wollte nur sicher gehen. Das habe ich mir fast gedacht, dass ich es gelesen habe. Ah, also schlecht ist es also. Nein. Ich... Ich habe gerade nur laut gedacht. Ach, das tut mir leid. Yuri vergräbt die Hände in ihrem Gesicht. Mir ist nicht entgangen, dass mittlerweile mehrere Minuten verstrichen sind und wir immer noch keinen Schritt weitergekommen sind. Yuri scheint etwas Zeit zu brauchen, bis sie sich an neue Leute gewöhnt hat. Kein Problem. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was hattest du denn gesagt? Also, es gibt da bestimmte Schreibgewohnheiten, die in der Regel typisch für eine... für neue Autoren sind. Und ich kann die mittlerweile schnell erkennen, da ich es den selben Weg genommen habe. Am auffälligsten ist wohl, dass neue Autoren sich an einem selben überlegten Stil versuchen. Mit anderen Worten, der von ihnen gewählte Stil passt nicht zum Thema und sie versuchen dann, die beiden Elemente irgendwie zu verbinden. Letzten Endes verlieren sie dabei sowohl der Stil als auch die Ausdruckskraft und Stärke. Als Yuri beginnt, ihre Gedanken klar zu formulieren, scheint sich ihr ganzes Verhalten völlig zu verändern. Sie stottert nicht mehr und hört sich sehr fachkundig an. Natürlich kann... kann man dir das überhaupt nicht übel nehmen. Selbst das Schreiben eines ganz einfachen Gedichtes erfordert so viele verschiedene Fähigkeiten und Techniken. Dabei geht es nicht nur darum, diese zu identifizieren, um einen zu setzen. Das Schwierigste ist vielmehr, ein Zusammenspiel zwischen ihnen zu schaffen. Das kann seine Zeit dauern, aber es wird einfacher, wenn du das übst, dir Beispiele suchst und neue Dinge ausprobierst. Hoffentlich geben dir die anderen im Club auch wertvolles Feedback. Ich habe die DLC gespielt und Yuri hat diesen gemacht. Was? Allerdings kann Natsuki etwas voreingenommen sein. Voreingenommen? Wieso? Äh, nun... Ist auch egal. Ich sollte so nicht über andere reden. Entschuldige. Ist schon gut. Ich frage mich jedoch, ob Yuris Entschuldigung ihr selbst mir oder Natsuki gilt. Ich kann... ich jetzt mein Gedicht lesen? Bitte. Ich erzähle dir auch gerne darüber, was ich mir dabei gedacht habe. Yuri lächelt verträumt, als wäre die Aussicht darauf eine seltene Gelegenheit für sie. Was an sich schon lustig ist. Schließlich soll das hier noch ein Literaturclub sein. Okay, was? Es ist Yuris. Geist unter dem Licht, die Locken meines Haars vom bernsteinfarbenen Schein erhellt. Badend, dies muss sie sein. Die letzte Straßenlaterne, die dem Lauf der Zeit noch trotzt. Die letzte, die noch nicht durch den scheußlichen blaugrünen Farbturm der Zukunft ersetzt wurde. Ich bade, ganz ruhig Luft, den Gegenwart atmen. Doch in der Vergangenheit lebend, das Licht flackert. Ich flackere zurück. Dankeschön! Toke Entschief für vier Monate. Weiter. Tut mir leid, ich habe selbst solch eine schreckliche Handschrift. Was? Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber du hast zu lange gebraucht, um es zu lesen. Ja, das stimmt. Tja, ich lese nur nicht so oft Schreibschrift. Eigentlich finde ich deine Handschrift sehr schön. Ach, das ist eine Erleichterung. Und mir gefiel auch dein Gedicht. Es war zwar kurz, aber aussagekräftig. Es war nicht kurz. Für gewöhnlich schreibe ich längere Gedichte. Überhaupt nicht. Ich bin echt froh, dass es dir gefallen hat. Wenn ich ehrlich bin, nachdem wir das erste Mal die Gedichte ausgetauscht haben, wollte ich etwas Zugänglicheres schreiben. Leicht verdaulich, wenn man so will. Stehst du auf Geister, Juri? Ach, allerdings dreht es sich in der Geschichte überhaupt nicht um Geistergnudeln. Ernsthaft? Dann muss ich das wohl völlig falsch verstanden haben. Naja, du hast ja nur einen flüchtigen Blick drauf geworfen. Vergiss aber nicht, dass Dichter oft ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Erfahrungen in ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen. Sie erzählen für gewöhnlich nicht für eine einfache Geschichte oder lassen ein Bild einstehen. Möglicherweise wird in diesem Fall die Hauptfigur des Gedichtes nur symbolisch mit einem Geist verglichen. Sie verweilt an dem letzten Ort, der ihr noch Trost spendet, unfähig, die Vergangenheit loszulassen. Und bald wird sich alles verloren haben. Wenn du es so beschreibst, ist es viel eindringlicher. Das habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Das ist beeindruckend. Es ist wirklich nichts. Tja, es macht mich glücklich, dass du es so denkst. Sei versichert, dass du sicher auch schon bald ein Gespür dafür bekommen wirst. Ja, vielleicht hast du recht. Hallo, Herr Arkel. Ich glaube tatsächlich, und das ist so meine Meinung, je nachdem, wie ich mich entscheide, kann ich ja die Beziehungen deeper werden lassen. Und ich wette mit euch, es ist eine Psychopathin dabei, die dann eifersüchtig wird, alle absticht, die andere manipuliert. Also ich glaube, jede einzelne wird so ein bisschen ihre eigene kranke Seite haben, wenn es dann darum geht, mich herumzubekommen. Vielleicht bringen sich auch alle gegenseitig um. Ich werde es wohl einfach weiter versuchen müssen. Ich zähle auf dich. Gnulli hat Sterzig sich für den Film dein Bart rasiert? Ja. So, wem soll ich das Gedicht als nächstes zeigen? Monika. Hallo, Gnudron. Dem auch sei. Möchtest du mir dein Gedicht zeigen? Es ist zwar etwas peinlich, aber mir bleibt wohl keine andere Wahl. Haha, keine Sorge, Gnudron, uns allen ist das heute etwas peinlich. Aber es ist genau diese Art von Grenzen, die wir alle bald zu überwinden lernen. Ja, das stimmt. Ich gebe Monika mein Gedicht. Hm, das hier gefällt mir. Wie? 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 Du musst dich also nicht dazu bringen, so zu schreiben, wie es alle anderen wollen. Es ist ja nicht so, dass du dir Sorgen darum machen musst, ob du sie beeindrucken kannst. Haha. Haha. So gut. Willst du jetzt mein Gedicht lesen? Keine Sorge, ich bin nicht sehr gut. Für jemanden, der vorgibt, nicht sehr gut zu sein, hörst du dich aber ziemlich selbstbewusst sein. Tja, das ist nur, weil ich so auftreten muss. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich mich auch wirklich zum Wohlfühle, weißt du? Verstehe. Tja, dann lesen wir mal durch. So, keine Schreifen, das sind ja alle für eine perfekte Schrift, ey. Was ist, ist im ersten Run? Ja, ist mein erster Run. Ich hab auch keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, aber meine Community weiß es und die drängt mich in gruselige Ecken. Luft die Kustern gefacht Monate. Loch in der Wand. Oh, das kenn ich. Ich konnte es nicht gewesen sein. Sieh nur, in welche Richtung sich die Spachtelmasse wölbt. Ein neugieriger Nachbar vielleicht? Ein wütender Freund? Ich werde es nie erfahren. Ich war nicht zu Hause. Vielleicht finde ich einen neuen Hinweis, wenn ich ihn durchspähe. Nein, ich kann nichts sehen. Ich strecke zurück blind, wie ein Film, der in mir so in der Sonne lag. Aber es ist zu spät. Meine Netzhaut. Eine Kopie des sinnlosen Bildes ist auf ewig eingebrannt. Es ist nur ein kleines Loch. Es ist nicht zu hell. Es ist zu tief. Und endlich streckt es sich in alles. Ein Loch der endlosen Entscheidung. Jetzt begreife ich, dass ich nicht hineingesehen habe. Ich habe herausgesehen. Und er auf der anderen Seite hat hineingesehen. Also sie hat in ein Auge, das Loch ist eine Pupille und sie hat in jemanden seine Augen geschaut. Und der ist innen total leer. Nehme ich mal an. Dankeschön, die Shea für sieben Monate. Ich muss immer, wenn ich an Löcher in der Wand denke, an die dumme Szene von Scary Movie mit dem Schnippie, der dann so durchs Loch kommt. So biiu. Wiiu macht. Oh, wie gefällt es dir? Es verzichtet ganz auf Reim und Form und solche Dinge. Tut mir leid, ich bin ja ehrlich gesagt nicht der Richtige, um dir Feedback zu geben. Aha, kein Problem. Dieser Stil ist in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Sehr viele Gedichte legen den Fokus auf das Timing zwischen Wörtern und Zeilen, weißt du? So kann es sehr viel Kraft entwickeln, wenn man es vor anderen rezitiert. Was hat das denn hier als Inspiration gedient? Äh, tja, ich weiß nicht recht, wie ich das sagen soll. Man könnte wohl sagen, dass ich kürzlich eine Eingebung hatte. Sie hat meine Gedichte schon ein bisschen beeinflusst. Eine Eingebung? Ja, sowas in der Art. Ich bin etwas nervös, über so tiefgründiges Zeug zu reden, weil es irgendwie recht heftig herauskommt. Vielleicht eher, wenn wir alle etwas besser befreundet sind. Wie dem auch sei. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Beim Schreiben eines Gedichtes oder einer Geschichte bleibt man mitunter Gedanken an einem Punkt hin und versteift sich darauf. Wenn du so intensiv daran arbeitest, es zu perfektionieren, wirst du nie irgendwelche Fortschritte machen. Zwing dich einfach dazu, etwas aufs Papier zu bringen und da sorge später für den nötigen Feinschliff. Anders gesagt, wenn du deinen Stift zu lange auf dieselbe Papierstelle hältst, bekommst du nur einen riesen dunklen Tintenfleck. Eingebung. Heißt das, dass sie wahrscheinlich schon über irgendetwas philosophiert, was ihr Schreckliches passiert ist? Also diese Eingebung ist ja schon ein Hinweis auf etwas, was sie vielleicht belastet. Also bewege einfach deine Hand und lass dich treiben. Das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Wem sollte das Gedicht das Nächstes zeigen? Ich würde sagen Sayori. Ach du meine Güte, das ist so gut, Knudrun. Ich liebe es. Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass du so gut schreiben kannst. Scheiße, das Gedicht ist an sie gerichtet, Leute. Das wollten wir nicht. Sayori, du reagierst echt über. Ich bin überhaupt nicht gut darin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Nun, vielleicht ist das der Grund. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, was ich mag. Oh Mann. Mit Juris Meinung konnte man viel mehr anfangen. Vielleicht sogar mit der von Natsuki. Bist du dir sicher, dass du es nicht nur magst, weil ich es geschrieben habe? Tja, ich würde schon sagen, dass es eine Rolle spielt. Ich denke, dass ich dich besser verstehe. Vielleicht als andere, weißt du. Wenn ich also dein Gedicht lese, ist es nicht nur ein Gedicht. Es ist ein Gedicht von Knudrun. Und das macht es dann zu etwas ganz Besonderem. Dankeschön, Luisa. Vielen, vielen Dank. Wird noch kommen, sagt Yuna. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, sie versuchen jetzt gerade, dass wir so richtig deep werden mit den Leuten. Und dann passieren ganz schlimme Dinge. Ich kann deine Gefühle daran spüren. Sayori drückt die Seite gegen ihre Brust. Du bist echt seltsam, Sayori. Ich bin einfach nur froh, dass du eins geschrieben hast. Es ist ein Zeichen dafür, dass du jetzt echt zum Club gehörst. Ganz abgesehen davon, dass ich direkt vor dir im Clubraum stehe. Ähm, nun natürlich. Ich kann mich noch nicht so sehr damit anfreunden. Aber das bedeutet nicht, dass ich mein Versprechen brechen werde. Siehst du? Es ist so, wie ich sagte, Knudrun. Ganz tief im Innersten bist du gar nicht so egoistisch, weißt du. Also, derart neue Dinge für andere Leute zu wagen, so etwas können nur wenige Leute tun. Danke, Sayori. Die will sowas von mir. Sowas offensichtlich will die was von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Sayori über meine wahre Motivation bewusst ist. Aber wirklich, ne? Ich will ja nur Frauen abchecken. Andererseits. Ich kann auch nicht leugnen, dass sie einer der Gründe ist, warum ich in diesen Club eingetreten bin. Zu wissen, wie viel ihr all dies bedeutet. Ja. Und ich werde dafür sorgen, dass du hier viel Spaß hast, okay? Das ist meine Art, dir zu danken. Okay, ich werde das dann mal behalten. Juhu. Jetzt wirst du aber auch auf mein Gedicht lesen müssen. Keine Sorge, ich bin schlecht. Hehe. Okay. Oh Gott, wetten ist es an mich gerichtet. Ich wette mit euch, das Gedicht ist an mich gerichtet. Such dir lieber keinen Favoriten. Warum? Warum? Lieber Sonnenschein, du gibst mir das Gefühl, als hättest du mich vermisst, wenn du morgen durch meine Jalousien strahlst, meine Stirn küsst, mir aus dem Bett zum Helfen. Was? Meine Stirn küsst, um mir aus dem Bett zu helfen. Den Schlaf aus meinen Augen reibst. Fragst du mich, ob ich rauskomme, spielen mag? Soll ich etwas vertreiben, deinen Regentag? Ich blicke nach oben, der Himmel ist blau. Es ist dein Geheimnis, doch ich weiß es genau. Wenn du nicht wärst, könnte ich für immer schlafen. Aber ich bin nicht wütend. Ich will frühstücken. Frühstücken. Pfff. Sayori, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber hast du das erst heute Morgen geschrieben? Nein! Nur einen kleinen Teil. Du kannst nicht mit nur einen kleinen Teil oder ja oder nein auf meine Frage antworten. Ich hatte es gestern Abend vergessen. Ich finde aber sie am coolsten eigentlich. Mein Favorit? Ich glaube tatsächlich, dass sie am besten zu mir passt. Ich finde sie eigentlich auch am lustigsten, weil sie so verballert ist. Aber ich glaube, ich finde Monika auch ganz nice, weil das so eine Macherin ist. Ja, dadurch fühle ich mich wenigstens etwas besser. Was ist denn euer Favorit? Sei nicht gemein. Ich habe mich trotzdem angestrengt. Ah ja. Ich wollte ja auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Gedicht war. Es war ganz gut. Es hört sich nach dir an. Ernsthaft? Ja. Ganz besonders die letzten Teile. Gibt es eigentlich in dem Spiel mehrere Enden? Je nachdem, wie ich mich entscheide. Oder läuft es immer auf eins raus? Viele sagen, Juri, Sayuri, Monika ist wie ein Roboter. Dankeschön, Valeri. Valerina. Ich habe Eier und Toast gemacht, obwohl du dann zu spät zur Schule kommen würdest. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich werde sonst ganz mürrisch. Tja, es ergibt keinen Sinn, dem zu widersprechen. Naja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du es mir gezeigt hast. Es hat echt viel Spaß gemacht, Monika. Ist die Beste. Äh, ja. Aber nächstes Mal werde ich nichts vergessen. Und ich werde das beste Gedicht aller Zeiten schreiben. Tja, darauf kann ich mich wohl freuen. Wem sollte ich das Gedicht das Nächste zeigen? Natsuki. Tja, sowas in der Art habe ich von jemandem wie dir erwartet. Das ist echt direkt. Tja, ich bitte niemals um Entschuldigung. Ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht ist. Es hat bei mir nur keine Emotionen vorgerufen. Also, es ist süß genug für deinen Geschmack. Bist du darauf aus, dass ich dich schlage? Ich verzichte. Seufz. Egal, ich schätze. Ich muss dir jetzt meins zeigen. Nicht, dass es dir gefallen würde. Die Musik. Nein, das ist nicht Sweet Amoris. Das ist Doki Doki. Adler können fliegen. Affen können klettern. Grillen können zirpen. Pferde können rennen. Eulen können gucken. Geparden können sprinten. Adler können fliegen. Menschen können sich bemühen. Vielmehr, aber auch nicht. Aber Adler hatten wir doch schon. Ja, ich habe dir ja gesagt, dass es dir nicht gefallen wird. Ich mag es. Was? Sei einfach ehrlich. Das bin ich. Warum bist du so davon überzeugt, dass ich es nicht mögen würde? Tja, warum? Alle in der Highschool denken, dass man sich beim Schreiben so gebildet ausdrücken muss. Daher nehme ich die Leute gar nicht als Ernst, wenn ich da etwas schreibe. Aber ist es nicht der Zweck von Gedichten, dass man sich daraus ausdrücken kann? Dein Schreibstil würde deine Botschaft doch nicht entwerten. Ja, genau. Ich mag es, wenn es leicht zu lesen ist, aber es wie ein Hammer zuhaut. So wie dieses Gedicht. Wenn allem einherum große Dinge erreichen, kann das echt demotivierend sein. Daher beschloss ich, darüber zu schreiben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Außerdem ermöglicht ein einfacher Schreibstil mehr Wert und Wortspiel zu legen. Ich habe zum Beispiel auf einen Reim am Ende der Zeile hingearbeitet, aber habe ihn dann doch absichtlich nicht verwendet. So wird das Gefühl in der letzten Zeit stärker betont. Das hast du definitiv. Sie hat sich wohl mehr Gedanken gemacht, als mir klar war. Das bedeutet, als ein Profi zu sein. Ich bin froh, dass du etwas lernst. Das hattest du wohl nicht von den Jüngsten hier erwartet, was? Ja, wohl nicht. Dankeschön, Aftzot, für zwei Monate. Ich wollte sie mit der letzten Bemerkung in gute Laune bringen. Mir ist es egal, wie alt jeder ist. Aber wenn er zu gestolz ist, dann will ich ihr das nicht nehmen. Dankeschön. Freut mich, dass ihr den Film so toll fand. So. Warum liest sie vor, wenn ich fragen darf? Ja, sonst wäre es doch voll öde. Dann hätte ich ja einen Stream, in dem ich nichts spreche. Puh. Damit war dann wohl jeder an der Reihe. Ich sehe mich im Raum um. Dankeschön, Sammelsuri, für sieben Monate. Das war viel stressiger als erwartet. Es ist, als ob alle mich wegen meines mangelhaften Schreibstis beurteilen. Auch wenn sie nur nett sind, können meine Gedichte unmöglich mit ihren mithalten. Schließlich ist das ein Literaturclub. Ich solchste. Darauf habe ich mich also eingelassen. An der anderen Seite des Raums unterhalten sich Sayori und Monika fröhlich miteinander. Mein Blick fällt auf Yuri und Sasuki. Sie tauschen vorsichtig die Blattseiten mit ihren Gedichtern aus. Während sie gleichzeitig das Werk des jeweiligen anderen lesen, ändert sich ihr jeweiliger Gesichtsausdruck. Natsukis Augenbrauen ziehen sich frustriert zusammen. Yuri hingegen lächelt traurig. Was ist nun mit dieser Sprache los? Hättest du etwas gesagt? Ach, es ist nichts. Natsuki legt das Gedicht abfällig mit einer Hand zurück auf den Tisch. Ich schätze, das könnte man ausgefallen nennen. Ach, danke. Mein es ist süß. Süß? Hast du überhaupt nicht die Symbolik daran verstanden? Es dreht sich doch ganz eindeutig um das Gefühl des Aufgebens. Wie kann das süß sein? Das weiß ich doch. Ich meinte ja nur. Es ist wohl die Sprache. Ich wollte etwas Nettes sagen. Äh, willst du damit sagen, dass du dich so sehr anstrengen musstest, um etwas Nettes zu sagen? Danke, das kam jetzt überhaupt nicht... Das ist so gemein. Danke, aber das kam jetzt überhaupt nicht nett rüber. Ach, also ich hätte ja auch einige Anregungen. Hm. Wenn ich auf Anregungen ausgewiesen wäre, hätte ich jemanden gefragt, dem es auch tatsächlich gefallen hat. Was es den Leuten übrigens getan hat. Sayori gefiel es. Und Gnudrun mochte es auch. Daher habe ich dir gerne selbst ein paar Anregungen gegeben. Zuallererst... Entschuldige. Ich weiß dein Angebot zu schätzen. Aber ich habe viel Zeit darin investiert, meinen Schreibstil abzuarbeiten. Ich habe nicht vor, ihn in nächster Zeit zu ändern. Es sei denn, dass ich auf etwas extrem Inspirierendes stoße. Was ich noch nicht getan habe. Hm. Und Gnudrun gefiel mein Gedicht übrigens auch. Bitch. Es hat mir sogar gesagt, dass es ihn beeindruckt hat. Natsuki steht plötzlich auf. Oh. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du es so drauf anlegst, unser neues Mitglied zu beeindrucken, Yuri. Ah. Das ist... Das ist nicht, was ich... Ah. Du... Du bist nur... Yuri steht ebenfalls auf. Vielleicht bist du nur eifersüchtig darauf, dass Gnudrun meinen Rat mehr zu schätzen. Oh Gott, es fängt es an, Leute. Let's get ready to rumble. Oh. Woher weißt du, dass er nicht meinen Rat mehr zu schätzen wusste? Du bist echt so eingebildet. Oh. Nein. Wenn ich so eingebildet wäre, dann würde ich etwas viel... Dann würde ich extra viel Wert darauf legen, alles, was ich tue, superkritisch zu machen. Oh. Oh, äh. Ist alles in Ordnung? Tja, weißt du. Ich bin nicht diejenige, deren Brüste plötzlich über Nacht eine BH-Größe zugelegt haben, nur weil Gnudrun hier aufgetaucht ist. Was ist denn hier los? Holy shit, jetzt geht's ja los. Natsuki! Ah, Natsuki, das ist aber etwas... Das geht dich nichts an! Ich mag keine Streitereien, Leute. Plötzlich drehen sich beide Mädchen zu mir, als ob sie gerade etwas bemerkt hätten, dass ich dort stehe. Gnudrun! Sie... Sie wollte mich schlecht aussehen lassen. Das stimmt doch gar nicht. Sie hat angefangen. Wenn sie sich nur wieder beruhigen und lernen würde, dass ein einfacher Schreibstil viel effektiver ist, dann wäre nichts von dem passiert. Warum sind all deine Gedichte grundlos so verworren und verschachtelt? Die Bedeutung muss dem Leser direkt ins Auge fallen. Es sollte nicht dazu gezwungen sein, sich selbst heranzu... Ist denn ihre Brüste wirklich größer geworden? Hilf mir, das zu klären, Gnudrun! Warte! Es gibt einen guten Grund dafür, dass wir so viel tiefgründige und ausdruckstarke Begriffe in unserer Sprache haben. Nur so lassen sich komplizierte Gefühle und das, was man aussagen will, am effektivsten mitteilen. Sie zu vermeiden stellt nicht nur eine unnötige Beschränkung dar, es ist auch eine Vergeudung. Du verstehst doch, oder, Gnudrun? Äh, nun! Wie wurde ich... Oh Gott, wie wurde ich überhaupt in diese Diskussion hineingezogen? Es ist ja nicht so, als würde ich viel über das Schreiben. Aber auf wessen Seite ich mich aufstelle, sie wird mir das bestimmt hoch anrechnen. Also, natürlich fällt dann meine Wahl auf. Hilf mir, Sayori! Ich kann mich für keinen entscheiden, für Natsuki oder Yuri. Ich finde, dass Natsuki zu gemein war. Ich finde, sie ist laut, sie ist forsch. Sie hätte Yuri nicht so anmachen müssen. Wenn ihr mich fragt, würde ich mich eh raushalten, aber ich würde jetzt Yuri helfen. Natsuki! Du hattest recht, dass mir dein Gedicht gefallen hat. Siehst du? Warte! Das ist keine Entschuldigung dafür, so gemein zu sein. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, solltest du keinen Streit vom Zaun brechen. Aber das ist doch so überhaupt nicht passiert! Yuri wollte mein Gedicht ja nicht einmal ernst nehmen! Hm. Ich verstehe. Yuri! Du bist eine echt talentierte Autorin. Es ist kein Geheimnis, dass du mich beeindruckt hast. Nun, das ist... Aber die Sache ist die. Ganz gleich, wie einfach oder ausgefeilt der Schreibstil eine andere Person ist. Es sind auf jeden Fall Gefühle in das Geschriebene eingeflossen und das macht es zu etwas sehr Persönlichen. Darum fühlte sich Natsuki angegriffen, als du ihr Gedicht als süß beschrieben hast. Ich verstehe. Mir gefiel gar nicht auf, dass ich... Es tut mir leid. Aber Natsuki hat es viel zu weit getrieben. Yuri meint es gut. Und wenn du ihr einfach gesagt hättest, was du empfindest, dann wäre nichts von dem je passiert. Machst du Scherze? Genau das habe ich doch getan! Sie war es nie! Natsuki, ich glaube es reicht! Ihr beide habt Dinge gesagt, die ihr nicht so gemeint habt. Yuri hat sich entschuldigt. Denkst du nicht, dass du dasselbe tun solltest? Natsuki bellt bald die Fäuste. Im Endeffekt hat niemand ihre Seite ergriffen. Sie ist in diesem eigenen Trotz gefangen, weil sie mit dem Druck nicht umgehen kann. Ich habe am Ende sogar Mitleid mit ihr. Manchmal, wenn ich verletzt bin, hilft es mir, einen Spaziergang zu machen, meinen Kopf freizubekommen. Sayori, sie muss nicht... Weißt du was? Ich werde genau das tun! Es bewahrt mich davor, jetzt in all eure Gesichter blicken zu müssen. Ohne Warnung schnappt sich Satsuki ihre Gedichte vom Tisch und stürmt hinaus. Unterwegs zerknüllt sie das Gedicht und wirft es in den Papierkorb. Natsuki! Das hätte sie wirklich nicht tun müssen. Ich blicke durch den Raum. Yuri hat ihr Kinn in die Hände gestützt und starrt auf ihren Tisch. Ich nähere mich ihr vorsichtig und setze mich neben sie. Alles in Ordnung? Ich schäme mich so sehr. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so verhalten habe. Du hast mich jetzt vermutlich... Nein, Yuri! Nach so einer Behandlung wäre vermutlich jeder frustriert gewesen. Also, der erste Streit wegen mir hat schon stattgefunden, Leute. Du hast es so gut gemeistert. Ich denke jetzt nicht schlecht über dich. Nun, also gut, ich glaube dir. Danke, Knudrun. Du bist echt nett. Ich bin so froh, dass du jetzt Teil des Clubs bist. Ach, schon in Ordnung. Nur eine Sache. Ähm, Natsuki sagte das etwa über... Du weißt schon, ich würde nie etwas so Verachtungswürdiges tun. Also... Äh? Was hat Natsuki denn gesagt? Ähm, ach, ist auch egal. Ich gehe mal Tee kochen. Ach, das ist eine gute Idee. Mach aber mehr als nur für eine Person, okay? Ah, ja. Äh. Okay. Ich weiß nicht, wie wir ingame aussehen. Ich würde es auch interessieren. Hallo Enceladus, grüßt euch alle. Wir spielen Doki Doki Lecture Club. Ich weiß nicht, ob ich mich eingelassen habe, aber das wird richtig krank werden. Okay, Leute. Unsere Zeit hier ist fast zu Ende. Wie ist es uns allen dabei ergangen, das eigene Gedicht den anderen vorzutragen? Es war lustig. Tja, ich würde sagen, dass es das wert war. Es war okay. Nur größtenteils zumindest. Blutrun, was ist mit dir? Ja, ich würde dasselbe sagen. Es war ganz nett, mit allen darüber zu reden. Wunderbar. Wenn das so ist, wiederholen wir das morgen noch einmal. Und vielleicht habt ihr ja auch noch etwas von eurem Freund gelernt, damit euer Gedicht noch besser wird. Ich denke nach. Ich habe tatsächlich etwas darüber erfahren, was für eine Art von Gedicht jeder mag. Mit etwas Glück wird es mir zumindest gelingen, die Person zu beeindrucken, für die ich mir das vorgenommen habe. Juri, Juri. Mit neu gewonnener Zuversicht nicke ich mir selbst zu. Knutrun. Bereit für den halben Weg? Klar gehen wir. Juri strahlt mich an. Es ist eine ganze Weile her, dass Juri und ich so viel Zeit miteinander verbracht haben. Es gefällt mir eigentlich auch richtig gut. Okay, Leute. Wir müssen jetzt ein Gedicht schreiben, was Juri überzeugt. Sajuri. Wegen vorhin. Ach, was meinst du? Du weißt schon. Die Sache zwischen Juri und Natsuki. Passiert es etwas häufiger? Nein, nein, nein. Ich habe die beiden zum ersten Mal so heftig schreiten gesehen. Ich versichere dir, dass es beide ganz wunderbare Menschen sind. Oh, oh. Bedeutet also, die haben sich nur wegen mir gestritten. Nicht gut. Du, du hasst sie doch nicht etwa, oder? Nein, ich hasse sie nicht. Ich wollte nur deine Meinung hören, mehr nicht. Ich verstehe jetzt, warum sie so gut wie dir befreundet sind. Ach. Weißt du, Knutrun, es ist schön, etwas Zeit mit dir im Club zu verbringen. Aber es macht mich am glücklichsten zu sehen, dass du dich auch mit den anderen gut verstehst. Und ich glaube, dass sie dich auch alle mögen. Das ist... Jeden Tag wird es so viel Spaß machen. Ach. Es sieht ganz danach aus, dass Sajuri immer noch nicht versteht, in was für eine Situation ich mich befinde. Klar, es ist toll, mit allen befreundet zu sein, aber geht da vielleicht nicht noch mehr? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, Sajuri. Ich klappe Sajuri auf die Schulter. Obwohl dies eher ein Selbstgespräch war, ist es doch praktisch, mir von Sajuri bei einem inneren Monolog helfen zu lassen. Okay. Ja. Auf geht's. Monika? Ne, Monika ist nie dabei. Also, wir wollen jetzt Sajuri 100% umhauen mit dem Gedicht. Ich gehe jetzt pinkeln. Und dann könnt ihr schon mal reinschreiben, was ich hier wählen muss. Bis gleich, ihr edles Volk. Oh, Stuhli-Stuhl. Ewigkeit. Yes, sehr gut. Familie, Regenwolke, sie mag's doch lieb. Scheiße. Lust, Gefangene, Unkontrollierbarkeit, Höhepunkt, Freude. Gefangene, oder? Ja. Himmlisch, lachend, furchterregend, unverfehlbar, Melancholie, ist doch auch was, was ihr gefällt. Ja. Kuss, Reingebete, Außergewöhnlich, Schönheit, Nervös, Katastrophe, Maus. Tänzelt, Funkelt, Weinen. Ach, scheiße. Unendlich, Verwirrung, Friedlich, Verschmutzung, Feiertag, Lebhaft singen, Fragen. Verschmutzung? Was nehme ich hier? Verschmutzung, Verwirrung, Friedlich singen, Lebhaft rock, Frage, Unendlich. Unendlich, sehr gut springen, Rosa, Sonnenuntergang, Nachbild, Philosophie, Bett, Ehe, Schleife, Traurigkeit, Oh, Scheiße. Zucker, Vanille, Verfaulen, Unglück, Unglückgefäß. Wah, Scheiße. Blutrot, Maxi, ne? Yes. Vergnügen, Narben, Einsicht. Was soll ich nehmen? Entropie, Aura, Narben. Nein, das gefällt der anderen. Dürftig, Besorgnis, Munter, Atmen. Was nehme ich hier? Tränen, oder? Nein, Scheiße, das gefällt alles der. Haar, Glücklich, Universum, Abend, Schmollenblume, Feuerwerk, Glückseligkeit. Hier weiß ich es auch nicht. Universum wahrscheinlich, oder? Was kommt hier hin? Universum. Die Fremdwörter, Maxi. Universum. Beharrlich, Hoffnung, Friedhof, Lächeln, Fliegen, Tagtraum, Desortieren, Maxi wahrscheinlich. Yes. Dynamisch, unfähig, Lolli, Meer, unheimlich, Wirbeln, Selbstmord, Selbstmord, Maxi. Niedlich, Landschaft, Freund, Kummer, Depressionen. Ach, Scheiße. Herzschlagsocken, Nachthemd, Gemetzel, Gemetzel, Maxi 100 pro auch, oder? Yes. Charmshoppen, Glühwürmchen, Romanze, Unerwidert, Erdbeerfantasie, Geflüster, Party. Was kommt denn hier hin? Wisst ihr es hier? Sie mag sehr gruselige Sachen, die Juri. Selbstmord mag sie, wie sie hat. Ja, also halt nur das Wort. Was kommt hier? Romanze, Fantasy, ah, Fantasy. Nein, warum mag die das jetzt? Sie hat doch gesagt, sie mag Fantasy. Qualvoll, Fantasie, Sonic, Begierde, Qualvoll, Verleugnen, Niederlage, Puff, Spielen, Melodie. Qualvoll, oder? Oder Begierde, Kawaii. Qualvoll, Schwindelgefühl, Sommer, Wolken, Endlos, Ruhig, Zielstrebig, Glänzend, Wunderbar, Kindheit, Priorität. Boah, was mag sie hier? Meine Kopfhörer. Ruhig. Nein, ruhig mag die Scheiße. Endlos, maybe. Aber wir haben öfter ihr gefallen, ne? Ein weiterer Tag vergeht und es ist bereits Zeit für das nächste Clubtreffen. In den letzten Tagen habe ich angefangen, mich hier etwas wohler zu fühlen. Beim Betrieb des Clubraums erwartet mich die typische Szenerie. Hallo, Gnudrun. Ja, Sayori? Du scheinst heute gute Laune zu haben. Hä? Ich habe mich nur immer noch nicht daran gewöhnt, dass du jetzt im Club bist. Verstehe. Wenn es mehr nicht braucht, damit du gute Laune bekommst. Aber bei dir sind es ja immer die einfachen Dinge des Lebens. Oh, wie wir darüber reden. Ich habe irgendwie Hunger. Kommst du mit einem Snack kaufen? Nein, danke. Das steht dir gar nicht ähnlich. Ich habe meine Gründe. Warum werfen wir nicht einen Blick auf dein Portemonnaie, Sayori? Warum denn das? Kein bestimmter Grund. Ich will nur einen Blick hineinwerfen. Sayori kramt nervös ihr Portemonnaie hervor. Sie fummelt am Verschluss herum und schließlich gelingt es ihr, es zu öffnen. Dann dreht sie es um, sodass der gesamte Inhalt auf den Tisch fallen kann. Es kullern nur zwei kleine Münzen raus. Wusste ich es doch. Ich habe dich durchschaut, Sayori. Das ist nicht fair. Woher konntest du das überhaupt wissen? Das ist ganz einfach. Wenn du Geld gehabt hättest, hättest du dir schon auf dem Weg was zum Clubraum ein Zweck gekauft. Ach, die wollte, dass ich dir zahle. Dankeschön, Jan, für zwei Monate. Vielen Dank. Er wohnt dich hier dieses Wochenende. Dankeschön. Dir auch. Daher warst du entweder nicht hungrig und du wolltest eine Ausrede für einen Spaziergang haben. Oder du hast praktischerweise vergessen, dass du all dein Geld ausgegeben hast, sodass ich dir etwas leihen würde. Aber es gibt noch einen weiteren Hinweis. Du hast immer Hunger. Und so bleibt nur die eine Option übrig. Oh, ich gebe auf. Ich will mich nicht schuldig fühlen. Wenn du dich schuldig fühlst, dann muss das wohl gerechtfertigt sein. Kichert, äh, Juri plötzlich. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sie zugehört hatte. Ihr Gesicht war, wie immer, in einem Buch vergraben. Ah, ich habe euch nicht belauscht oder so. Es war nur etwas in meinem Buch. Juri, sagt Nutrun, dass es mir etwas Geld, dass er mir etwas Geld leihen soll. Das ist... Zieh mich da nicht hinein, Sayuri. Außerdem, du sollst dir nur das kaufen, was du dir auch leisten kannst. Und offen gesagt, ist dein Leiden eine gerechte Vergeltung für die hinterlistige kleine Nummer, die du abgezogen hast. Ah, ich habe da gerade... Das wollte ich nicht. Ich war zu sehr in meinem Buch vertieft. Ha, ha, ha. Mir gefällt es, wenn du deine Meinung sagst, Juri. Es geschieht nicht oft, aber es zeigt eine witzige Seite an dir. Das ist... Du kannst es unmöglich glauben. Du hattest aber recht. Ich war böse und muss nun meine Schafe... äh, meine Strafe akzeptieren. Strafe? Das... Und doch aus deinem Munde, Sayuri. Es steckt wohl in jedem von uns ein kleiner Teufel, was? Lass dich von ihr nicht die Irre führen. Sayuri weiß ganz genau, was sie tut. Schließlich hat sie euch gesagt, dass sie mich zum Club mitbringt, bevor sie mir überhaupt davon erzählt hatte. Aber... Du wärst nicht gekommen, wenn es nicht Cupcakes geben würde. Daher musste ich Natsuki dazu bringen, dass sie zu backen. Ach, du solltest mir schon mehr als das zutrauen, Sayuri. Aus dem Nichts landet irgendetwas mit einem lauten Klatscher in Sayuris Gesicht und fällt dann auf den Tisch. Quatsch. Ah! Aua! Was war das? Ein Keks? Und tatsächlich, es ist eine Plastikfolie eingebackener Riesenkeks. Sayuri dreht sich um. Ist hier gerade ein Wundergeschehen? Das war bestimmt, weil ich meine Wiedergutmachung geleistet habe. Strafe! Das hätte fast funktioniert. Ha, ha, ha! Ich wollte ihn dir ja eigentlich nur einfach geben, aber dann hast du von den Cupcakes angefangen. Deine Reaktion war es echt wert. Natsuki, das ist nicht nett von dir. Ach, nett von dir, ich bin glücklich. Sayuri im Arm vorsichtig den Keks. Mann, jetzt isst ihn doch einfach. Sayuri rast schnell die Folie auf und nimmt einen großen Bissen. Oh, lecker! Plötzlich schlägt Sayuri ihre Hände vor den Mund. Ich hab ihr auf die Zunge gebissen! Dieser Keks fordert dir aber einiges ab. Natsuki beißt in ihren eigenen Keks. Aber deiner sieht auch lecker aus, Natsuki. Darf ich mal probieren? Oh Mann, ey. In der Not schmeckt jeder Keks. Aber deiner ist mit Schokolade. Ja, warum glaubst du wohl, hab ich dir den anderen gegeben? Na gut. Ich bin aber trotzdem froh, dass du ihn mit mir geteilt hast. Sayuri steht auf, stellt sich hinter Natsuki und umarmt sie fest. Oh Mann. Schon gut, schon gut. Natsuki versucht mit dem Keks in der Hand Sayuri von sich wegzudrücken. Sayuri beugt sich plötzlich nach vorne und beißt in den Keks. Hey! Hast du das wirklich getan? Oh Mann. Count bringt sich Sayuri rasch in Sicherheit. Juri und ich lachen ebenfalls. Oh Mann, du bist manchmal echt ein totales Kind. Monika, kannst du Sayuri sagen, äh... Der Zuki dreht sich um. Monika ist nicht im Clubraum. Äh... Wo ist eigentlich Monika? Gute Frage. Hat jemand von euch gesehen und sie gehört, dass sie heute später kommen wollte? Ich nicht. Das Spiel heißt Doki Doki Lecture Club. Ich bin gespannt, ob wann die Scheiße losgeht. Also der kranke Shit. Hm, das ist recht ungewöhnlich. Hoffentlich geht's ihr gut. Natürlich tut es das. Sie hatte heute wahrscheinlich nur etwas vor. Schließlich ist sie ziemlich beliebt. Ach, glaubst du doch nicht, dass sie... Sie hat ein... Ach, das würde mich nicht überraschen. Sie verfügt über mehr Anziehungskraft als wir alle zusammen. Ah, das stimmt. Kann ich mich eigentlich nicht an Monika ranmachen, Leute? Ja, das wird ein YouTube-Video. Wie bitte? Plötzlich wird die Tür aufgerissen. Tut mir leid. Tut mir echt furchtbar leid. Ach, da bist du ja. Ich wollte nicht zu spät kommen. Hoffentlich habt ihr keine Sorgen gemacht. Oh. Monika hat den Club also doch ihrem Freund vorgezogen. Du bist so willensstark. Freund? Wovon zur Hölle redest du? Monika blickt mich fragend an. Ach, ist dir auch egal. Was hat dich denn aufgehalten? Ach, ich hatte hier vor eine Freistunde und ich habe ganz ehrlich gesagt einfach total die Zeit vergessen. Haha. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du hattest doch zumindest die Schulglocke gehört. die habe ich wohl beim Klavierüben überhört. Klavier? Ich wusste ja gar nicht, dass du auch ein Instrument spielst, Monika. Ach, das tue ich auch nicht wirklich. Ich habe vor kurzem damit begonnen und wollte schon immer Klavier spielen lernen. Was sind das eigentlich für motivierte... Mädels? In der Freistunde würde ich schlafen gehen oder essen. Das ist ja cool. Du solltest uns das vorspielen, Monika. Das ist... Monika sieht mich an. Vielleicht tue ich das ja, wenn ich etwas besser spielen kann. Juhu! Das hört sich toll an. Ich freue mich schon drauf. Echt jetzt? Wenn das so ist? Ich werde dich nicht enttäuschen, Knutruhen. Monika lächelt freundlich. Ach. Ich kann Monika nicht anmachen und warum ich sie nicht anmachen kann, werde ich später verstehen. Ich bin sehr gespannt. Ich will dich aber nicht unter Druck setzen oder so. Haha, keine Sorge. Ich habe in letzter Zeit recht viel geübt. Und wenn ich so weit bin, spiele ich gerne etwas für euch. Verstehe. Wenn das so ist, weiterhin viel Glück beim Üben. Danke. Habe ich etwas verpasst? Nein, nicht wirklich. Ich beschloss ihr nichts von Sayuris diebischen Streich zu erzählen. Ich fühle mich sicher, dass Natsuki sich eh bei ihr beschweren wird. Es gibt ganz... Es sieht ganz danach aus, dass alle bereit sind, das Treffen zu starten. Irgendwie ist es Sayuri gelungen, ihren ganzen Keks zu verdrücken. Yuri ist wieder in ihrem Buch abgetaucht und Natsuki ist im Schrank verschwunden. Wir sind im Game ein Junge. Ein Junge. Ich bin sehr neugierig darauf, mich mehr mit Yuri zu unterhalten. Aber zugleich fühle ich mich auch schlecht dabei, sie beim Lesen zu stören. Ich erhasche einen Blick auf ihren Buchumschlag. Es scheint das gleiche Buch zu sein, das sie mir geliehen hat. Und das ist noch nicht alles. Sie hat gerade erst mit dem Lesen angefangen. Oh, Mist. Ich glaube, sie hat bemerkt, dass ich sie beobachte. Sie zieht erneut zu mir rüber und unsere Blicke treffen sich für den Bruchteil einer Sekunde. Allerdings veranlasst sie das dazu, sich noch tiefer in ihr Buch zu vergraben. Entschuldige. Ich war kurz weggetreten. Das murmel ich vor mich hin, denn ich fühle, dass ich sie verlegen gemacht habe. Oh, ist schon okay. Wenn ich mich besser konzentriert hätte, wäre es mir wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen. Aber ich habe einfach nur noch einmal angefangen, es zu lesen. Also, das ist doch das Buch, das du mir gegeben hast, oder? Hm. Ich wollte einen Teil davon noch einmal lesen. Aus keinem bestimmten Grund. Ich frage mich, warum hast du zwei Exemplare von demselben Buch? Ach. Also, ich... gestern im Buchladen war... Das habe ich nicht gemeint. Ich meine, ich habe einfach zwei davon gekauft. Ah, verstehe. Offensichtlich geht ihr noch etwas anderes vor sich, wobei Juri aber nicht reden will. Ich belasse es dabei. Ich werde es ganz bestimmt bald lesen. Das freut mich. Wenn die Handlung einmal an Fahrtbeke gewinnt, wirst du es kaum noch weglegen können. Es ist eine sehr mitreißende, ansprechende Geschichte. Echt jetzt? Worum dreht es sich denn eigentlich? Nun. Vergiss aber nicht die Triggerwarnung, Depression, Selbstverlässungsverfahren und Obsession. Dieses Spiel fällt unter Kategorie Psycho-Horror und es ist sensibel. Ja, genau, ganz wichtig, Leute. Das sieht jetzt glücklich aus, aber das wird noch ganz arg krass. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, oh, süß, das will ich auch spielen, es kam am Anfang eine Triggerwarnung, die dann auch ernst nehmen. Hm. Juri schließt das Buch und liest die Rückseite des Umschlags, das Buch Priorität von Marco. Auf dem Cover befindet sich ein bedrohlich wirkendes Augensymbol. Also gut, ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht versehentlich etwas verrate. Also, es geht um dieses Mädchen, das in der Highschool mit ihren jüngeren Schwestern zusammenzieht, die lange verschwunden war, aber in ihrem Leben passieren ab und zu diesem Zeitpunkt viele seltsame Dinge. Hallo, San Nintendo! Sie gerät ins Visier dieser Leute, die aus einem Gefängnis geflohen waren, wo Experimente an Menschen durchgeführt werden und sie muss unbedingt entscheiden, wem sie überhaupt vertrauen kann, da ihr Leben in Gefahr ist. Was sie auch tut, sie zerstört die meisten ihrer Beziehungen und ihr Leben gerät völlig außer den Fugen. Oh Gott, das passiert ihr bestimmt. Das ist irgendwie... Das ist recht düster, oder nicht? Juri hat es eigentlich zuerst als eine nette Geschichte verkauft, daher kommt diese dunkle Wendung recht unerwartet. Juri kichert plötzlich leise los. Magst du diese Art von Geschichten nicht, Knudron? Nein, das ist es nicht. Ich finde solche Geschichten schon okay, keine Sorge. Das hoffe ich. Ja, ich hatte völlig vergessen, dass Juri auf solche Sachen steht. Von außen wirkt sie schüchtern und nahbar, am Inneren sieht es ganz völlig anders aus. Es ist nur, dass diese Art von Geschichten, sie fordern einen dazu heraus, das Leben aus einer seltsamen neuen Perspektive zu betrachten. Wenn schreckliche Dinge nicht nur einfach geschehen, weil jemand das Böse in Person ist, sondern weil jeder seine eigenen Ziele hat oder an eine eigene Philosophie glaubt. Und wenn du gerade glaubst, dass du dich mit der Hauptfigur identifiziert hast, dann stellt sie sich als naiv heraus, weil sie zulässt, dass ihre Einseitigkeiten, Moralvorstellungen von Plänen des Bösewichts durchkreuzt werden. Ich rede nur dummes Zeug, nicht schon wieder. Es tut mir leid. Hey, du musst dir nicht entschuldigen. Ich höre dir doch immer noch ganz gespannt zu. Nun, dann ist es wohl okay, aber ich sollte dich wohl wissen lassen, dass ich dieses Problem habe. Wenn ich es zulasse, dass mir Bücher und Geschichten im Kopf herumschwirren, dann vergesse ich, auf andere Leute zu achten. Oh oh, das Buch, was sie jetzt beschreibt, ist ein unveröffentlichtes Game von Entwicklern. Geil, wenn die das noch umsetzen, mega. Daher tut es mir leid, wenn ich hin und wieder seltsame Dinge sage. Und ich halte mich bitte auf, wenn ich zu viel rede. Das ist, darüber musst du dir echt keine Sorgen machen. Das bedeutet doch lediglich, dass du Leidenschaften dich gerne liest. Das kann ich dir doch wenigstens zuhören. Schließlich ist das immer noch ein Literaturclub. Das ist, das ist wohl wahr. Tatsächlich, dann fange ich wohl besser an, es zu lesen, was? Das musst du nicht. Haha, was erzählst du denn da nur? Vor einem Monat hast du noch gesagt, dass du dich darauf freust. Oh, so lange bin ich schon da? Ein Monat? Ich hole mir nur eben das Buch. Ich nehme schnell das Buch aus meiner Tasche. Alles gut, es ist okay, wenn ich hier sitze. Ich setze mich auf den Platz neben Juri. Ach, ja. Bist du sicher? Du scheinst Bedenken zu haben. Das ist, es tut mir leid. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht will. Ich bin es nur nicht gewohnt, mit jemandem zusammen zu lesen. Verstehe. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich störe. In Ordnung. Ich öffne das Buch und lese den Prolog. Recht schnell begreife ich, was Juri mit dem gemeinsamen Lesen meinte. Ich habe das Gefühl, als würde sie sich beim Lesen über meine Schulter beugen. Was eigentlich keine schlechte Sache ist. Vielleicht etwas ablenkend, aber auch beruhigend. Ich sehe Juri aus einem Augenwinkel. Mir wird klar, dass sie gar nicht in ihr eigenes Buch schaut. Ich blicke hinüber. Sie scheint vielmehr in mein Buch mitzulesen. Entschuldige. Ich wollte nur... Juri, du entschuldigst dich ganz schön viel. Ach, da stand im Moment. Okay. Tue ich das? Das wollte ich nicht wirklich. Entschuldige. Ich meine... Hier... So könnte es funktionieren. Ich schiebe meinen Tisch an den von Juri und behalte dann mein Buch so, dass wir beide darin lesen können. Ach, ich schätze schon. Juri schließt zirkerlich ihr eigenes Buch zu. Sobald wir uns beide ein wenig mehr zur Mitte lehnen, berühren sich unsere Schultern fast. Da mein linker Arm irgendwie im Weg zu sein scheint, halte ich das Buch mit meiner rechten Hand offen. Oh, aber so wird es schwierig, umzublättern. Hier. Juri nimmt ihren linken Arm und hält die linke Seite des Buchs zwischen ihren Daumen und Zeigefinger fest. Ach. Ich tue es auf der rechten Seite des Buchs zugleich. Auf diese Weise schiebt Juri eine Seite unter ihren Daumen, nachdem ich eine Seite umgeblättert habe. Aber diese Art des Lesens sorgt dafür, dass wir jetzt noch näher zusammenrücken als zuvor. Es lenkt mich irgendwie ganz schön ab. Ich fühle fast die Wärme von Juris Gesicht und sie fühlt die gesamte Ecke meines Blickfeldes aus. Bist du bereit? Äh, umzublättern? Ach, tut mir leid. Ich war wohl eine Sekunde lang abgelenkt. Ich sehe wieder verstohlen in Juris Gesicht und unsere Augen treffen sich. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr mithalten soll. Ach, das ist schon in Ordnung. Du bist das Lesen nicht so gewohnt, richtig? Es macht mir nichts aus, wenn du das länger brauchst. Ich habe Geduld. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Wo du ja so geduldig mit mir warst. Ja, danke. Wir lesen weiter. Juri fragt mich mittlerweile nicht mehr, ob ich bereit bin, umzublättern. Zudessen gehe ich einfach davon aus, dass sie schneller liest als ich und ich blättere um, wenn ich soweit bin. Wir lesen das ganze Kapitel schweigend weiter, obwohl sie jedes umblättert schon fast wie ein imitierter Moment anfühlt. Mein Daumen lässt vorsichtig die Seite los, die dann sanft zur anderen Seite springt, wo Juri sie mit ihren Daumen wieder fängt. Juri. Das ist vielleicht ein blöder Gedanke, aber die Hauptfigur erinnert mich ein wenig an dich. Oh oh. Denkst du das wirklich? Inwiefern? Naja, in vielerlei Hinsicht ist sie viel direkter, aber sie hinterfragt auch alles, was sie sagt und tut. Als hätte sie Angst davor etwas Falsches zu tun. Ich weiß ja nicht, was in deinem Kopf vorgeht, aber das erinnert mich schon etwas an dein Verhalten. Ich verstehe. Oh oh. Juri schwagt für eine... Oh Gott, das ist bestimmt sie die Psychopathin, oder? Oh oh. Oh oh. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Juri schweigt für einen Moment. Aber Knudrun, das ist wahrscheinlich eine schreckliche Sache, die ich mit ihr gemein habe. Und es ist peinlich, dass du das denken würdest. Warte, warte. Ich habe das auf keinen Fall schlecht gemeint. Tut mir leid, es war mir nicht klar, dass du dir deswegen so unsicher bist. Ich... wollte eher gemeint, dass es irgendwie niedlich ist. Aha. Was redest du denn da plötzlich? Ich... Okay, Leute. Es ist Zeit, dass wir unsere Gedichte miteinander teilen. Wenn wir zu lange warten, haben wir nicht mehr genug Zeit dazu. Juri atmet aus, davor bewahrt, ihren Gedanken zu Ende zu führen. Schade! Ist das okay für dich, Juri? Du siehst etwas niedergeschlagen aus. Es tut beleid, wenn du dich nicht darauf freust. Das ist es nicht. Ist schon gut. Juri lässt das Buch los, wodurch es zuklappt, mit meinen Daumen noch darin eingeklemmt. Alles gut. Ich werde wohl heute Abend noch etwas lesen. Oder hättest du es lieber, wenn wir zusammen weiterlesen? Es ist mir eigentlich egal. In dem Falle lese ich heute Abend noch ein wenig mehr. Nachdem die Geschichte etwas an Fahrt aufgenommen hat, wird es mehr Spaß machen, zusammen weiterzulesen, weißt du? Das ist ein gutes Argument. Dann solltest du die ersten beiden Kapitel alleine durchlesen. Alles gut. Ich stehe auf. Ich merke mir, wo ich beim Buch bin und stecke es dann in meine Tasche. Oh, oh, die wird, glaube ich, ein richtiger Psycho. Wem soll ich zuerst mein Gedicht zeigen? Juri. Hat eigentlich diese Reihenfolge auch einen Einfluss auf die Geschichte? Sehen wir mal, was du für heute geschrieben hast. Juri starrt mit überraschter Miene auf das Gedicht. Gefällt es dir? Gnudrun. Wie hast du dir das so schnell angeeignet? Erst gestern hatte ich dir noch von Techniken erzählt, die du vielleicht etwas üben solltest. Vielleicht ist das der Grund? Du hast mir das echt super erklärt. Ich habe wirklich versucht, mehr Bildsprache zu verwenden. Juri schluckt sichtlich. Sogar ihre Hände scheinen zu schwitzen. Das bin ich nicht gewohnt. Was genau? Ich weiß es nicht. Ist schon in Ordnung, lass dir Zeit. Juri atmet und sammelt ihre Gedanken. Ich weiß, dass Juri gern erst nachdenkt, bevor sie etwas sagt. Daher signalisiere ich ihr mir meine Geduld. Ja, es ist wohl nur so wertgeschätzt zu werden. Das hört sich wahrscheinlich echt dumm an. Aber zu sehen, dass jemand von dem motiviert wird, was ich geschrieben habe, das macht mich manchmal so glücklich. Heißt das, dass du nie jemandem deine Gedichte gezeigt hast? Juri nickt. Wirklich? Das kann ich kaum glauben. Ich schreibe eigentlich nur für mich. Es gibt Routen, die man wählt, je nachdem, mit wem du mehr Zeit verbringst. Oh, ich hoffe, dass die... Ihr wolltet Juri, ne? Ich hätte sie aber, glaube ich, auch genommen. Ich schreibe eigentlich nur für mich. Und außerdem... ...haben mich die Leute nur ausgelacht. Denkst du das wirklich? Juri nickt erneut. Hä? Selbst gute Freunde von dir? Darauf antwortet Juri nicht. Sie hat keine Freunde. Ich frage mich, warum. Wie dem auch sei, möchtest du mir das Gedicht zeigen, was du heute geschrieben hast? Ja, das will ich. Wenn ich es dir zeigen kann. Der Waschbär. Es geschah mitten in der Nacht, als ich... ...für einen späten Snack schnitt. Als ich Brot... ...brot. ...für einen späten Snack schnitt. Da merkte ich, wie von meinem Fenster ein Waschbär huschte. Ich glaubte, das war das erste Mal, dass ich meine merkwürdigen Neigungen als ungewöhnlicher Mensch bemerkte. Ich gab dem Waschbär ein Stück Brot. Mein Unterbewusstsein war sich sehr wohl den Konsequenzen bewusst, dass ein Waschbär, den man füttert, immer wieder zurückkommen wird. Die verführerische Schönheit meines Schneidemessers war das Symptom. Das Brot, meine hungrige Neugier, den Waschbären ein Drang. Der Mond erhöht seine Phase... Der Mond erhöht seine Phase und effektiv so viel mehr Licht von meinem Messer. Dasselbe Licht, das in den Augen meines Waschbärsfreundes funkelt. Oh Gott, sie will ihn abstechen. Ich schneide das Brot frisch und weich. Der Waschbär ist aufgeregt. Oder vielleicht projiziere ich nur meine Gefühle auf das gerade erst gesättigte Tier. Der Waschbär hat damit begonnen, mir zu folgen. Man könnte sagen, dass wir uns echt gut aneinander gewohnt haben. Der Waschbär wird immer häufiger und immer hungriger, weshalb ich mein Brot stets zur Hand habe. Wann immer ich zu meinem Messer greife, zeigt mir der Waschbär seine Erregtheit. Klassische Klassische Konditionierung. Ich schneide das Brot und sättige mich erneut selbst. Hat aber schon eine ganz schön komische Message, ne? Ähm, im Gegensatz zu gestern habe ich diesmal ein größeres Experiment gewagt. Das kann ich sehen. Es ist viel... Es hat sehr viele Metaphern. Ich weiß ja nicht, ob es an mir liegt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, worum es in diesem Gedicht geht. Das stimmt. Es entspricht mir einem bevorzugten Schreibstil. Das Gedicht ist eine Leinwand, aus der eine blühende Vorstellungskraft zum Ausdruck gebracht und so Gefühle mitgeteilt werden. Ja, wenn man es wörtlich nimmt, weiß nicht mal ich, was das bedeuten soll. Nun, unterschiedliche Leute können dadurch auf ihre ganz eigene Weise etwas für sich mitnehmen. Ich wollte mich ausdrücken, was ich beim Nachgehen meiner ungewöhnlichen Hobbys empfinde. Solche Dinge muss ich für mich gewöhnlich für mich behalten, daher schreibe ich manchmal gern darüber. Warum behältst du sie für dich? Weil... Sie sind peinlich und die Leute würden mich auslachen. Gibt es in deinem Leben nicht auch was genug drohen? Nun... Ja, ich denke schon. Ich denke, dass jeder sowas hat. Daher können wir uns am besten gegenseitig respektieren mit all unseren Stärken und Schwächen. Auch wenn das manchmal schwierig ist und uns verlegen macht. Ich würde mich wahrscheinlich hassen, wenn ich nicht gelernt hätte, mich mit all meinen Eigenheiten anzunehmen. Jetzt halte ich irgendwie eine Art Vortrag. Aber ich bin froh, dass du so ein guter Zuhörer bist. Wem soll ich als nächstes mein Gedicht vortragen? Ich nehme mal wieder die gleiche Reihenfolge, oder? Ich denke, das ist ein Hinweis, dass sie der Psycho ist wegen dem Messer und so weit, dass man ganz schon öfter vorhin im Gedicht... Ich bin sehr gespannt. Willkommen zurück, Knudrun. Wie läuft es denn so mit dem Schreiben? Ganz gut, schätze ich. Damit kann ich gut leben. Solange es nicht schlecht läuft. Ich bin froh, dass du vollen Einsatz zeigst. Vielleicht produzierst du ja schon bald ein Meisterwerk. Aha, darauf würde ich nicht wetten. Man weiß ja nie. Willst du mir jetzt zeigen, was du heute geschrieben hast? Klar, hier bitte. Ich gebe Monika mein Gedicht. In Ordnung. Gut gemacht, Knudrun. In meinem Kopf erklang beim Lesen ein... Oh, du hast die Metapher wirklich sehr schön eingesetzt. Es kommt für mich irgendwie überraschend, dass du einen so tiefsinnigen Text verfasst hast. Ich habe dich wohl unterschätzt. Ich bin ein Meister darin, die Erwartungshaltung anderer möglichst gering zu halten. So wird es mir immer hoch angerechnet, wenn ich etwas in Einsatz zeige. Das ist nicht fair. Tja, ich schätze, dass es aber funktioniert hat. Du wusstest, dass Yuri auf sowas steht, nicht wahr? Texte mit einer reichen Bildsprache und starker Symbolik. Ganz anders als Sayori, die mit einfachen und direkten Wörtern Gruseligkeit und Traurigkeit beschreibt. Yuri gefällt es, wenn dieser Leser selbst die Bedeutung erkennen müssen. Es ist eine große Herausforderung, auf diese Art und Weise zu schreiben. Beide ermöglichen es den Leser, etwas rein intuitiv aus dem Text zu nehmen. Oder sie als Nuancen bis in den kleinsten Detail analysieren zu können. Das erfordert jahrelange Übungen, die Yuri mittlerweile hat, schätze ich. Ich habe sie allerdings nie gefragt. Ich bin auch nicht ansatzweise auf ihrem Niveau. Darüber würde ich mir nicht allzu viel Sorgen machen. Mach einfach dein eigenes Ding. Erforsche weiter, was für dich funktioniert. Und lerne, indem du neue Dinge ausprobierst. Aber nichtsdestotrotz. Willst du jetzt mein Gedicht lesen? Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was mir einfacher fallen wird, wäre, wenn die Namen anders eingefärbt werden. Klar, zeig! Speichere mich. Die Farben, sie hören nicht auf. Helle, schöne Farben. Blitzend, wachsend, stechend. Rot, grün, blau. Ein endloser, missklang sinnlosen Lärms. Der Lärm, er hört nicht auf. Brutale, bohrende Schwallwellen. Quietschend, kreischend, stechend. Sinus, cosinus, tangente. Wie eine treibende Tafel auf einem Plattenspieler. Wie eine Vinylplatte aus einer Pizzakruste. Ein endloses Gedicht der Sinnlosigkeit. Lade mich. Äh, es ist doch abstrakter, als mein letztes war. So schreibe ich nur mal. Tut mir leid, wenn dir das nicht gefällt. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich sehe sowas zum ersten Mal. Ich spiele gern mit dem freien Raum auf Papier. Das kann den Ton des Gedichts total ändern, je nachdem, wo man die Worte auf die andere Seite anordnet. Es ist fast wie Magie. Die kurzen Zeilen verleihen ihnen das Gefühl, als wollten sie sich über den Lärm hinweg Gehör verschaffen. Verstehe. Ich habe aber immer noch Probleme damit zu verstehen, worum es geht. Manchmal geht es nicht darum, wovon ein Gedicht handelt. Ein Gedicht kann so abstrakt wie der reale Ausdruck eines Gefühls sein. Oder eine Unterhaltung mit dem Leser. In anderen Worten, nicht in jedem Gedicht geht es um etwas. Wie dem auch sei, hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Manchmal siehst du dich mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. In so einem Fall solltest du nicht vergessen, dein Spiel zu speichern. Oh, du weißt nie, wenn du deine Meinung änderst. Oder wenn du etwas Unerwartetes passiert. Oh Gott, was ist das für ein Hinweis? Oh Gott. Moment. Bezieht sich dieser Tipp überhaupt auf das Schreiben? Wovon rede ich überhaupt? Wie gruselig. Ahahaha. Das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank. Oh, oh. Das heißt, heute passiert eine Entscheidung, Leute. Wie witzig, dass sie das sagen. Wie witzig, dass sie das sagen. Wem soll ich als nächstes mein Gedicht zeigen, Sayori? Oh, das gefällt mir, Knutrun. Darum schreibst du schön deine Gefühle. Das freut mich. Und trotzdem. Anhand deines Tonfalls meine ich zu erkennen, dass dir das von gestern besser gefallen hat. Äh. Da hast du mich wohl ertappt. Manchmal kennst du mich besser, als du mir lieb bist. Du musst nicht versuchen, Dinge schön zu reden. Wenn ich schlechte Arbeit abliefere, dann will ich das auch hören. Nein, nein. Ich mag das hier wirklich. Du weißt doch, dass ich dich nie anlügen würde. Nie im Leben. Hm, ja, das denke ich schon. Was hebt das Gedicht von gestern denn so genau von dem hier ab? Äh, tja, ich bin nicht so gut darin zu beurteilen, ob Gedichte gut oder schlecht sind. Aber genau deswegen lasse ich mein Herz entscheiden. Wenn sich in mir Gefühle regen, dann muss es ein Gedicht sein. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Aber ich schätze, dass das Ausdruck von Gefühlen ein recht wichtiger Teil ist. Ja, vielleicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für Gedichte dir überhaupt gefallen. Ja, mir auch nicht. Äh, warum probierst du nicht zumindest darüber nachzudenken? Oh, willst du etwas für mich schreiben? Das ist so süß. Ja, genau. Du denkst allerdings immer an andere Leute. Und ab und zu musst du auch mal an dich denken. Wenn du das nicht tust, wirst du vielleicht irgendwann mal verletzt werden. Oh, oh. Nun, ich verstehe zwar nicht, was du damit meinst, aber ich werde versuchen, es mir zu Herzen zu nehmen. Naja, wie auch immer. Okay, sehen wir mal. Hm. Tja, ich schätze, dass ich fröhliche Gedichte mag. Aber warte, manchmal mag ich auch traurige Gedichte. Manchmal bin ich ein bisschen von beiden. Dafür gibt es doch ein Wort, oder? Schizophren. Ah, das Wort liegt mir auf der Zunge. Bitter süß. Ha. Ich mag Dinge, die fröhlich sind und traurig. Fröhlich und traurig? Ich kann mir bei dir nur schwer vorstellen, dass du traurige Dinge magst. Nun. Meistens mag ich auch fröhliche Dinge. Aber ab und zu hat man eine kleine Regenwolke im Kopf. Und ein trauriges Gedicht hilft dabei, die Regenwolke etwas mit Liebe zu schenken. Hallo, Joystick. Boah, nice. Du spielst okidoki. Ja, wir wurden gerade schon darauf hingewiesen, dass wir das Spiel speichern sollen, weil abartige Dinge passieren. Äh. Sayori, das ist so überraschend poetisch. Äh, ist es das? Vielleicht werde ich langsam doch besser darin, meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Dankeschön, Sarah, für einen Stufe 1 ab. Vielen Dank. Danke, Knudrun. Dann sollte ich dir jetzt wohl besser schnell aufschreiben. Jetzt darfst du auch mein Gedicht lesen. Flaschen. Ich schraube meinen Schädel auf wie den Deckel der Keksdose. Es ist mein geheimer Ort, wo ich all meine Träume aufbewahre. Kleine Sonnenscheinbälle, eng zusammengekuschelt wie kleine Kätzchen. Ich greife hinein und hole mit Daumen und Zeigefinger einen heraus. Es ist warm und prickelnd. Jetzt aber keine Zeit verschwenden. Ich stecke ihn in meine Flasche, damit er sicher ist. Und ich stelle die Flasche auf das Regal mit all den anderen Flaschen. Glücklich Gedanken, glücklich Gedanken, glücklich Gedanken in die Flasche. Alle schön in die Reihe. Meine Sammlung verschafft mir viele Freunde, die lachen. Jede Flasche ein Sternenlicht, um etwas gut zu machen. Nacht für Nacht mehr Träume, Freund um Freund mehr Flaschen. Tiefer und tiefer reichen meine Finger. Wie bei der Erkundung einer dunklen Höhle, um die Geheimnisse zu entdecken, die sich in allen Ecken und Enden verbergen. Graben und graben. Ich blase den Staub von der Flasche hinfort. Stand die Zeit etwas still an diesem Ort? Ein leeres Regal wäre kein Erzieher. Meine Freunde schauen durch die verschlossene Tür. Endlich fertig, ich öffne meine Freunde treten ein. Sie kommen hereinspaziert in großer Eil. Begehren sie meine Flasche so sehr? Verzweifelt hole ich sie vom Regal eine von der anderen. Für jeden einzelnen Freund halte ich sie hin. Jede einzelne Flasche. Aber immer wenn ich eine loslasse, zerspringt sie am Boden zwischen meinen Füßen. Glückliche Gedanken, glückliche Gedanken, glückliche Gedanken in Scherben. Über den ganzen Boden verteilt. Sie waren doch für meine Freunde, meine Freunde nicht lächeln. Sie flehen schreiend irgendetwas, aber alles was ich höre ist Echo, Echo, Echo in meinem Kopf. Das ist krank. Heilige Scheiße. Sayori, hast du das wirklich geschrieben? Natürlich habe ich dir gestern nicht gesagt, dass ich das beste Gedicht aller Zeiten schreiben werde. Ja, aber wichtiger Tipp, halte beim Spielen von Doki Doki immer den Spielordner offen. Da ändert sich schnell später viel. Ist wirklich relevant. Was? Meinen Spielordner soll ich offen halten? Warum das? Machst du mir Angst? Was? Ja, aber ich hätte sowas von nun nicht von dir erwartet. Monika hat mir viel beigebracht. Siehst du später. Okay, ich bin, ich habe Angst. Und in letzter Zeit habe ich mein Gefühl viel besser verstanden. Das kann ich sehen. Es ist schon fast gruselig. Gruselig? Nun, nicht wirklich. Ich bin einfach ganz normal, das passt schon. Ich habe Angst. Nun, nicht wirklich. Vielleicht, weil ich sonst immer so fröhlich bin. Ach, ist auch egal. Ich denke so viel drüber nach. Letztendlich ist das Ergebnis prima, da solltest du stolz drauf sein. Ach, danke. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es mir bestimmt war, mich so auszudrücken. Es hilft mir sogar, meine eigenen Gefühlen besser zu verstehen. Das Schreiben ist wie Magie. Du hast dich richtig dafür begeistert, hä? Ja, hoffentlich kannst du das beibehalten. Ja, das Schreiben ist echt super. Ich werde bis an mein Lebensende schreiben. Ja, jetzt machen wir mal langsam. Sayori hatte schon immer die Angewohnheit, sich in Sachen hineinzusteigern, um sie dann noch nicht einmal eine Woche wieder links liegen zu lassen. Ob das wohl einer dieser Fälle ist? Aber angesichts der Leidenschaft in ihren Augen ist es schwierig, pessimistisch zu sein. Ah, okay, Elmigo, da bin ich ja gespannt. Kann ich dann die Sachen auch laden in einem Ordner nachher später? So, Natsuki. Hm, dein letztes Gedicht gefiel mir besser. Äh, ernsthaft? Ja, schon. Es ist klar zu sehen, dass du damit ein größeres Risiko eingegangen bist. Aber dafür bist du noch nicht gut genug. Es ist dir misslungen. Das mag sein, aber ich wollte etwas anderes probieren. Ich versuche immer noch, das alles zu verstehen. Ganz schön hart, ne? Die hasst mich richtig. So. Ich versuche immer noch, das alles zu verstehen. Ich mag halt immer die Gedichte, die sich ganz einfach lesen lassen. Ich hasse es, wenn Leute so hochgestochen schreiben oder mehr Bedeutung hinzufügen, indem sie nervige, komplizierte Wörter gebrauchen. Gedichte sollen einfach süß und treffend sein. Juri steht ja voll auf diesen mysteriösen Unsinn, aber ich schaue jeden Mist. Ha! Die Leser mit all diesen tieferen Bedeutungen Mist zu überladen, ist doch nur Tarnung dafür, dass es eigentlich gar keine Bedeutung gibt. So kann man das wohl auch sehen. Naja, jeder hat recht auf seine Meinung. Aber meine Meinung ist die beste. Da hast du mittlerweile bestimmt schon verstanden. Oh Gott, die ist aber unsympathisch. Äh. Egal. Hier ist auf jeden Fall mein Gedicht. Vielleicht lernst du ja was. Amy mag spinnen. Wisst ihr, was ich über Amy gehört habe? Amy mag spinnen. Ekle, hafte, haarige, krabbelige, hässliche Spinnen. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Amy hat eine schöne Singstimme. Ich höre, wie sie mein Lieblingslied... äh... mein Lieblings... ...lied... ... ... ...gesungen hat. Als sie den Refrain erreichte, klopfte mein Herz im Rhythmus der Worte. Aber sie mag spinnen. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Ich hatte mich mal böse am Bein verletzt. Amy half mir auf und brachte mich zur Krankenschwester. Sie versuchte nicht von ihr berührt zu werden. Sie mag spinnen. Also sind ihre Hände wahrscheinlich eklig. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Amy hat eine Menge Freunde. Ich gehe immer, wie sie mit anderen Leuten... Ich sehe immer, wie sie mit anderen Leuten redet. Wahrscheinlich redet sie über Spinnen. Hm, deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Es ist egal, ob sie andere Hobbys hat. Es ist egal, ob sie es für sich behält. Es ist egal, ob es niemandem schadet. Es ist eklig. Sie ist eklig. Die Welt ist ohne Spinnenliebhaber besser dran. Und ich werde es jedem sagen. Finde ich voll interessant, weil das kannst du ja auch auf was anderes projizieren. Wenn zum Beispiel jemand, äh... ...gegen... ...keine Ahnung... ...gegen Homosexuelle ist. Und der Mensch ist eigentlich perfekt, aber er mag keine Spinnen. Oder er ist homosexuell, deswegen würde ich mit ihm nichts zu tun haben. Wenn ich ein starkes Gedicht war, das zeigt nämlich, wie dumm es eigentlich ist. Nicht schlecht, was? Es ist viel länger als das von gestern. Das gestern war zu kurz. Ich musste mich erst aufwärmen. Hoffentlich hast du nicht gedacht, dass ich nicht mehr drauf habe. Nein, natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall ist die Botschaft in diesem Gedicht ziemlich eindeutig. Ich muss es dir wohl klar um erklären. Manchmal kann man komplizierte Themen mit viel einfacheren Analogien erklären. Und es hilft Leuten zu erkennen, wie dumm sie sich verhalten. Ja. Ich finde, es war ein gutes Gedicht. Jeder würde zustimmen, dass es sich in diesem Gedicht um einen dummen Trottel handelt. Kennst du so jemand? Natürlich. So denkt jeder über meine... Holy shit! Leberwurst, danke für fünf Stufe 1-Saps. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallo, Leberwurst. Ach, das ist lustig. Juri hat gestern so etwas Ähnliches geschrieben. Hä? Hast du das Juri gesagt? Ja. Sie sagte, dass eines ihrer Gedichte von einem ihrer ungewöhnlichen Hobbys handelt. Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber sie hat so etwas in der Art zu dir gesagt, dass die Leute sie nicht gegenseitig wegen solchen Dingen verunsichern sollten. Ernsthaft? Nun, ich meine, Juri ist schon recht seltsam, daher bezweifle ich keine Sekunde, dass sie entsprechend komische Hobbys hat. Danke, Origon Kelch, für vier Monate. Nicht, dass daran etwas falsch wäre. Ach, das ist nicht... Ich würde sie ja nicht deswegen verurteilen oder so. Natsuki hat Probleme, die richtigen Worte zu finden. Ich sollte wohl versuchen, nicht so gemein zu ihr zu sein. Wenn sie wegen ihrem seltsamen Verhalten und all dem Zeug verlegen ist... Ich meine, ich hasse es immer, wenn Leute mich verunsichern. Und Juri hat mich gestern verunsichert. So wie du es gesagt hast, hört es sich fast an, als hätte sie ihre Lektion gelernt. Tja, das würde ich so sagen. Obwohl ihr Schreibstil sich von deinem unterscheidet, wird die Botschaft in deinem Gedicht sich immer würdiger. Schließlich kann ich das am besten. Mir ist es wichtig, mit dem, was ich schreibe, eine Botschaft rüberzubringen. Zum Beispiel ist das Vermitteln von Gefühlen wichtig. Aber ich will, dass die Leute auch nachdenken und nicht nur von Emotionen berührt werden. Vergiss das nicht. Ich werde für morgen auch ein gutes Gedicht schreiben. Du darfst dich schon mal freuen. Okay. Okay, Leute, wir haben alle Gedichte der anderen gelesen, richtig? Ich habe für heute was Besonderes geplant. Wenn ihr euch also alle hier vorne hinsetzen könnt, geht es um das Festival? Nun, irgendwie schon. Oh, müssen wir dann wirklich etwas für das Festival planen? Es ist ja nicht so, dass wir in nur wenigen Tagen etwas Interessantes auf die Beine stellen können. Wir werden uns nur blamieren und ganz sicher keine neuen Mitglieder für uns gewinnen. Diese Sorge habe ich auch. Ich kann nicht wirklich gut mit irgendwelchen Aktionen auf den letzten Drücker umgehen. Macht euch nicht zu viel Sorgen. Wir halten es ganz einfach, okay? Es werden nicht mehr als ein paar Dekorationen nötig sein. Sayori hat an dem Poster gearbeitet und ich habe ein paar Heftchen entworfen, die wir während der Veranstaltung verteilen können. Okay, das ist ja alles ganz wunderbar und so, aber jetzt wissen wir trotzdem immer noch nicht, was wir mit der Veranstaltung vorbereiten werden. Ach ja, tut mir leid. Ich dachte, ihr hättet schon davon gehört. Wir werden etwas vortragen. Vortragen? Monika. Danke, lieber Wurscht. Vielen, vielen Danki. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute. Wir werden alle jeweils ein Gedicht auswählen und das dann während der Veranstaltung vortragen. Aber richtig cool ist, dass wir alle, die Lust dazu haben, einladen, ebenfalls Gedichte vorzutragen. Das ist keine gute Idee. Sayori schreibt das auf alle Poster, damit sie alle, die dazu Lust haben, entsprechend vorbereiten können. Hehe. Sayori, die an einem Poster gearbeitet hat, hebt es hoch, damit wir es alle sehen können. Machst du Witze, Monika? Du hast doch nicht etwa damit begonnen, die Poster aufzuhängen, oder? Äh, nun, das habe ich. Hältst du es wirklich für eine schlechte Idee? Nein. Es ist keine schlechte Idee, aber du solltest wissen, dass ich denen nicht zugestimmt habe. Ich werde auf keinen Fall irgendetwas von einer Gruppe und Leuten vortragen. Ich stimme in der Zoki zu. Ich könnte nie im Leben so etwas tun. Juri schüttet bei der reinsten Vorstellung daran vor lauter Angst den Kopf. Nein, schreibt Juri. Ich verstehe ihren Standpunkt durchaus. Vergiss nicht, dass es erst wenige Tage her ist, dass Natsuki und Juri überhaupt zum allerersten Mal ihre Gedichte mit anderen geteilt haben. Es ist etwas zu viel verlangt, ihre Gedichte in einem Raum voller Leute laut vorzutragen. Das habe ich wohl irgendwie übersehen. Das tut mir leid. Aber! Ich denke immer noch, dass wir unser Bestes versuchen sollten. Nur wir halten das Schicksal des Clubs in unseren Händen. Wenn wir an der Veranstaltung teilnehmen und jeder eine gute Lösung abliefert, dann wird das andere inspirieren, es uns nachzutun. Und je mehr Leute vortragen werden, desto besser können wir alle zeigen, worum es bei der Literatur eigentlich geht. Es geht darum, seine Gefühle auszudrücken, mit sich selbst eine innere Beziehung einzugehen, neue Horizonte zu entdecken und Spaß zu haben. Das stimmt. Und genau aus diesen Gründen sind wir heute alle hier im Club. Wollt ihr das nicht mit anderen teilen? Sie dazu inspirieren, dieselben Gefühle zu erforschen, die euch überhaupt hierhergebracht haben? Ich weiß, dass ihr das wollt. Wir alle wollen das. Und wenn es dazu mehr nicht braucht, als zwei Minuten lang vor einer Gruppe von Leuten zu stehen und ein Gedicht vorzutragen, dann weiß ich, dass ihr dazu in der Lage seid. Azuki und Juri bleiben stumm. Sayuri blickt besorgt. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich stimme zu. Ich denke nicht, dass das zu viel verlangt ist. Ich finde, dass Sayuri und Monika sich sehr angestrengt haben, neue Mitglieder zu rekrutieren. Da ist es doch das Mindeste, wenn wir ihnen ein wenig helfen. Nun, vielleicht aber... Anscheinend sind Natsuki die Argumente ausgegangen. Ach. Okay, gut. Ich muss mich dann wohl einfach überwinden. Alles gut. Puh. Danke, Natsuki. Was ist mit dir, Juri? Juri blickt niedergeschlagen in die erwartungsvollen Gesichter der Andere. Ich habe dann wohl keine andere Wahl. Ja, dann waren das ja wohl alle. Du bist die Beste, Juri. Diesen Club wird mich... Dieser Club wird mich doch ins Grab bringen. Wahrscheinlich ist es sogar so, ne? Du, meine Güte. Es wird schon alles gut gehen, Juri. Aber nichtsdestotrotz gehen wir zusammen zum Hauptteil der Veranstaltung über. Ich möchte, dass ihr alle eins eurer eigenen Gedichte auswählt. Wir werden üben, sie vor Publikum vorzutragen. Niemals! Monika! Das geht zu schnell. Wenn du dein Gedicht nicht einmal vor Leuten im Club vertragen kannst, wie willst du es dann vor Freunden schaffen? Oh nein. Keine Sorge. Das Spiel fällt unter Psycho-Horror. Echt? Horror? Ich werde anfangen, damit sie alle etwas entspannt und wohler fühlen. Echt? Unter Horror? Darf ich als nächstes? Natürlich. Okay, dann sehen wir mal. Monika blättert auf der Seite nach dem Gedicht, das sie für sich eingeplant hatte durch ihr Notizbuch. Dann stellt sie sich hinter das Podium. Der Titel des Gedichtes lautet Ihre Art zu fliegen. Ahem. Monika beginnt mit dem Rezitieren ihres Gedichts. Ihre hell, selbstbewusste Stimme füllt den Raum. Doch das ist nicht alles. Ihre Aussprache ist makellos. Sie versteht es perfekt, in jede vorgetragene Zeile die passende Emotionen zu legen und durch die Worte zum Leben erwachen. Hat sie das etwa schon früher einmal getan oder ist sie einfach ein Naturtalent? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das ist mein erstes Playthrough. Ich sehe mich im Raum um. Alle Augen ruhen auf Monika. Sayori blickt staunend auf sie. Yuri macht eine angeschränkte Miene, die ich nicht deuten kann. Schließlich ist Monika fertig. Wir alle applaudieren. Monika ab und durch und lächelt. Das war super toll, Monika! Vielen Dank. Ich wollte mit gutem Beispiel vorangehen. Bist du bereit, dein Gedicht vorzutragen, Sayori? Ich bin die Nächste. Oh, Yuri! Plötzlich mit Feuer und Flamme bei der Sache! Yuri hält ein Stück Papier fest in ihren Händen und steht auf. Mit gesenkten Kopf läuft sie durchs Sympodium. Das Gedicht heißt... Yuri schaut nervös einen nach den anderen an. Du schaffst das, Yuri! Es heißt Nachbild eines blutroten Auges. Yuri beginnt mit zitternder Stimme das Gedicht vorzulesen. Kurz zuvor hat sie praktisch geweigert, genau dies zu tun. Warum engagiert sie sich auf einmal so sehr, nachdem sich Yuri durch die ersten Zeilen gekämpft hat, ändert sich ihre Stimme. Dieser Wechsel ist fast mit dem zu vergleichen, was passiert, wenn Yuri in ihre Bücher abtaucht. Die ist so ein bisschen unberechenbar, oder? Das Spiel kann schon Psycho werden genug. Aber Horror? Märchenstunde am Samstag. Genau. Kurzer Tipp an alle, dieses Spiel ist sehr krank und nichts für schwache Nerven. Ich bin so gespannt, weil jetzt gerade mit der Musik es wirkt alles so glücklich. Ihre bebenden Worte verwandeln sich in die scharfen Silben einer furchtlosen, selbstbewussten Frau. Die Struktur des Gedichtes überrascht mit vielen Wendungen, die sie mit perfektem Timing sehr artikuliert vorträgt. Es wird ein seltener Einblick in das wild, lodernde Feuer erwähnt, das Yuri in ihrem Kopf verschlossen hält. Plötzlich ist sie fertig. Sie alle sind sprachlos. Yuri landet wieder in der Gegenwart und sieht sich um, als wäre sie von sich selbst verblüfft. Ich? Es liegt an mir, die Situation zu retten. Ich beginne als Erste zu applaudieren. Die anderen stimmen den Applaus ein und wir lassen Yuri ihre verdiente Anerkennung zuteil werden. Es ist nicht so, dass wir nicht für sie applaudieren wollten. Aber wir wurden so überrascht, dass wir es vergessen hatten. Während unseres Applaus drückt Yuri das Gedicht gegen ihre Brust und all zu ihrem Platz zurück. Yuri, das war richtig gut. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Yuri sieht plötzlich so ausgelaugt aus. Okay, dann bin wohl ich die Nächste. Zayori springt auf ihren Stuhl auf und läuft plötzlich zum Podium. Dieses hier heißt meine Wiese. Ähm, tut mir leid, ich habe gekichert. Zayori, es ist viel schwerer als gedacht. Wie habt ihr das nur so geschafft? Ach, sie ist nicht so, als ob du es für andere Leute vorträgst. Stell dir lieber vor, dass du es für dich selbst rezitierst. Es ist dein Gedicht, daher wird es auf jeden Fall für die bestmögliche Art und Weise präsentiert werden. Verstehe, verstehe, nun gut. Zayori beginnt mit ihrem Gedicht. Ihre sanfte Stimme passt irgendwie perfekt zu ihren Worten. Das Gedicht besitzt nicht dieselbe eine ungestüme Heiterkeit, die Zayori hat. Es ist gelassen und bittersüß. Es hätte mich nicht so beeindruckt, wenn ich es auf dem Papier gelesen hätte, aber durch Zayoris Stimme erhält es fast eine ganz besondere Bedeutung. Vielleicht wollte Zayori darauf hinaus, als sie sagte, dass ihr meine Gedichte gefallen. Es ist, als könnte ich tiefer in die Seele einer Person vordringen, von der ich geglaubt hätte, dass ich sie schon in- und auswendig kenne. Das Spiel gibt es auf Deutsch tatsächlich, ja. Hallo, Törtchen. Zayori ist fertig und wir applaudieren. Ich habe es geschafft. Gut gemacht, Zayori. Sogar Knutrum gefiel es. Das ist dann wohl ein gutes Zeichen. Soll es überhaupt bedeuten? Das kam sehr gut rüber, Zayori. Die Stimmung des Gedichtes passt sehr gut zu dir. Aber es könnte sein, dass diese Art des Vortrags für andere Gedichte nicht so gut funktioniert. Oh, das verstehe ich nicht. Mit anderen Worten, ich habe andere Gedichte von dir gesehen, zu denen diese sanfte Art des Sprechens nicht passen würde. Sie könnten etwas mehr Kraft beim Vortragen vertragen, je nachdem, was du gerade vorliest. Oh, ich weiß, was du meinst. Dann, das ist nun genau diese Sache, die habe ich geübt. Es ist nur peinlich, das vor allem zu machen. Das nächste Mal werde ich euch bei etwas herausforderndes Gedicht auswählen. Schließlich haben wir nicht mehr viel Zeit. Okay. Okay, wer ist jetzt dran? Natsuki? Ich will nichts vor Knutrun lesen. Es ist ja nicht so, dass ich euch vergleichen würde. Dann ist jetzt Knutrun an der Reihe und die Ansprüche der anderen etwas herunterzuschrauben, bevor ich dran will. So eine Sau. Scha! Scha! Natsuki! Ist schon gut, ist schon gut. Ich kann es auch einfach hinter mich bringen. Allerdings kann ich nicht gerade auf eine große Auswahl zurückgreifen. Ich muss wohl einfach das vortragen, was ich für heute geschrieben habe. Ich stehe auf und stelle mich vor das Podium. Alle sehen mich an, was mich ganz schrecklich nervös macht. Ich trage mein Gedicht vor. Da ich alles andere als selbstbewusst bin, was meinen Text angeht, fällt es mir schwer, das Gedicht mit dem nötigen Elan vorzutragen. Ich erhalte am Ende Applaus. Tut mir leid, dass ich nicht so gut wie die anderen war. Mach dir nichts draus, nicht zu viel Sorgen. Es dreht sich hier viel weniger um deine Fähigkeiten, sondern vielmehr um dein fehlendes Selbstvertrauen in die Gedichte zu bewahren. Aber das wird sich im Laufe der Zeit verbessern. Ja, vielleicht. Also gut, damit bleibst nur noch du, Natsuki. Ja, ja. Ich mach ja schon. Natsuki erhebt sich widerwillig von ihrem Platz und läuft zum Podium. Das Gedicht heißt... Es heißt... Warum seht ihr mich alle so an? Weil du etwas vortragen wirst. Wie auch immer, das Gedicht heißt Sprung. Natsuki atmet durch. Kaum beginnt sie mit dem Vortrag des Gedichtes, verflüchtigt sich ihre grießgrämige Stimmung etwas. Zwar legt sie immer noch wenig Begeisterung an den Tag, aber ihr Gedicht besitzt durchaus Rhythmus und Reim. Es ist in dem für Natsuki typischen Stil verfasst und überzeugt überraschend gut, wenn es laut vorgetragen wird. Die Worte scheinen auf- und abzuspringen, wodurch sie dem Gedicht Leben einhauchen. Natsuki ist fertig und alle applaudieren. Sie läuft krummelt zu ihrem Platz. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Du hast leicht reden. Bring mich ja nicht nochmal dazu, sowas zu machen. Nun, fühlst du dich jetzt zumindest ausreichend vorbereitet? Naja, es wird viel einfacher sein, als es vor anderen Leuten zu tun. Für die Leute kann ich mich so geben, wie ich will. Aber wenn es nur für meine Freunde ist, dann ist es peinlich. Das ist überraschend, Natsuki. Für mich wäre es andersrum einfacher. Tja, so ist das nun mal. Nun, in dem Fall musst du dir für das Festival ja keine großen Sorgen machen. Ich wollte auch übrigens allen für eure Mitmachen danken. Es mag schwierig sein, aber hoffentlich habt ihr jetzt alle eine Vorstellung davon, was euch erwartet. Sucht euch auf jeden Fall ein Gedicht aus und übt einige Male vor dem Festival, okay? Ich werde die Heftchen machen, also lasst mich vorab wissen, was ihr vorgetragen werdet. Oh Mann, ich sollte mir dafür wohl besser ein anderes Gedicht aussuchen. Das ist auch okay. Ich muss es ja auch gar nicht, es muss ja auch gar nicht dein eigenes Gedicht sein. Ich bin eh angenehm überrascht, dass du dich so eifrig um den Club arrangierst. Das macht mich echt glücklich. Ja, gar kein Problem. Okay, Leute, das wäre dann alles, für heute. Lass uns versuchen, für morgen wieder Gedichten zu schreiben, auch wenn das Festival bald vor der Tür steht. Bis jetzt hat das echt super funktioniert, da möchte ich das gerne beibehalten. Und was das Festival angeht, wir schließen morgen die Planung dafür ab und dann können wir uns am Wochenende darauf vorbereiten. Montag ist der große Tag. Ich kann es kaum erwarten. Ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Hallo gut. Ich stehe auf. Es wird völlig unmöglich sein, mit demselben Enthusiasmus wie Sayori und Monika an die Sache zu gehen, aber ich werde versuchen, mich so gut es geht. durch die Sache zu kämpfen. Was, ich dachte, sie wollte den Stream beenden? Was, warum? Ach so, weil die das gerade gelesen hat. Und um Monika zu beeindrucken. Ich werde also mein Bestes geben müssen. Können wir also, Sayori? Ja. Sieh, 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 Heimweg. Das ist schon recht niedlich, nicht wahr? Mensch, Mensch, Leute, mach dich so eine große Sache draus. Es muss aber schön sein. Nun, äh, wie bitte soll ich auf sowas antworten? Ist schon in Ordnung, Nudron, du musst nichts sagen. Wie auch immer, lass uns gehen. Wie die immer alle so behaupten, dass ich von irgendwem was will. Ich gehe erneut mit Sayori nach Hause. Es hat sich in den wenigen Tagen bereits sehr viel verändert. Aber heute ist Sayori auf dem Heimweg etwas ruhiger als sonst. Hey, Sayori! Entschuldige, ich war an meinen Gedanken auf meinen anderen Planeten. Ach, das erklärt es. Ähm, ich, ich habe etwas von vorn nachgedacht. Ich mag es, wie wir, ich meine, Sayori sucht nervös nach Worten online, bitte nicht. Nun, nehmen wir an, dass dich eines Tages Juri fragt, ob du mit ihr nach Hause gehst. Hä? Was würdest du tun? Was für eine Frage ist das denn bitte? Du bringst mich ganz schön verlegen halt. Hä? Nun. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, peinlich. Oh Gott, unangenehm. Nun, dann würde ich halt mit Juri nach Hause gehen. Ich würde immer nach, noch mit, ich gehe mit Juri nach Hause. Nun, dann würde ich mit Juri nach Hause gehen, sage ich. Juri. Juri. Mit Juri nach Hause gehen. Warum lässt der Gedanke daran mein Herz schneller schlagen? Ich meine, ich würde mich schlecht fühlen, ihre Bitte abzulehnen, wo es doch so schwierig für sie ist, auf andere einzugehen. Ist sie nicht so hübsch und clever? Das hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Ja, du hast es zugegeben. Oh Mann. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, über Dinge zu spekulieren, die eh nicht passieren werden. Na gut, vielleicht, aber ich denke halt gerne drüber nach. Schon bald wirst du mich nicht mehr brauchen, weißt du? Dich brauchen? Sayuri. Ich habe keinen blassen Stimmer, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Entschuldige. Jeder ist anders und niemand im Club kann dich ersetzen. Hm, wenn du meinst. Die Unterhaltung verstummt und hinterlässt bei mir ein komisches Gefühl im Magen. Aber es war ja eigentlich auch ihre eigene Schuld, mich so eine seltsame Frage zu stellen. Ich kann sie eigentlich einfach nicht anlügen. Ich will ihr niemals die Sache nehmen, ob sie glücklich, ich will ihr keine Sachen sagen, die sie nicht glücklich machen. Darum sage ich auch, dass es keinen Sinn ergibt, wild zu spekulieren. Aber andererseits ist das Festival schon in wenigen Tagen. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Also Monika kann ich nicht abchecken irgendwie, ne? Ich hole mir mal kurz einen kleinen Snack zu essen und dann pute ich das für euch und dann machen wir hier weiter. in der Kranken-Scheiße, Leute. Traurigkeit oder Laune? Was ist wieder für sie? Eins? Mh-mh. Echt eins? Nein, das war falsch. Juri, meine ich. Wieso wollt ihr jetzt alle sagen Juri? Schmollen? Inkonkurrent. Gefällt doch schon wieder ihr. Baden-Zug-Fantasy-Dürftig-Rosa-Herz- Kuss, Häschen-Schicksal? Kuss, Häschen-Schicksal? Biel-Narben, Tragödie. Tragödie oder Narben? Die ist aber echt ganz schön düster, ne? Also, das ist schon krass. Tragödie? No! Federspaß, kaputt, Urteil, verachten. Yes. Wirbelwind, Valentin, Lippenstift, Endlos, Verschmutzung, Fliehen, Nachthemd, Verleugnen, Unkontrollierbar. Das bestimmt sie, oder? Bin ich mal gespannt. Ja. Ambiente, Flauschig, Lebhaft, Charme, Sommer, Freude, Erinnerung, Glitzer, Geheimtourisch, Laut. Ambiente war es, oder? Hörnchen sind hier. Da. Es schmeckt ja. Es schmeckt. Hat geschmeckt. Am Hörnchen? Besorgnis, Trösten, Verzeihens, Rose, Deckel, Elektrizität, Herzschlag, da weiß ich es gar nicht. Besorgnis, yes. Trauer, Familie, Süßigkeit, Weinen, Lebensfreude, Existenz, Gefrister, Unglück. Unglück oder Weinen, würde ich sagen, oder? Ja. 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 Unglück, Unglück, oder? Nein, Scheiße, das war für sie. Tanzen, Tod, Schmerz, Albern, also Schmerz oder Tod wird es wahrscheinlich sein, oder? Hmm. Oh, was? Tod gefällt der? Ja, Scheiße. Maus, Allein, Natur, Lachen, Toll, Explodieren, Farbe, Warme, Party, Kätzchen. Explodieren, oder? Leute, wir schneiden nicht gut ab. Konzentration. Allein. Nein, allein gefällt auch ihr. Sprung, Tränen, Spielplatz, Munter, Empfinden, Landschaft, Wangen, Freude, Dunkel. Warte mal, ihr kleinen Schweinchen, macht das gerade mit Absicht. Die wollen das mit Absicht machen. Ich speichere jetzt mal ab. Nein, ihr Schweine! Ihr Schweine, ihr macht das mit Absicht. Ich hasse euch. Nein, ich will aber nicht die jetzt ändern. So, ich mach das jetzt ohne euch. So, Socken, extrem. Ruhig. Ich guck nicht mehr in den Chat jetzt. Intellektuell. Wut. Ah, scheiße, wunderbar. Desortieren gefällt ihr. Schwindelgefühl, unheimlich, Maxi. Depressionen, Zielstrebigkeit, Qualvoll, Welpe, Begierde, Horror, Glüge, Unvergnügen, Philosophie. Ihr seid richtige Schweine, wisst ihr das? Soll ich mich vielleicht auf die andere Seite machen, Leute? Eigentlich muss ich immer das Gegenteil machen von dem. Horror. Sie mag doch Horror, oder? Yes. Klebrig, zusammen, Vanille, Stubst, Sternenhimmel, Außergewöhnlich, Verwirrung, Puff. Glückseligkeit, Blutrot. Universum, Leidenschaft, Universum, mag sie doch, mag sie doch, mag sie doch, oder? Yes. Oh, ihr seid voll die Schweinchen. Ach, Mensch. Ich bin wieder das Letzte hier. Keine Sorge, ich bin auch gerade erst gekommen. Hast du wieder Klavier geübt? Ja. Aha. Du musst echt viel Willensstärke haben. Zuerst gründest du diesen Club, übrigens lernst du Klavier spielen. Nun, vielleicht nicht so viel Willensstärke, aber schätze doch Leidenschaft. Vergessen nicht, dass es den Club ohne euch alle nicht geben würde. Auch weil die Juri und Sayuri bei traurigen Sachen ähnlich sind. Voll, voll schwer. Aber die Schweinchen wollten jetzt ja auf einmal, dass ich mich für die anderen entscheide. Deswegen haben sie mir die ganzen Sachen falsch reingeschrieben. Hallo Bacon, es geht darum, dass wir uns eine von diesen Frauen abchecken müssen und die werden uns wahrscheinlich dann alle gegenseitig umbringen. Ich bin echt so glücklich darüber, dass ihr auch alle beim Festival mitmachen wollt. Aber ich kann es kaum erwarten. Das wird so toll werden. Hast du dich gestern noch nicht darüber beschwert, Natsuki? Nun ja, ich werde ja auch nicht über unseren Teil des Festivals. Es dreht sich ja um einen ganzen Schultag, an dem wir Spiele und jede Menge köstliche Dinge essen können. Du hörst dich jetzt plötzlich wie Sayuri an. Monika, ob die wohl auch Gerichte mit Mon haben? Gerichte mit Mon? Das ist ja schon ein recht spezifischer Essenswunsch. Ach, komm schon. Willst du damit etwas sagen, dass du keinen Mon magst? Gerade du? Äh, ich hab ja nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag, aber was genau meinst du gerade? Darum! Es steckt doch irgendwie in deinem Namen. Monika! So spricht man meinen Namen doch gar nicht aus. Und außerdem ergibt der Witz in einer anderen Sprache gar keinen Sinn. Das ist aber witzig. Ach, ist auch egal. Konzentrieren wir uns zunächst auf das, was wir für den Tag geplant hatten, okay? Ja, ja. Deine Reaktionen sind ähnlich so witzig wie die von Yuri und Sayuri. Entschuldige. Wo ist Sayuri überhaupt? Oh, da bist du ja. Sayuri sitzt an einem Tisch in der Ecke des Zimmers und starrt Gedanken verloren auf dem Boden. Oh Gott. Oh Gott. Die ist richtig fertig, weil wir uns für die anderen entschieden haben. Oh. Ich geh zu ihr hinüber. Ich speichere mal. Hallo, Sayuri. Ich wedle mit meiner Hand vor ihrem Gesicht. Ah. Du bist schon wieder weggetreten. Ah. Ey, es tut mir leid. Danke schön, Waldschiller, für 17 Monate, ey. Vielen Dank. Dein Film ist super geworden. Tolle Premiere. Dankeschön. Ich hab den... Ich hab's DC. Ja, ich hab Plus gekauft. Stör dich... Stör dich nicht an mir. Du kannst mit jeder anderen reden. Hä? Alles in Ordnung? Natürlich. Warum sollte das denn nicht sein? Ich habe nur den Eindruck, dass du irgendwie komisch drauf bist. Entschuldige bitte meine Annahmen. Oh Mann, du machst dir viel zu viel Sorgen um mich. Mir geht's gut, siehst du? Sayuri zeigt mir ein breites Lächeln. Ich will dich nicht davon abhalten, mit all den anderen hier Spaß zu haben. Okay, gut. Wenn du das sagst... Ich begebe Soktsu ja Sayuri, bevor ich mich wieder zu den anderen begehe. Aber alle beschäftigen sich schon wieder mit ihren eigenen Sachen und die Unterhaltung ist verstummt. Vielleicht sollte ich Monika fragen, ob ihr in letzter Zeit etwas an Sayuri aufgefallen ist. Da sie ja für das Festival üben, verbringen sie sicher viel Zeit miteinander. Ich nähere mich vorsichtig Monika, die durch einige Dokumente auf ihren Tisch blättert. Nutrun. Was gibt's denn? Das mag jetzt vielleicht etwas seltsam klingen, aber ist dir in letzter Zeit etwas an Sayuri aufgefallen? Etwas an ihr aufgefallen? Wie meinst du das? Vielleicht sehe ich ja auch nur Gespenster, aber sie scheint heute recht niedergeschlagen zu sein. Oh, findest du? Ich kann nicht sagen, dass ich etwas bemerkt hätte. Monika wirft einen Blick auf Sayuri, die träge ein Radiergummi von oben nach unten über den Tisch zieht. Vielleicht liegt ihr doch etwas auf dem Herzen. Aber es überrascht mich, dass ich mit dieser Frage zu dir komme, Knutrun. Schließlich kennst du sie viel besser als ich. Ja, aber in solch einer Stimmung kenne ich sie gar nicht. Sie hat immer mit mir über Dinge geredet, die sie belassen. Aber als ich sie dieses Mal fragte, war sie total abweisend. Entschuldige, ich weiß, dass es nicht dein Problem ist. Ich wollte nur fragen, ob du etwas weißt, daher werde ich jetzt damit aufhören. Nein, nein, es ist mir auch wichtig. Nun, ich bin ja schließlich auch mit ihr befreundet und das Wohlergehen meiner Clubmitglieder liegt mir im Herzen, weißt du? Vielleicht versuche ich selbst, einmal mit ihr zu reden. Willst du das wirklich? Auch für mich macht sie den Eindruck, dass sie in Ruhe gelassen werden will. Bist du sicher? Vielleicht findet sie es etwas schwierig, mit jemandem ganz Speziellen darüber zu reden. Jemand ganz Speziellen, er stellt sie aber auch dumm, ne? Was meinst du damit? Ich will damit nur sagen, dass die Sache, die auf dem Herzen liegt, vielleicht du bist, Knutrun. Ich? Wie in aller Welt kommst du darauf? Nun, ich sollte wahrscheinlich nicht zu viel zu sagen, aber Sayori redet mehr über dich als über alles andere, weißt du? Äh, seitdem du in den Club eingetreten bist, ist sie viel fröhlicher. Es ist, als würde jetzt ein zusätzliches Licht in ihren Inneren scheinen. Was? Unmöglich. Sayori ist immer so, sie ist immer so ein Sonnenschein. Da gibt es keinen Unterschied zu früher. Oh Mann, du bist so ein witzig, Knutrun. Hast du dir schon mal überlegt, dass du sie, dass du sie nur immer so fröhlich siehst, weil sie sich in deiner Gegend hat zu verwehrt? Nein! Nein! Dieser Moment, wenn dir mal die Liebe gesteht, wo du schon weißt, tu es nicht! Sprich nicht aus! Ah, ich hab zu viel gesagt. Es tut mir leid. Was weiß ich schon schließlich davon. Vergiss einfach, was ich gesagt hab. Ich wollte ja keine voralligen Schlüsse ziehen. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Denk jetzt einfach nicht mehr drüber nach. Ah, alles gut. Ronika lächelt bedeutungsvoll. Ich weiß, sie hat gesagt, dass ich es vergessen soll. Aber mir ist jetzt schon klar, dass mir ihre Worte nicht mehr aus dem Kopf gehen werden. Monika steht auf und geht zu Sayori rüber. Ich beobachte, wie sie sich neben Sayori kniet und sanft auf sie einredet. Dabei spricht sie so leise, dass ich kein Wort verstehen kann. Ich seufze und setze mich. Ich weiß ja, was Sayori mir sagte. Ich soll mich nicht um sie sorgen und mit all den anderen Spaß haben. Aber das ist unmöglich, wenn sie sich so verhält. Wie viel bedeutet sie mir eigentlich, dass mich die ganze Sache so sehr mitnimmt? Jetzt habe ich das Gefühl, mich unmöglich zu verhalten. Aber ich kann nichts weiter tun, als Monika zu warten. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich beobachtet werde? Ich sehe mich im Raum um. Plötzlich bemerke ich, wie Yuri mich von ihrem Buch aus beobachtet. Aber im selben Moment wendet sie sich auch schon wieder verlegen ab. Mir wird klar, dass sie so nichts erreichen wird. Ich habe Yuri noch nie dabei gesehen, wie sie sich von sich aus jemandem zugeht oder eine Unterhaltung beginnt. Da bleibt mir wohl keine andere Wahl, als selbst auf sie zuzugehen. Mittlerweile ist das etwas einfacher für mich geworden. Ich stehe vor meinem Tisch auf und setze mich neben sie. Ich will dich ja gar nicht stören oder so. Entspann dich, du hast doch überhaupt nichts getan. Aber es war dir anzusehen, dass du mit deinen Gedanken alleine sein wolltest. Mit meinen Gedanken alleine sein? Wie konntest du nur wissen, dass ich das gedacht habe? Nun, so was mache ich oft. Daher haben mir deine Haltung und dein Gesichtsausdruck alles verraten, was ich wissen musste. Nicht, dass ich dich angestarrt habe oder so. So was Unheimliches mache ich nicht. Naja, auf jeden Fall hast du wohl recht. Es tut mir leid, wenn du dir meinetwegen Sorgen gemacht hast. Du musst dich nicht entschuldigen. Was auch immer dich bedrückt, geht nur dir etwas an, die deine Sorgen mit dir teilen wollen. Yeah, Team Yuri und alle anderen so. Das Spiel wird zu unschuldig und ruhig. Ja, ich bin echt gespannt, in wie viel Psycho sich es umwandeln wird. Er ist sehr ruhig, danach denkt man sich, so hätte ich nie das Spiel angefangen. So schlimm? Echt? Es wird verrückt. Natürlich gibt es da auch diejenigen, ja, wird es noch, ich bin so gespannt. Natürlich gibt es auch diejenigen, die den größten Trost darin finden, Dinge für sich zu behalten. Aber wenn du gerade darüber reden möchtest, höre ich dir natürlich zu. Ach, ist echt keine große Sache. Ich habe mir nur etwas Sorgen um Sayori gemacht. Sayori? Ja, sie scheint heute etwas neben sich zu stehen, aber als ich sie darauf ansprach, wollte sie mir gegenüber nicht zugeben. Da frage ich mich, ob ihr etwas zugestoßen ist. Oh, das ist ziemlich romantisch. Äh, entschuldige, ich wollte dich zum Miss sagen. Das ist es nicht. Ich will nur nicht, dass du das missverstehst. Es ist nur so, dass Sayori und ich schon sehr lange befreundet sind. Ach, verstehe. Dann ist es also ungewöhnlich für sie, dir gegenüber nichts offen ist. Oder vielleicht interpretiere ich da auch nur viel hinein. Knudrun, wir leben in einer weltvollen Bedeutung, die sich einem nicht auf den ersten Blick erschließt, sondern tief verborgen ist. Und ganz gleich, wie gut man jemanden kennt, jede Person besitzt viele unausgesprochene Geheimnisse. Äh, dann hältst du es also für möglich, dass doch etwas hinter all dem steckt? Hm. Ich halte Sayori für eine sehr vielschichtige Person. Ihr Verhalten passt nicht immer zu dem, was da gerade so durch ihren Kopf vorgeht. Und sie weiß auch vielleicht nicht immer, was sie will. Mir ist dir seltsames Verhalten heute auch aufgefallen. Und ich mache mir auch Sorgen um sie. Allerdings konntest du ja anscheinend nichts mehr an nichts anderes mehr denken, oder? Nun. Ich schätze, das stimmt wohl. Sayori, sie bedeutet dir sehr viel, nicht wahr? Äh, äh, ich denke schon. Aber so musst du das nicht formulieren. Wir sind halt nur gute Freunde, mehr nicht. Juri blickt mir plötzlich tief in die Augen. Ihr sanfter, neugieriger Blick durchdringt mich. Als suche sie nach etwas verlegen, wende ich meinen Blick ab. Manchmal sind die Geheimnisse einer Person nicht einmal ihr selbst bekannt. Und du, der dir, und du, der du so ehrlich und mitfühlend bist, könntest Gefühle entdecken, deren du dir gar nicht bewusst bist. Also sie ist der Meinung, ich will was von der, oder was? Oder was? Und sei wieder, und sei wieder lauf, sehr vielschichtig. Ich glaube, dass sie dich sehr glücklich schätzen könnte, wenn du so etwas wie sie empfinden würdest. Juri, du beschätzt mich da maßlos. Ich bin ziemlich einfach gestrickt. Da verstehe ich meine eigenen Gefühle recht gut. Ich bin bei weitem nicht so gebildet wie du. Das ist kein Kompliment, oder? Es ist, was es ist. Und nun ja, wo wir schon mal hier sind. Wie wäre es, wenn wir etwas lesen? Nun, sofern das für dich okay ist? Ja. Ich sollte eher an etwas anderes denken. Warum legen wir nicht los? Ja, los. Ich habe allerdings noch eine Bitte. Hättest du etwas dagegen, wenn ich erst noch Tee koche? Überhaupt nicht. Vielen Dank. Wenn es eine Sache gibt, die mir das Leben Lesen noch angenehmer macht, dann ist es ein guter Tee. Natürlich auch eine für dich. Juri steht auf und läuft zum Schrank. Ich folge ihr und bedobachte sie dabei, wie sie einen kleinen Wasserkrug vom Regal nimmt, einen mit einem integrierten Filter. Kannst du den einen Moment halten? Klar. Juri gibt mir den Wasserkrug und nimmt auch noch einen Wasserkocher heraus. Ich werde den am Lehrerpult einstöpseln und dann holen wir uns das Wasser. Sie läuft an mir vorbei und setzt den Wasserkoffer auf das Lehrerpult. Ich sehe einfach nur zu. Überraschenderweise sind ihre Bewegungen keinem Vergleich dazu, wie sie spricht. Insbesondere ihr langen Beine sorgen dafür, dass Juri sehr elegant und zielstrebig wirkt. Okay. Könntest du mir jetzt den Wasserkrug geben? Danke. Ich bin gleich wieder zurück. Ach, ich kann auch mitkommen. Ja, warum nicht? Sollen wir dann gehen? Ja. Wohin geht ihr zwei denn? Äh, wir wollen nur, Juri wollte Tee kochen. Mir wird plötzlich klar, wie seltsam diese Erklärung von Monika klingen muss. Wir holen nur Wasser für den Teekrug. Okay, tut mir leid, ich war nur neugierig. Ist das nicht eine Aufgabe für eine einzige Person? Hahaha. Das ist, Monika kümmert dich doch zu abwechseln an deine eigenen Angelegenheiten. Oder willst du mir etwa weismachen, dass etwas falsch daran ist, Knutruhen in Club, Clubaktivitäten einzubeziehen? Äh, mir fällt die Cleanlade runter. Ich, ich schätze, dass daran nichts falsch ist. Hm. Dann los, Knutruhen. Äh, Juri läuft schnell hinaus und ich folge ihr. Oh, jetzt wird's aber anders, ne? Selbst. Oh mein Gott, jetzt wird's langsam echt, jetzt wird's langsam dangerous. Hm. Hm? Sobald wir auf dem Gang sind, presst sie plötzlich ihre Stirn gegen die Wand. Das hab ich gesagt, ohne nachzudenken. Wie konnte ich nur so etwas sagen? Juri! Ich mag einfach nur, es war die Art und Weise, wie sie's sagt. Oh Gott, die wird zum Psycho. Die hat ihre Gefühle nicht unter Kontrolle, kann es sein? Es hat mich so gereizt. Was stimmt nur nicht mit mir? Nein, Juri, ich finde, dass du das Richtige getan hast. Es kam ruhig unerwartet, aber Monika hat auch kein Recht, einfach so über Leute zu urteilen. Knutruhen, wie kann es sein, dass wenn ich etwas Böse tue, du nett zu mir bist? Darum, nichts von dem, was du tust, ist so schlimm, wie es dir erscheint. Niemand ist perfekt. Wir alle haben Gefühle, die wir nicht unterdrücken können. Aber du steigerst dich immer so sehr in Dinge hinein. Deine Gedanken verwandeln einen leichten Nieselregen in einen Orkan. Oh, nein, solltest du mich für so etwas Schreckliches nicht hassen? Warum sollte ich dich hassen? Ich kann niemand dafür hassen, dass er Gefühle hat. Was für eine Art von Freund würde so etwas tun? Freund, sagst du? Ähm, um... Juri hebt den Kopf. Knutruhen, ich mag es wirklich sehr mit dir befreundet sein. Ah, danke Juri. Ich bin auch gerne mit dir befreundet. Irgendwie ist das komisch, das zu sagen, aber ich gebe alles, damit sich Juri besser fühlt. Wie auch immer. Ah ja, sollen wir gehen? Ja. Juri und ich laufen zum nächsten Wasserspender. Mit gefüllten Wasserkrugen machen wir uns auf den Rückweg zum Klassenzimmer. Oh oh. Knutruhen magst du? Oh, Long Johnson Tea? Ja, ich mag jeden Tee. Sehr gut. Juri stellt die Temperatur beim Wasserkocher auf 90 Grad ein. Jetzt sollten wir die Teekanne holen. Du hältst dich genau in die Zubereitungsregel, nicht wahr? Natürlich. Das gehört sich doch so, wenn man Tee für andere zubereitet. Auch wenn ich mich bei Tee gar nicht auskenne. Dann bist du in dem Fall noch mehr beeindruckt. Naja, vielleicht ist das sogar so. Juri nimmt die Teekanne und misst Teeblätter ab. Zu meiner Verwunderung beginnt sie dabei sogar vor sich hin zu summen. Du musst ja echt gute Laune haben. Echt jetzt? Ich habe es gezeigt. Und du hast es gemerkt. Ich habe etwas nachgedacht. Ich habe beschlossen, dass ich versuchen werde, mich etwas mehr zu öffnen. Wie es sich herausstellt, ist das gar nicht zu schwer für mich. Auf jeden Fall dann, wenn du in der Nähe bist. Ah, das ist großartig, Juri. Setz dich selbst und nicht so sehr unter Druck. Du machst dir ständig Sorgen um mich, Knudrun. Das ist sehr liebenswert. Das ist... Juri meint das ernst? Ich weiß nicht, ob ich damit mit Schritt halten kann. Ich sehe Juri dabei zu, wie sie für jeden von uns einen Tee einschenkt. Knudrun, ich habe noch eine Bitte. Dwayne, der Long Johnson Tee. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir heute auf dem Boden sitzen? Äh, warum das denn? Das ist etwas angenehmer für meinen Rücken. So kann ich mich beim Lesen an der Wand abstützen und muss nicht mit meinem krummen Rücken an meinem Tisch sitzen. Ah, entschuldige, das war gar nicht bewusst. Keine Sorge, ich habe recht regelmäßige Rückenschmerzen, die ich so gut wie es gehe versucht, in den Griff zu bekommen. Echt jetzt? Ich frage mich, was der Grund für die Rückenschmerzen sind. Es ist wahrscheinlich wegen meiner Titten. Meiner. Deiner Haltung, nicht wahr? Du bist beim Lesen immer nach vorne gebeugt. Oh ja, ich habe beim Lesen eine schreckliche Haltung, wenn ich mir Lönchen zu groß bin. Da muss man viel Rückentraining machen, Mädels. Hm. Warum sollten wir uns auf den Boden setzen? Gerne. Ich esse einen Salat. Ich werde mein Buch holen. Ich nehme mein Buch aus der Tasche. Ah, ich habe auch etwas Schokolade für uns. Es ist ein kleiner Beute mit Schokoladenbonbons, die außer Reichweite von Sayori-Süßigkeiten Radar versteckt hatte. Die sind die perfekte Ergänzung zum Tee. Juri und ich setzen uns mit dem Rücken an die Wand, die Tassen, Teeltassen stehen neben uns auf dem Boden. Wir nehmen beinahe synchron dieselbe Leserhaltung wie beim letzten Mal ein, wobei jeder von uns eine Seite des Buchs hält. Nur dieses Mal befinden unsere Körper sich noch nebeneinander beieinander. Ich kann nicht so gut sehen. Juri rutscht noch näher heran, bis sie sich unsere Schultern berühren. Wie soll ich mich da bitte auf das Lesen konzentrieren? Juri war schon immer irgendwie niedlich, aber wenn sie nicht so zaghaft ist, ist sie schon fast eine Nummer zu groß für mich. Oh, die geht jetzt ran, ne? Deine Teetasse. Juri reicht mir meine Tasse. Mit der Teetasse in der einen und dem Buch in der anderen Hand befinde ich mich in einer Position, die eine noch größere Herausforderung für meine Konzentration darstellt. Denn jetzt muss ich darauf achten, dass ich nicht versehentlich ihre Brust berühre. Und Juri hat von all dem überhaupt nichts mitbekommen. Ihr angespannter Gesichtsausdruck beim Lesen ist wie zurückgekehrt und ich kann nur vermuten, dass sie die Welt um sich herum ausgeblendet hat. Es bedarf meiner ganzen Willenskraft, um mich auf das Lesen zu konzentrieren. Nach einigen Minuten gelingt es mir endlich, mich ein wenig zu entspannen. Ich schiebe die Teetasse zwischen meine Beine und hantiere ungeschickt mit der Schokoladenverpackung herum. Ach, tut mir leid. Ich lasse kurz das Buch los und öffne den Schokoladenbeutel. Nimm dir so viel du magst. Oh, das ist... Ist schon okay, ich möchte keine. Bist du sicher? Nun, wenn ich mir welche nehme, verschmiere ich vielleicht die Seite. Ach, du hast recht. Dann hatte ich gar nicht gedacht, tut mir leid. Kein Grund, um sich zu entschuldigen. Ich halte das Buch. Bist du sicher? Natürlich. Juri öffnet das Buch mit beiden Händen. Sie hält es so, dass ich mühelos darin lesen kann. Das bedeutet, dass ihr linker Arm praktisch auf meinem Bein ruht. Nun, wenn das so ist, Juri liest wieder voller Konzentration. Ich nehme einen Schokoladenbonbon und stecke es mir in den Arsch. Dann nehme ich mir noch ein und halte es Juri vor die Nase. Sie blickt nicht einmal vom Buch auf. Sie öffnet leicht ihren Mund, als wäre dies das Normalste der Welt. Was aber bedeutet, dass ich jetzt nicht aufhören kann. Ich lege vorsichtig die Schokoladen in ihren Mund. Sie schließt ihren Mund wieder einfach so. Juries Gesichtsausdruck verändert sich plötzlich. Habe, habe ich da gerade? Juri sieht mich an, als warte sie auf eine Bestätigung über das, was gerade passiert ist. Meine Güte, tut ja gerade so, als werde ich ihn hier jetzt gerade am Snoozen machen. Knudeln. Genau, ein Schokozäpfchen aus dem Ass. Entschuldige. Das hätte ich wohl nicht tun sollen. Aber das ist... Nun, du wolltest mir nur helfen, sowas machen, Freunde, nun mal. Oder? Ich meine, nicht in diesem Zusammenhang, aber ja, mehr war da ja nicht. Ja, dann musst du auch nicht aufhören, oder so. Ich verstehe. Auf einmal ist die Situation extrem angespannt. Jury versucht sich wieder auf das Buch zu konzentrieren, aber ihr Gesichtsausdruck zeigt, dass es selbst ihr das jetzt nicht gelingt. Mein Herz rast. Ich nehme nervös ein weiteres Stück Schokolade, aber dieses Mal blickt Jury mich an. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Jury wendet ihren Blick nicht ab. Ich bemerke, dass sie ihr... ihr... Was? Dass sich ihr Brust im Rhythmus... Dass sich ihre... Da steht da fehlt ein E. Dass sich ihre Brust im Rhythmus ihres Atems hebt und senkt. Ich hebe meinen Arm. Lieber, beim ersten Mal öffnet Jury leicht den Mund. Aber jetzt ist es anders. Ich packe den Schmiel aus der Hose. Nein, Spaß. Ich nehme die Schokolade und lege sie in den Mund. Ich fühle ihren heißen Atem auf meinen Fingern. Okay, Leute! Unangenehm, das so detailliert zu lesen. Hat die das mit Absicht gemacht? Die will ja immer... Die interruptet ja immer. Kann es sein, dass die aus der Jury-Seite ist? Irgendwie unterbricht die uns immer bewusst. Ah! Jury zuckt zurück. Es wird Zeit, unsere Gedichte miteinander zu teilen. Genug, und du kannst Jury doch dabei helfen, die Teesachen wegzuräumen, oder? Ja, natürlich. Okay, danke. Der Zauber ist plötzlich verflogen. Ich werde... Ich werde mich um die Tasse kümmern. Ja. Jury hebt die Tasse vom Boden auf. Ich nehme den Beutel mit der Schokolade. Wir räumen schnell auf, ohne dabei auch nur ein Wort zu verlieren. Ich habe das Gefühl, dass keiner von uns den Mut hat, darüber zu sprechen. Mei, ihr habt euch ein Schokolädel ins Mäule gesteckt. So, mein Gedicht. Monika will davon abhalten, sich zu daten. Voll, merkt man voll. Aber warum? Weil sie Angst hat, dass er den Club kaputt macht? Das klingt so falsch, wenn man nur hört und nicht zuschaut. Hm. 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 Und Monika steht für Kultus unter Raptus. Wir fangen wieder mit Jury an. Knudrun, in den letzten Tagen sind deine Gedichte immer besser geworden. Jedes deiner Gedichte ist einfach spektakulär. Ich kann die Emotionen wirklich spüren. Bin sogar etwas neidisch. Nicht einmal mir ist das so zugeflogen. Jury, das ist der verkehrte Blickwinkel. Das ist mir überhaupt nicht zugeflogen. Aber dank dir konnte ich mich verbessern. Du bist mein Vorbild, mit dem ich nacheifere. Ah, wirklich? Jury lächelt samt vor sich hin. Dieses Gefühl. Ich bin so froh, dass ich die Chance hatte, mein Gedicht zu zeigen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das dabei empfinden würde. Ich erinnere mich, dass du das gestern gesagt hast. Ich kann es nicht glauben, dass du so gut in etwas bist und du es niemandem mitgeteilt hast. Hm. Es ist irgendwie schade. Vielleicht aber. Es ist ja nicht so, dass ich echt eine Wahl hätte. Was meinst du damit? Nun. Jury lächelt traurig. Knudrun. Ich esse in der Mittagspause allein. Wusstest du das? Ich kann mir in dieser Zeit ein ruhiges Plätzchen suchen und etwas lesen. Tatsächlich habe ich immer ein Buch bei mir. Man könnte also sagen, dass ich wirklich gerne lese. Tja, so kann man das auch sagen, aber in Büchern tummelt sich jede Menge wunderbarer, inspirierender Menschen. Menschen, die man Menschen, in die man sich verlieben will oder Menschen, von denen man weiß, dass sie ganz wunderbare Freunde werden könnten. Fröhliche Menschen, die immer ein Lächeln auf dem Gesicht zaubern oder scharfsinniger Denker und Problemlöser, die den Geheimnissen des Lebens auf der Spur sind. Wenn man das also auf dieser Perspektive betrachtet, dann verbringe ich jeden Tag mit Freunden. Darauf einen Schluck. Vergiss nicht zu speichern. Guter Punkt. Danke. Weißt du, um diese Freunde lachen mich nicht aus. Sie machen sich nicht darüber lustig, dass ich öfters etwas weggetreten bin. Sie lästern nicht über meine Figur und sie hassen mich nicht dafür, dass ich eine Besserwisserin bin. Die Leute sagen das über dich. Ich bin keine besseren, besseren Knudrun. Ganz im Gegenteil, ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich mit den Leuten reden soll. Ich weiß nicht, wie ich die Leute dazu bringen kann, mich als normal anzusehen. Ich weiß ja nicht mal, wie ich mich selbst glücklich machen kann. In mir gibt es all diese Gefühle und ich kann sie nur verarbeiten, indem ich lesen und schreibe. Aber jetzt, seitdem ich sie mit dir teile, ist mir bewusst geworden, was sie mir all die Zeit fehlte. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, das stimmt nicht. Die Tatsache, dass du geduldig und respektvoll bist, das ist mir sehr wichtig. Ich weiß, dass ich eine schwierige Person bin, Knudrun. Ich rede zu langsam. Ich hinterfrage mich ständig. Ich interpretiere zu vielen Sachen hinein, aber jedes Mal hast du mich einfach wie jeden anderen behandelt. Es kommt so selten vor, dass ich mich in Gesprächen mit anderen wohlfühle und jedes Mal, wenn ich mit dir rede, fühle ich mich einfach sehr glücklich. Verstehe. Tja, ich behandle dich einfach so wie jede andere, wie du es verdient hast, Juri. Du solltest alle anderen in den Wind schießen, die das nicht so sehen. Ich bin schließlich in den Club getreten, um Freunde zu finden und ich würde sagen, dass ich mindestens ein Erfolgserlebnis hatte. Siehst du das nicht auch so? Wenn du das sagst. Ja. Wir sind echt Freunde, oder? Hör auf mich zu Friendzone! Ich will doch in deinen Cupcake. Juri legt den Kopf in ihre Hände, aber dieses Mal tut sie es lächelnd. Willst du mir dein Gedicht zeigen? Ja. Das will ich. Ich hole es dir. Strand. Ein wunderbar. Ich finde ihre Schrift so älter zu lesen. Hallo alle. Schön, dass ihr da seid. Tatsächlich bringt Speichern so gut wie gar nichts. Echt? Warum? Ein Wunder, dessen Entstehung Millionen des Jahres dauerte, wo der Schoß der Erde chaotisch auf die Oberfläche tritt. Unter einem klaren blauen Himmel ist es eine Weite des Glücks, aber unter grauen Wolken ist es ein endloses Enigma. Die Welt, in der man am leichtesten verloren gehen kann, ist die, in der sich alles finden lässt. Man kann eine Sandburg nur da bauen, wo der Sand nass ist. Aber wo der Sand nass ist, da reicht das Wasser der Gezeiten hin. Wird es behutsam dein Fundament unterspülen, bis du nachgibst? Oder wird dich eine plötzliche Welle in einem Augenblick einstürzen lassen? Das Resultat ist so oder so dasselbe. Dennoch bauen wir Sandburgen. Ich stehe, wo die Gischt meine Fußknöchel umspült. Ich finde die Schrift ein bisschen schwer zu lesen. Wo meine Zähne im Sand versinken. Die salzige Luft ist wohltuend. Die Brise ist sandbar kräftig. Tiefer versinke ich meine Zähne in den endgültigen Grenzen von schaumigem Wasser und von Ichi, der einen Stufe 1 abdagelassen hat. Drehe ich mich und lasse mein Glück zurück, damit ich es aus... damit ich es am Ufer ausgewaschen wird. Treibe ich voran, kehre ich auf ewig zurück. Danke, Ichi, für dieses tolle Gedicht. Ähm, mir ist schon bewusst, dass der Strand eher ein inhaltsloses Thema ist. Ich habe versucht, eine metaphorische Heranzgegenweise zu wählen. Du hast das... Du sagst das so, als wolltest du nicht einmal darüber schreiben. Oh, ich weiß nicht. Nach dem Vorfall von gestern sind Natsuki und ich nun... Es war amüsant, dass wir auf so unterschiedliche Arten und Weise über das Ähnliche geschrieben haben. Da wollte ich Natsuki das wieder über dasselbe Thema schreiben, damit man wohl unsere unterschiedlichen Schreibstile besser vergleichen kann oder unser Denkvorgänge. Naja, es war ihre Idee. So etwas überrascht mich bei ihr ja eigentlich nicht. Sie will bestimmt nur angeben. Nicht, dass ich besonders großes Interesse an ihren Schreibstil hätte. Ich habe einfach nur ihren Wunsch entsprochen. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht zu abwechseln, mal über etwas Banales zu schreiben. Wer weiß. Es kann ja ganz erfrischend sein. Es tut mir auf jeden Fall gut und... Ab und zu meinen Gedankenwirrwarr zu entheben. Ja, ich glaube, das stimmt. Danke, Ichi, für das tolle Gedicht, sich verbeugt. Hallo, alle. Danke, dass du davon erzählt hast. Gänchen spielen wir auch noch, ja. Ich gucke mal, wie ich morgen vorankomme. Auf jeden Fall streamen wir morgen auch noch mal. Ich, 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 ich rede die immer emotionslos. Monika, ey, ey, Monika. Hallo, Knutrun. Hast du schon darüber nachgedacht, welches Gedicht du für das Festival einreichen willst? Nun. Mitgliedschafts im Clubs ist ja das eine, aber von einem Haufen von Leuten Gedicht vortragen, darüber muss ich noch etwas nachdenken. Okay, mach dir keinen Stress. Aber wie du dich auch entscheidest, du wirst bestimmt Erfolg haben. Es würde mich auch sehr glücklich machen, das zu sehen. Ha, ha, ha. Na, dann sehen wir uns einmal das heutige Gedicht an. Klar. Monika nimmt mir das Gedicht aus den Händen. Das ist echt gut. Es hat ganz den Anschein, dass du immer mehr deinen eigenen Stil findest. Und du, deine Bildsprache ist viel besser als in deinem letzten Gedicht. Ich frage mich, ob dich Juris Schreibstil inspiriert hat. Hm. Ich schätze schon. Es steht ja außer Frage, dass sie talentiert ist. Nein. Da hast du absolut recht. Ich finde ihre Gedichte am romantischsten. So kann man das am besten beschreiben. Sobald sie sich ans Schreiben macht, ist sie eine ganz andere Person. Das ist mir aufgefallen. Und wenn sie über Literatur redet, scheint es gerade aus ihr herauszustrahlen. Hm. Allerdings ist es schwer, ein persönliches Gespräch mit ihr zu führen. Du darfst mir glauben, dass ich es probiert habe. Mann, wegen euch habe ich jetzt der anderen gefallen. Wer weiß, was in ihrem Kopf vorgeht. Hoffentlich meinst du das nicht negativ. Nein, natürlich nicht. Ich will damit nur sagen, dass ich mir wünschen würde, dass sie etwas offener wäre. Aber trotzdem, wenn du sie so verteidigst, musst du ja ganz schön auf sie stehen. Äh. Das hast du völlig missverstanden. Ah, beruhige dich wieder. Ich mache doch eine Scherze. Wie mir alle einreden wollen, dass ich von der was will. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass sie schon einen Freund hat. Warte, was? Echt? Ja, zumindest einen fiktiven. Monika flüstert mir den letzten Satz fast zu. Es ist deine Vermutung, aber tja, nicht, dass daran etwas falsch wäre. Oh ja, sicher doch. Ich meine ja nur, wie auch immer. Ich werde dir jetzt mein Gedicht zeigen, okay? Ähm. Haben wir jetzt über... Ah, sie redet über Yuri. Okay. Dann habe ich es verlesen. Okay. Also sie redet über Yuri. Yuri hat einen Freund. Du, wofür mache ich mir eigentlich die ganze Zeit Mühe, du blöde... Oh. Die Frau, die alles weiß. Eine alte Geschichte handelt von einer Frau, die über die Erde wandelt. Ja, aber gut. Die Yuri hat ja vorhin gesagt, sie verliebt sich sogar in Typen in einem Buch. Also. Deswegen wahrscheinlich einen fiktiven aus dem Buch. Eine schöne Frau, die jede Antwort gefunden hat. Jeden Sinn, jeden Zweck und alles, was sie je geworden ist. Und hier bin ich. Eine Feder. Ich treibe am Himmel den Launen des Windes ausgesetzt. Tag für Tag bin ich auf der Suche. Ich suche mit wenig Hoffnung, da ich weiß, dass Legenden nicht existieren. Aber wenn mir alles andere missglückt ist, wenn alle anderen sich von mir abgewandt haben, bleibt mir nur noch die Legende der letzte matte Stern, der in der Dämmerung und der am Wind funkelt. Am Himmel funkelt. Bis eines Tages der Wind aufhört zu blasen. Ich falle. Ich falle, ich falle, ich falle und sogar noch weiter, sanft wie eine Feder, eine trockene Schreibfeder, ausdruckslos. Aber eine Hand fängt mich zwischen ihren Daumen und Zeigefingern auf. Die Hand der schönen Frau. Ich sehe in ihre Augen und finde kein Ende ihres Blicks. Die Frau, die alles weiß, sie weiß, was ich denke, bevor ich sprechen kann, entgegnet sie in einer hohlen Stimme. Ich habe jede Antwort gefunden, doch es ist alles Unbedeutend. Es ergibt keinen Sinn, es gibt keinen Zweck. Wir suchen nur das Unmögliche. Und mit einem Atemzug bläst sie mich wieder in die Luft und mit meinen Windstoß erfasst. Schön. Weißt du, das Leben erhält durch Dinge wie das Lernen und Suchen nach Antworten Bedeutung. Ich will hier ja nicht allzu philosophisch erscheinen oder so, aber dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen und darum habe ich darüber geschrieben. Verstehe. Ich denke nie allzu sehr darüber nach. Das ist auf eine ganz eigene Weise schon paradox. Würde die Welt nicht all ihre Bedeutung verlieren, wenn wir alle Antworten hätten? Mir ist aber eine Sache aufgefallen. Alle im Club scheinen lieber über Traurige als über fröhliche Themen zu schreiben. Aha, das überrascht dich. Ich meine, wenn es keine Probleme geben würde, dann hätten wir ja nichts, über das wir schreiben können. Menschen sind keine zweidimensionalen Wesen. Du solltest es besser wissen. Du meinst wohl eindimensional. Aha, ja, genau. Die dem auch sei... Oh, oh, was heißt das jetzt? Ist doch komisch, oder? Das ist aber kein Spiel für tagsüber. Wieso? Warum? Was ist... Ist sie ein Monster? Weil sie gerade sagt, hat zweidimensional... Ach, ich meine eindimensional. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Das wäre einfach Team Nachtaktiv. Hindert dich deine Schüchternheit daran, deine Gedichte mit anderen zu teilen, weil du befürchtest, dass sie nicht gut genug sind? Es kann einen schon sehr entmutigen, nur eine zurückhaltende Reaktion auf etwas zu bekommen, ist, dass man so viel Herzblut gesteckt hat. Aber wenn du andere Leute findest, die auch gerne schreiben, wird das Teilen viel einfacher. Denn statt dir einfach nur zu sagen, dass dein Gedicht gut, okay oder schlecht ist, konzentriert sie sich lieber auf das, was du hineingesteckt hast und auf die Dinge, an denen du noch arbeiten kannst. So ist es viel ermutigender und du fühlst dich daran bestärkt, dich immer mehr zu verbessern. Das ist dann schon fast so, als hättest du deinen ganz eigenen kleinen Literaturclub oder nicht. Das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie alle hier spitz drauf sind, dass ich durchdrehe. Wem sollte ich das nächste Gedicht zeigen? Das ist Ayori. Hm, es ist schon ganz in Ordnung. Ach komm schon, ich kann jetzt schon erkennen, dass dir nicht gefällt. Nun, mach dir keine Sorgen, was ich denke. Schließlich hast du es doch für jemand anderen geschrieben, nicht wahr? Wahrscheinlich für Juri. Hm? Ich habe das nicht für eine andere Person geschrieben. Vielleicht. Das habe ich damit nicht gemeint. Aber es ist schon okay. Du bliebst neue Freundschaften, so wie ich es erhofft habe. Es macht mich sehr glücklich. Und du bist doch glücklich, oder? In diesem Club. Nun, natürlich bin ich das. Gut. Das ist mir am allerwichtigsten. Danke, Knutrun. Sayori. Stimmt etwas nicht? Hä? Nein, alles in Ordnung. Ich bin heute nur ein bisschen müde. Hä? Alles gut. Sag einfach, wenn du etwas brauchst. Das werde ich. Mach dir um mich keine Sorgen, okay? Du kannst jetzt mit den anderen spielen. Wenn du darauf bestehst. Juhu. Ich werde heute etwas früher nach Hause gehen. Sayori? Sag Monika, dass ich mich nicht gut fühle, okay? Ich sehe dich morgen. Bevor ich noch was sagen kann, läuft Sayori fröhlich somit aus dem Klassenzimmer. Ist sie gestört? Ha! Du hast anscheinend wirklich nichts gelernt. Ich frage mich ernster, warum ich überhaupt Hoffnung gemacht habe. Das habe ich nicht... Ich dachte... Äh... Was habe ich falsch gemacht? Du musst in Gedichten keine tiefsinnigen Wörter verwenden, um etwas auszudrücken. Das hört sich so erzwungen an. Ehrlich gesagt versuche ich dich gar nicht erst an dieser Art von Gedichten. Bis du dasselbe Niveau wie Yuri erreicht hast. Tatsuki unterbricht sie plötzlich selbst. Sack. Jetzt bloß nichts. Äh... Du willst doch nicht... Du willst doch nicht Yuri beeindrucken, oder? Wovon redest du? Und sprich nicht so laut. Du weißt, dass Yuri diese Art von Existenzangst liebt. Nur weil sie eine talentierte Autorin ist, heißt das nicht. Ich meine... Ah! Anscheinend stecke ich in Schwierigkeiten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich getan habe, aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich satt! Natsuki schiebt mein Gedicht wieder zurück in meine Richtung. Nimm dein blödes Gedicht! Falls du es für jemand anderen geschrieben hast, zeig es mir einfach nicht. Autsch. Was habe ich davon, wenn ich es erlaube, dass sich ein jüngeres Mädchen in meine Angelegenheiten einmischt? Will die auch was von mir? Nur als Gedankenleser wäre mir wohl eine Welt voller Schmerz erspart geblieben. Wenigstens war Natsuki nicht das Mädchen, das ich eigentlich beeindrucken wollte. Aber wirklich, ey. Ich habe mir nicht mal ihr Gedicht gezeigt. Okay, ihr drei. Wir haben jetzt alle Gedichte miteinander geteilt, oder? Warum überlegen wir dann nicht einmal... Warte mal. Geht das nur so, oder hast du da gerade was Seltsames gesagt? Äh. Es war irgendwie anders als sonst. Das stimmt. Du hast nicht deinen üblichen Spruch gesagt, dass du den Club angesprochen hast. Spruch? Ich habe keinen Spruch. Oh Mann. Warum herrscht denn heute solch eine komische Stimmung? Nicht mal Yuri ist dagegen immun. Oh. Stehende Luft ist ein unmissverständliches Omen dafür, dass etwas Schreckliches passieren wird. In deinen Büchern vielleicht. Das Einzige, was anders ist als sonst, ist, dass Sayori nicht hier ist. Oh. Da hast du wohl recht. Seufz. Sayori sorgt immer dafür, dass es hier nicht so ernst zugeht, nicht wahr? Man könnte fast sagen, dass wir alle etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Wo ist sie denn eigentlich jetzt schon wieder hin? Ich dachte, sie muss nur pinkeln. Natsuki, könntest du dich etwas gewählter ausdrücken? Ach, komm schon. Ach, sie fühlt sich nicht so gut und ist früher nach Hause gegangen. Echt jetzt? Hoffentlich geht's ihr gut. Ernsthaft? Du suchst dir genau den Tag, um nicht zusammen mit ihr nach Hause zu gehen, an dem es ihr schlecht geht? Das ist ja eine tolle Romanze. Äh, nein. Hör erstens auf, damit meine Freundschaft mit Sayori so falsch zu verstehen. Und zweitens, sie ging mir heute irgendwie den ganzen Tag aus dem Weg, da wollte ich mich nicht aufdrängen. Och. Ausgerechnet Yuri macht sein merkwürdiges Gesicht. Beruhigt euch, Leute. Ich habe vorher mit ihr geredet, alles ist in Ordnung. Was hat sie gesagt? Nun gut, wir müssen auf jeden Fall noch über die restlichen Vorbereitungen für das Festival reden. Legen wir fest, womit sich jeder an diesem Wochenende beschäftigen wird. Ich weiß schon, was ich tun werde. Das stimmt. Natsuki wird Kalks backen, aber wir werden viele davon brauchen, in verschiedenen Sorten. Bekommst du das denn alles hin? Herausforderung aufgenommen. Und was mich angeht, ich werde all die Heftchen mit den Gedichten drucken und zusammenstellen. Sayori wird beim Design helfen. Und was Yuri betrifft. Yuri, du kannst, äh, Leute, könnt ihr mir helfen, etwas für Yuri zu finden? Ich, ich bin netzlos. Nein! Das stimmt doch gar nicht. Du bist die talentierteste Person von uns allen. Jetzt schmollt auch noch Natsuki. Oh Mann, da sehe ich ja sogar... Ich habe das Sayori noch nie hoch genug angerechnet, aber jetzt sehe ich, dass es ohne sie für dich noch schwieriger ist als sonst. Das mag sein. Ja, wenn ich es nicht schaffe, mich als Leiterin auch allein zu behaupten, dann habe ich mich als Person nicht wirklich sehr weiterentwickelt. Also, Yuri, du hast doch eine schöne Handschrift. Daher solltest du einige Bann und Dekoration entwerfen für das passende Ambiente. Ambiente? Was das angeht, ich... Ich liebe Ambiente. Juri sich das zurückverändert, sie schlagartig, sie blickt konzentriert auf ihren Tisch und nickt mit dem Kopf. Wie ich sehe, feuern deine Synapsen schon auf Hochtouren. Das ist so krass. Haha, ich bin gespannt, ob viel anders im Plus ist. Ich bin auch gespannt. Das ist großartig. Du wirst eine wunderbare Hilfe sein, Juri. Aber nichtsdestotrotz bleibst nur noch du und Gnutruhen. Der einzig wirklich Nutzlose. Haha, sag doch sowas nicht. Tatsächlich, sowohl Natsuko als auch Juri haben ziemliche Mammutaufgaben vor sich. Das wäre ja super hilfreich, wenn du eine von beiden unterstützen würdest. Natürlich kannst du auch mir helfen. Das würde ich sehr schätzen wissen. Ach, das ist... schlägt Monika da etwa gerade vor, dass ich das Wochenende mit einem Mädchen auf einem Club verbringen soll? Wie in aller Welt werde ich mich entscheiden. Juri macht... Ich hätte gern... Er hätte gegen etwas Hilfe nichts einzuwenden. Es ist egal, wie du nicht backen kannst. In der Küche gibt es immer genug Hausarbeit, die ich erledigen muss. Nicht, dass Monika mir die Wahl lässt. Und so soll es auch nicht nur nutzlos herumsitzen. Natsuki murmelt einige weitere Entschuldigungen dieser Art vor sich hin. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, Natsuki, hattest du erwähnt, dass du das Backen gern allein erledigen willst. Oh Gott, Gnutruhen will dir vielleicht gar nicht helfen, wenn er dir doch nur lästig ist. Daher wäre es vielleicht viel besser dafür geeignet, mir mit den Dekorationen zu helfen. Warte mal, das habe ich noch nie gesagt. Wie schwierig kann es bitte schön sein, ein paar Dekorationen zu basteln? Für mich hört sich das viel mehr danach an, dass du nach Entschuldigungen suchst damit, Gnutruhen. Was? Willst du damit sagen? Es handelt sich um eine Aufgabe, die äußerst genau ausgeführt werden muss. Und Backen ist das nicht? Und was bitte glaubst du? Leute, Leute, beruhigen wir uns alle mal für einen Moment. Letztendlich muss Gnutruhen entscheiden, wem er helfen will. Außerdem, er hat doch keine Gelegenheit dazu gehabt, etwas Zeit mit mir zu verbringen. Also wird er sicher daran interessiert sein. Du hast im wahrsten Sinne des Wortes gerade gesagt, ich bin auch überrascht. Tut mir echt leid. Ich wollte ja nur sagen, oh Mann, können wir das jetzt endlich entscheiden? Ja, Gnutruhen, das ist doch okay für dich. Schließlich musst du am Ende entscheiden. Äh, natürlich. Äh, also gut. Wenn das so ist, alle sehen mich direkt an, aber natürlich entscheide ich mich für Scheiße. Sayori, Punkt, 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 Monika, Juri. Jetzt kann ich Monika nehmen. Wenn ich jetzt Monika nehme, kann ich Monika anbaggern? Mann, das wird immer beschissener. Aber kann ich eigentlich auch Monika machen? Würde gern speichern. Wir machen jetzt Juri, Team Juri und dann später, ich habe gespeichert, machen wir Monika. Juri. Am meisten kann ich mich, am meisten kann ich wohl Juri helfen. Mir? Ist das dein Ernst? Warum willst du? Natsuki, ich sehe es dir an, dass du etwas Gemeines sagen willst. Nein, ich meine ja nur, will Natsuki auch was von mir? Äh, dann wirst du also Juri helfen, Gnutruhen? Ja, das werde ich. Das freut mich, ich habe die schlechte Angewohnheit, zu viel über die Art von Dingen zu grübeln. Daher kann ich deine Hilfe echt gut gebrauchen. Das hört man gerne. Natsuki, schaffst du das mit dem Backen allein? Ja, ich denke schon. Ich sage doch schon, dass ich das hinbekomme. Okay, okay. Jeder spürt, dass Natsuki etwas angefressen ist. Nun, wäre das dann alles, was wir besprechen wollten? Ja, das war alles. Seid ihr schon aufgeregt? Tja, aufgeregt trifft es ganz gut, aber ich denke, dass ich mich schon ein wenig freue. Geht es dir auch so, Gnutruhen? Mir? Tja, man könnte wohl sagen, dass ich auf das Ergebnis erneugierig bin. Mehr will ich gar nicht hören. Und Natsuki, was ist mit dir? Natsuki? Was? Warum schreit ihr mich an alle an? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Nein, so meinte ich das gar nicht. Juri blickt jeden einzelnen Raum nervös an. Es tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht, warum Gnutruhen mich gewählt hat. Und außerdem, deine Cupcakes sind die besten Cupcakes, die ich je gegessen habe. Sie sind die perfekte Ergänzung zu meinem Tee und nichts, was ich für die Veranstaltung vorbereiten werde, lässt sich damit vergleichen. Also, also, schon gut, schon gut. Ich bin halt nur irgendwie überrascht. Warum? Ähm, tja, ich führe mich kindisch auf. Das weiß ich schon. Aber, dass du jetzt plötzlich versuchst, mich aufzumuntern. Ich weiß, dass ich daran nicht sehr gut bin. Es tut mir leid, wenn ich etwas Schlimmes gesagt habe. Natsuki ist nicht als einzige überrascht. Auch Modika und ich sind von Juris Worten überwältigt. Sie muss ihre Komfortzone komplett verlassen haben, um jedes dieser Worte der Ermunterung zu sprechen. Aber ich begreife so langsam, Juri hat versucht, in die Rolle von Sayuri zu schlüpfen. Auch wenn es nicht perfekt funktioniert hat, sie wollte die Dinge sagen, die in so einem Fall auf Sayuris Mund zu hören gewesen wären. Denn Sayuri hilft immer allen und sorgt dafür, dass sich jeder gut fühlt. Eigentlich will man doch, dass Sayuris wird, oder? Wie ich nur ihre Stimme verstelle für Juri? Nein! Ich weiß es irgendwie zu schätzen. Es tut mir leid, dass ich aus einer Mücke einen Elefanten gemacht habe. Aber ich werde es jetzt sagen. Ihr könnt darauf wetten, dass meine Cupcakes das Beste der ganzen Veranstaltung sein werden. Oh, ich glaube dir. Ja! Ich hoffe, dass sich alle anstrengen werden. Aber damit werden wir dann am Ende angelangt. Das war's für heute. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Also gut, dann lass uns von hier verschwinden. Alle packen ihre Sachen zusammen. Folge Monika und Natsuki, die aus dem Weg nach draußen aufgeregt miteinander plaudern. Ähm, äh, ich drehe mich um. Entschuldige. Mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht weiß, wie ich dieses Wochenende Kontakt mit dir aufnehmen soll. Oh, da hast du recht. Wie konnte ich das nur vergessen? Soll ich dir meine Telefonnummer geben? Das wäre wohl am besten, ja. Also gut, Jürgen, ich tausche unsere Nummern aus. Okay, dann werde ich Sonntag zu dir kommen. Äh, zu mir? Ist das ein Problem? Nein, gar nicht. Ich dachte nur, dass ich zu dir kommen würde, da ich dir helfe. Ach, das ergibt gar keinen Sinn. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich es vorziehen, zu dir zu kommen. Oh, in Ordnung. In diesem Fall dürfte das kein Problem sein. Ich frage Yugi lieber nicht nach einem Grund. Und es ist dir eigentlich auch egal. Ich sollte nur sicherstellen, dass mein Zimmer aufgeräumt ist. Hoffentlich kann ich mich irgendwie nützlich machen. Ich bin bei weitem nicht so kreativ wie du. Verkaufe dich nicht unter Wert, Knudron. Die zwei sind schon ziemlich ein produktives Team. Auch wenn du dich nur für mich entschieden hast, weil ich dir leid tue oder so. Warte, das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ich weiß es nicht. Es fällt mir kein anderer Grund ein, warum du mich gewählt haben könntest. Fishing war Kompliment. Du übersiehst den offensichtlichen Grund von allen. Ich beschloss dir zu helfen, weil ich das wollte. Aber, Juri überlegt mit einer sehr angestrengten Miene. Juri, du denkst zu viel nach. Ich sollte dich darauf hinweisen, wenn du das tust, nicht wahr? Ich war mir gar nicht bewusst. Versichere dir, dass ich es will. Mehr gibt es nicht zu sagen. Glaubst du mir? Ich, Juri denkt immer sehr intensiv nach. Sie sieht mir lange in die Augen. Ich glaube dir. Als würde es die sehr große Überwindung kosten, spricht Juri schließlich diese Worte und entspannt ihr Gesichtszüge. Und ich freue mich sehr auf Sonntag. Ja, ich mich auch. Nach unserem Gespräch gehe ich zur Tür. Juri folgt mir. Oh je. Das ist unglaublich. Juri wird diesen Sonntag zu mir nach Hause kommen. Ich bin unglaublich nervös, obwohl ich mittlerweile ziemlich gut darin geworden bin, mit ihr umzugehen. Ich weiß niemand, was passieren wird, wenn wir nicht in der Schule sind. Und das ist noch nicht alles. Sie hat mir gesagt, dass sie sich darauf freut. Ist das meine Chance, mich an sie heranzumachen? Oder ist es dafür viel zu früh? Das wird die Zukunft zeigen. Aber bis dahin werde ich sie nicht aus dem Kopf bekommen. Ich kann es kaum erwarten. Uiuiuiui. Es ist bereits Sonntag. Der Gedanke an Juris bevorstehenden Besuch macht mich immer nervöser. Ich versuche mir die ganze Zeit einzureden, dass es dafür keinen Grund gibt, aber das hilft nicht sonderlich. Juri ist eindeutig introvertiert, aber auch eine Person, die auf Nähe aus ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich etwas öffnen wird, wenn es nur wir beide sind. In der Zwischenzeit haben wir uns gelegentlich geschrieben. Zuerst war sie sehr zurückhaltend, aber es dauerte nicht lange, bis ich mehr über sie herausfand. Aber Juri einmal außer Acht gelassen. Seitdem Sayuri neulich den Club verlassen hat, habe ich nichts mehr von ihr gehört. Es ist ja nicht so, dass wir uns ständig schreiben oder so, aber insgeheim mache ich mir schon Sorgen um sie. Wenn ich daran denke, was Sayuri und dann Monika gesagt haben, kann ich wirklich Sayuris Gefühle außer Acht lassen, wenn sie mich doch vielleicht braucht. Oh, süßes Oberteil, gibt es das schon im Shop? Ja! Ah, mein Oberteil, Silicon High School, passend zum Film, gibt es nur bis Sonntag. Seit gestern nur bis Sonntag im Shop genu-shop.de. Ich beschließe, Sayuri einen Besuch abzustatten, bevor Juri kommt. Ich frage sie nicht. Ich sage ihr einfach, dass ich komme, so wie früher schon. Ich klopfe an Söures Haustür und gehe hinein. Wir haben früher so oft zusammen gespielt, dass wir einfach das Haus des anderen betreten haben, als wären wir ein Familienmitglied. Volles schöner Haus. Im Haus ist es still. Sayuri ist nicht im Erdgeschoss, daher vermute ich, dass sie in ihrem Zimmer ist. Es ist schon recht langsam, seltsam, dass sie nicht herunterkommt, um mich zu begrüßen. Ich treffe sie schließlich in ihrem Zimmer an. Sayuri? Oh, hallo, Gnudrun. Ich setze mich. Sayuri zwingt sich ein Lächeln ab. Aber es ist ganz offensichtlich, dass etwas anderes ist. Zwischen uns macht sich ein Moment der Stille breit. Es ist schon lang her, dass du einfach so hier vorbeigeschaut hast, nicht wahr? Ach, da hast du wohl recht. Es ist schon lang her. Aber es hat sich ja nicht viel verändert, oder? In Sayuris Zimmer herrscht immer noch das zwillanglose Chaos. Wenn das Chaos ist, ey. Ich erkenne sogar dieselben Stofftiere. Hehe. Wenn du öfters hier wärst, würdest du es nicht so chaotisch aussehen. Dann würde ich für dich aufräumen. Wieso wolltest du heute vorbeikommen? Hast du heute nicht eine Verabredung mit Yuri? Ja, aber... Moment mal, woher weißt du das? Sayuri war schon fast fort, als wir das beim letzten Treffen beschlossen hatten. Monika hat es mir erzählt. Es ist doch normal, dass sie mich über die Vorbereitung für das Festival auf dem Laufenden hält, oder? Ja, aber sie... Monika weiß doch, dass sie was von mir will. Warum drückt sie es ihr da noch rein? Oder? Ah, stimmt. Aber es ist mit dir. Wirst du heute nicht Monika helfen? Natürlich. Aber ich helfe ihr online. Wir wollen uns nicht persönlich treffen. Ah, treffen sich also nur Yuri und ich. Genau. Zwischen uns macht sich mehr Stille breit. Sayuri starrt abwesend in die Ferne. Sie verhält sich völlig untypisch. Schließlich komme ich endlich zur Sache. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht, nachdem was Freitag passiert war. Du kannst es nicht von mir verbergen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Dafür kenne ich dich viel zu gut. Also... Sayuri lächelt, schüttelt ihren Kopf. Das ist nicht gut, Knudrun. Warum kann es nicht einfach so wie immer sein? Das ist alles meine Schuld. Wenn ich nicht auf einmal so schwach geworden wäre und versehentlich meine Gefühle gezeigt hätte, wenn ich nicht diesen dummen Fehler gemacht hätte, dann würdest du dir überhaupt keine Sorgen um mich machen. Du wärst nicht hierher gekommen, du würdest jetzt nicht an mich denken, aber das ist dann wohl meine Strafe, oder? Ich werde dafür bestraft, weil ich so egoistisch war. Das ist der Grund dafür, warum das Universum beschloss, dass du heute hierher kommen solltest. Es will mich quälen. Hehe. Sayuri. Ich packe Sayuri an die Schultern. Wovon in aller Welt redest du da? Hörst du dir überhaupt selbst zu? Ich weiß, dass etwas mit dir passiert ist. Sonst gibt es keine andere Erklärung für dein Verhalten. Also sag schon. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, bis du es mir sagst. Oh Mann, ist der dumm. Oh. Oh. Sayuri lächelt mich müde an. Du bringst mich ganz schön in Verlegenheit, Gnudrun, aber du hast Unrecht. Mit mir ist nichts passiert. Ich war schon immer so. Das siehst du jetzt zum ersten Mal. Was sehe ich? Wovon redest du? Oh mein Gott. Du lässt mir kein anderer was. Muss ich es dir wirklich sagen? Es bleibt mir dieses Mal wohl nichts anderes übrig. Es ist nämlich so. Ich kämpfe schon mein Leben lang mit schweren Depressionen. Ach so. Oh. Ich dachte, sie will was von mir. Das ist ja auch richtig peinlich, oder? Wusstest du das? Warum glaubst du wohl, dass ich jeden Tag zu spät zur Schule komme? An den meisten Tagen sehe ich keinen Sinn darin, überhaupt aufzustehen. Welchen Grund gibt es schließlich dafür, auch nur irgendetwas zu tun, wenn ich doch weiß, wie bedeutungslos ich bin? Warum soll ich in die Schule gehen? Warum etwas essen? Warum Freundschaften schließen? Warum sollen andere ihre Energie mit ihrem Mitgefühl an mich verschwenden? So fühlt sich das an. Und daher will ich einfach nur alle glücklich machen. Ohne, dass ich jemanden um mich Sorgen machen muss. Ich bin schockiert. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Wie kann es sein, dass Sayori schon so lange kenne und sie das nicht die ganze Zeit von mir geheim gehalten hat? Ist es ihr wirklich so wichtig, dass ich nicht an sie denke? Warum, Sayori? Zu Glück bin ich hingegangen. Hey, schau mal vor. Ich habe mich jetzt einfach distanziert, weil ich denke, die will was von mir. Warum hast du mir nie davon erzählt? Ich habe fast das Gefühl, als hätte ich versagt, dir ein guter Freund zu sein. Ich hätte alles getan, um dir zu helfen, wenn ich nur davon gewusst hätte. Auch wenn ich dir nur in einem gewissen Maße helfen kann. Ich hätte mich etwas mehr angestrengt, jeden Tag ein kleines bisschen besser für dich zu machen. Darum bin ich schließlich dein Freund. Du hättest es mir sagen müssen. Du verstehst das überhaupt nicht, Knudrun. Warum glaubst du wohl, dass ich dir das nicht gesagt habe? Du hättest dann die ganze Zeit damit vergeudet, dich um mich zu kümmern, statt wirklich wichtige Dinge zu tun. Ich will nicht, dass sich andere Sorgen um mich machen. Es ruft gemischte Gefühle in mir hervor, wenn Leute sich um mich kümmern wollen. Manchmal fühlt sich das gut an, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass mir jemand mit meinem Baseballschläger gegen den Kopf schlägt. Haha, darum wollte ich unbedingt, dass du dich mit den anderen anfreundest. Dafür zu sorgen, dass alle zusammen glücklich sind, ist die beste Therapie für mich. Aber dann wurde mir etwas anderes bewusst. Zu sehen, wie du Freundschaften machst und engere Beziehungen mit allem im Club aufbaust, fühlte sich so an, als würde mein Herz mit einem Sperr durchbohrt werden. Oh. Das ist der Grund. Darum beschloss ich, dass das Universum mich quälen will. Jeder Tag führt nur in eine Welt des Schmerzes. Du hast recht, dass ich das nicht verstehe. Ich verstehe deine Gefühle überhaupt nicht. Oh. Voll arm. Dankeschön an Pate. Vielen, vielen Dank, Pate. Dankeschön für fünf Stufe 1 Subs. Das ist ja voll sad, ne? It's so sad. Mann, es ist der Deckel ins Glas gefallen. Nein. 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 Scheiße. Kacke. Schweinerei incoming. Musik ist so hot. So, scheiße. Optik, danke für dein Prime. Ich hab, nee, das Spiel, also eines Spiels kostenlos, ich hab aber Plus gekauft. Das ist nicht kostenlos. Ähm. Ich hatte auch eine Freundin, die hat immer gefehlt und wir dachten halt, die schwänzt. Die hat aber immer einen auf, dann am Wochenende Party gemacht und dass sie so glücklich ist und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass sie schwänzt. Und dann ein paar Jahre später nach der Schule hat sie halt uns erklärt, sie hat halt Depressionen, sie hat halt mit Absicht am Wochenende Bilder gepostet, die schon voll alt sind, nur damit wir denken, sie ist glücklich. Das war eigentlich voll traurig, weil irgendwie die ganze Klasse sich irgendwann gegen sie gestellt hat, weil sie halt immer extra Würste bekommen hat und wir halt dachten, die schwänzt halt und wird so gut behandelt von den Lehrern, weil sie uns nicht aufgeklärt hat. Das war eine sehr, sehr, sehr deep Message und seitdem bin ich da sehr drauf sensibilisiert. Also wenn ihr Depressionen habt, ist es immer besser, auch sich Leuten anzuvertrauen, als ihnen etwas wie sie jetzt vorzumachen, als wäre man glücklich, weil man sonst Dinge ganz anders deuten kann und am Ende gibt es nur Missverständnisse. Ich verstehe deine Gefühle überhaupt nicht, aber das muss ich auch nicht, es ist unwichtig, was ich tun muss, damit es dir besser gehen kann. Ich werde es tun. Nein, Knudrun, du kannst nichts tun, überhaupt nichts. Es hätte nur geholfen, wenn alles wie immer gewesen wäre, aber ich war egoistisch. Du hast endlich zu sehen bekommen, was für eine schreckliche Person ich bin. Tränen strömen aus Sajorys Gesicht. Ich habe dich aus egoistischen Gründen dazu gebracht, im Literaturclub einzutreten und ich wurde bestraft. Mein Herz schmerzt auf eine Art, die mir völlig unklärlich war. Und jetzt bist du hier und ich habe auch in deinem Herz vor Kummer gesorgt. Ich bin einfach nur schwach und egoistisch, mehr bin ich nicht und daher werde ich jetzt die Strafe akzeptieren. Wenn ich verdiene, jede einzelne. Ohne nachzudenken, pack ich Sajori wieder an die Schulter. Dieses Mal ziehe ich sie zu mir und halte sie fest in meinem Arm. Ah, Knudrun. Sajori, es ist mir egal, ob du dich für egoistisch hältst oder nicht. Ich bin sehr froh, dass du mich dazu überredet hast, dem Club beizutreten. Es lohnt sich schon deswegen, weil ich dich dann jeden Tag sehen kann. Und wenn ich mich auch mit den anderen anfreunde, dann ist das nur ein Plus. Aber bitte unterschätze nie, wie viel du mir bedeutest. Ich möchte das um nichts in der Welt ändern. Knudrun. Wie bad, wenn dir einen, auf dem du stehst, sowas sagst und du weißt, er geht danach direkt auf ein Date. Sajori erwiderte meine Umarmung nicht. Obwohl meine Arme sie fest umgriffen haben, hingen sie nur schlaff herunter. Sie beginnt, in meine Schulter zu schluchzen. Nein, tu mir das nicht an, nicht an, bitte tu mir das nicht an. Knudrun. Ich. Sajori schluchzt so heftig, dass sie es kaum schafft, etwas zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue, aber sie soll unbedingt wissen, dass sie mir das bedeutet. Wenn du dich selbst als egoistisch bezeichnest, dann musst du mir erlauben, ebenfalls egoistisch zu sein. Ich werde herausfinden, was sich ändern muss, koste es, was es wolle. Ich werde dafür sorgen, dass diese Gefühle verschwinden. Ja, wenn, wenn Juri verschwindet. Wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann sagst du es mir besser. Ich werde böse, wenn du es nicht tust. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sajori legt jetzt ganz vorsichtig auch ihre Arme um mich. Ich weiß gar nichts. Mir macht das alles so viel Angst. Ich verstehe meine eigenen Gefühle nicht mehr, Knudrun. Ich spüre nur etwas, wenn ich Schmerzen fühle. Ey, dieses Knudrun wertet einfach dieses ganze Spiel so ab. Aber deine Umarmung ist so warm und das macht mir auch Angst. Sajori lässt mich wieder los. Ich lasse sie daran auch los. Morgen ist das Festival. Ja. Das wird doch spaßig werden, oder? Ja. Wie fändest du es, wenn wir uns das alles gemeinsam ansehen? Ähm, äh, das möchte ich gern, versprochen. Ich, dann wäre das sicher nett. Ja. Sajori wischte sie Tränen aus den Augen. Wenn ich den ganzen Tag Hilfe bringen könnte, würde ich das tun. Aber ausgerechnet heute habe ich andere Pläne. Vielleicht sollte ich die absagen. Nein, tu das nicht, bitte nicht. Wenn du das tust, könnte ich mir überhaupt nichts mehr vergeben. Aber Juri wird bald bei mir zu Hause auf mich warten. Würdest du dann zumindest mitkommen und uns helfen? Es wäre sicher nicht lustig. Überraschenderweise schüttelst du Juri den Kopf. Es tut mir leid. Ich denke nicht, dass mir das heute gut tun würde. Du verstehst das doch, oder? Er ist so naiv, ne? Oh. Es fällt mir etwas schwer, das nachzuvollziehen. Aber ich werde mich anstrengen. Das ist schon okay. Denk nicht zu viel drüber nach. Wir sehen uns morgen, okay? In Ordnung. Ich freue mich schon drauf. Oh, der ist so naiv. Na ja, der Person ist zum Glück eher weniger eine Eigenschaft eines Psychopathen. Meinst du, weil ich gerade einen Psychopathen date? Auf meinem Heimweg habe ich immer noch dieses ungute Gefühl in der Magengrube. Aber es ist schwer darüber nachzudenken, wenn doch gleich auch noch Juri vorbeikommt. Ich denke, dass da Juri recht hat. Ich sollte mir nicht zu viel Sorgen machen. Morgen werden bestimmt ganz andere viel Spaß haben. Ich sollte mich nur auf das konzentrieren, was vor mir liegt. Hallo, Endboss. Hey, er ist 16, 17, da ist man naiv. Aber dass er nicht checkt, dass die was von ihm wollen. Als ich mich meinem Haus näherte, sehe ich etwas, was bei mir einen kleinen Panikanfall verursacht. Ist doch das gleiche Haus von Freunden. Juri? Im Himmel sei Dank. Du bist etwas zu früh. Tut mir leid, dass ich noch nicht hier war. Wartest du schon lange? Nein, ich bin gerade erst gekommen, aber ich wurde schon ein wenig nervös, als niemand auf mein Klingeln reagiert hat. Du hättest mir schreiben können. Ich hätte dich beruhigt und wäre schnell nach Hause gekommen, wenn ich davon gewusst hätte. Oh ja, das stimmt wohl. Aus irgendeinem Grund habe ich nicht daran gedacht. Das wäre wohl die vernünftige Option gewesen. Wie auch immer, gehen wir rein. Du hast ja ganz schön viel Zeug mitgebracht. Ja, das stimmt. Könntest du alles finden, worum ich dich gebeten hatte? Ja, so ziemlich. Zumindest hoffe ich, all die richtigen Sachen gekauft zu haben. Das hast du bestimmt. Wow, mein Zimmer. Ich gehe mit Juri auf mein Zimmer. Sofort schaut sie sich neugierig um, was mich ziemlich nervös macht. Es ist so aufgeräumt. Das habe ich vorher noch schnell erledigt. Das ist sehr aufmerksam von dir. Ey, es war auch so witzig, ne, mein Freund. Aber ich bin dann spontan mal zu ihm und er so, nein, nein, geht nicht. Und dann hat er beim zweiten Mal so richtig aufgeräumt. Er hat gesagt, wir können jetzt zu ihm. Es war so richtig aufgeräumtes Zimmerchen. Jetzt lebe ich dann mit ihm zusammen und ich weiß, was das für ein Schweinchen ist. Das hat er nur gemacht, weil er wusste, dass ich ihn besuchen komme. Oh nein! Es wäre mir total peinlich, wenn in meinem Zimmer Chaos herrschen würde, wenn du hier bist. Ähm, ja, ich räume eigentlich gerne auf. Ich hätte dir helfen können. Ja. Ich glaube, das wäre dann noch peinlicher gewesen. Also ich mag es auch nicht, wenn Leute meine Unordnung irgendwie mal aufräumen. Halt nicht da hin. Halt nicht da hinschauen! Ich ziehe Juris Handgelenk von meiner Tischschublade weg, die sie gerade öffnen wollte. Oh, Entschuldige. Habe ich irgendwie nicht nachgedacht. Das mag ich auch nicht, Leute. Also bei mir kann man Schubladen öffnen, aber ich finde, Dinge anfassen, öffnen, macht man nicht. Ich war kurz weggetreten. Ist schon okay, wirklich. Ich lasse Juris Handgelenk wieder los. Sie legt beide Hände in ihren Schoß, als wolle sie sicherstellen, nicht die Kontrolle über sich zu verlieren. Also, ähm, sollen wir loslegen? Äh, ja. Ich habe einige Dinge geplant, bei denen du mir helfen kannst. Migration und Verbesserung des Ambientes. Verbesserung des Ambientes? Weißt du? Stimmungsvolle Beleuchtung. Aromatische Kerzen. Oh, wow. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so schwere Geschütze aufwahren willst. Natürlich. Ich will unsere Besucher an einen weit entfernten Ort entführen. Obwohl viele wohl schon aus reiner Neugier vorbeischauen werden. Und wegen der Cupcakes schätze ich. Ich bin fest dazu entschlossen, unseren Gästen eine Erfahrung zu bieten, von der sie nicht genug bekommen würden. Das ist großartig. Man vergisst so schnell, dass du eine recht intensive Person bist. Intensiv? So lässt sich das am besten beschreiben. Ist das schlecht? Nein, gar nicht. Es ist sogar etwas, das mir an dir gefällt. Oh, wirklich? Da bin ich aber erleichtert. Und irgendwie auch glücklich. Ja, kein Grund, so nervös zu sein. Entspann dich einfach, Alter. Oh, entspannen. Ich habe einige Sachen zum Entspannen mitgebracht. Ich wollte sie während der Poesielesung einsetzen. Ach ja, was denn? Dann sehen wir mal. Juri kramt in ihre Tasche. Sie zaubert einen Vibrator raus. Auf dem Weg hierher habe ich einen gekauft. Aber da habe ich die Sachen jetzt dabei. Ich will die Fenster mit schwarzem Papier ableben und den Raum mit Kerzen erleuchten. Das wäre doch toll, nicht? Ja, das wäre echt cool, Mama. Was hast du vor? Oh, das ist ein Diffusor für ätherische Öle. Wie gut kennst du dich mit Aromatherapie aus? Überhaupt nicht. Äh, wirklich? Der Diffusor ist einer meiner Lieblingshilfsmittel zum Erschaffen eines positiven Ambientes. Nur durch die Auswahl der Öle und Kräuter kann ich die Bestimmung im Raum verändern. Ey, ich würde die rausschmeißen. Man fühlt sich regelrecht durch den Körper strömen. Entspannung, positive Energie, Romantik, Besinnung. Es ist fast wie Magie. Obwohl, ist ja schon süß. Juri nimmt den Zylinder und schaltet ihn an der Unterseite an. Er fängt an zu vibrieren. Kurz darauf wird ein dünner Dampfstrahl aus der kleinen Öffnung an der Spitze geblasen. Wow, das riecht großartig. Für was für eine Art von Stimmung ist das gedacht? Das hier ist ein ätherisches Jasminöl. Es duftet süßlich und blumig, nicht wahr? Ja, das beschreibt es recht gut. Ich habe für die Veranstaltung Jasmin gewählt, da es nicht nur für Entspannung sorgt. Jasmin verstärkt deine Gefühle und du spürst, wie sie durch deinen Körper strömt. Das höre ich öfter. In dir macht sich eine Wärme breit und dein Herz schlägt schneller. Hallo, Karma! Jasminöl, indeed. Genau. Findest du nicht auch, dass sich dieser Zustand perfekt für die Präsentation unserer Gedichte eignet? Ja, das könnte passen. Aber du scheinst sehr viel darüber zu wissen, daher traue ich voll und ganz auf deine Erfahrung. Juri lächelt sanft, sichtlich genießend. Sie greift erneut in ihre Tasche und zieht mehrere Rollen aus dünnem Schleifenband heraus. Wofür sind die? Nun, hast du das Origami-Papier gekauft, das ich dich gebeten hatte? Ja, hier ist es. Wir werden heute keine Origami-Figuren falten. Ich will lieber auf das Papier ein anderes Wort schreiben. Sie werden so ungefähr 100 davon brauchen. Ach ja? Wofür werden wir die denn verwenden? Ich werde das Schleifenband zerschneiden und die einzelnen Bänder vom Türrahmen im Klassenzimmer hängen. Dann können wir die Papierstücke an Bänder befestigen und am einen Vorhang daraus basteln. Wäre das nicht wunderschön? Der würde allen, die des Klassenzimmer vorbeilaufen, sofort ins Auge fallen. Möglicherweise wirft der ein oder andere dann auch einen Blick hinein. Das ist sehr kreativ. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so gut darin bist, Juri. Oh, wirklich? Tja. Ich werde wohl langsam etwas intensiv, wie du es formuliert hast. Juri kichert, leicht errötet. Danke, der Raw für 10 Monate. Komm, bitte, ist das nur so vor? Oder ist sie viel entspannter, wenn nur wir zwei zusammen sind? Oder möglicherweise ist sie so begeistert, weil sie etwas mit jemandem teilen kann? Hier ist ein Filzstift, Gnudrun. Du kannst schreiben, was du willst. Ich werde dir helfen, sobald ich alle Bänder zugeschnitten habe. Alles in Ordnung. Auf dem Boden sitzen, machen wir uns an die Arbeit. Ich kämpfe etwas mit meiner schlechten Handschrift, aber bemühe mich. Sorgfältig, einen anderen Begriff auf dieses Papierstück zu schreiben. Juri wickelt ein langes Stück des roten Schleifenbandes in der gewünschten Länge ab. Dann greift sie erneut in ihre Tasche und holt ein Küchenmesser hervor. Das Messer ist eigenartig schön. In den Silbergriffe ist ein verschachteltes Wellenmuster geätzt. Die Klinge selbst hat einen leichten blauen Schimmer. Das ist kein gewöhnliches Taschenmesser. Es sieht sehr edel aus. Nun. Juri blickt verlegen zur Seite. Was ist das? Du wirst da bestimmt merkwürdig finden. Juri, was es auch ist. Mir steht kein Urteil darüber zu. Jeder so wie er mag. Wenn du mir versprichst, jetzt nicht durchzudrehen. Ja, verspreche es. Also gut. Es ist nämlich so, dass ich auf Messer stehe. Wir sind einfach so hübsch. Ich kann einfach nicht anders. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht die Kombination aus Handwerk und einem Gefühl der Gefahr. Was rede ich da nur? Ich denke jetzt deswegen nicht, dass ich seltsam bin. Hahaha, du lachst mich aus. Nein, das tue ich nicht. Das ist nur lustig, wie nervös du dabei bist. Es ist ja teilt hier ein interessantes Hobby, aber ich finde, dass es zu dir passt. Zu mir passt. Ja, es ist irgendwie intensiv. Davon abgesehen ist das ein echt cooles Messer. Oh, nicht wahr? Juri entspannt sich wieder. Möchtest du es einmal in die Hand nehmen? Klar, ich sehe es mir gerne mal an. Juri reicht mir vorsichtig das Messer mit dem Griff zu mir gerichtet. Ich nehme es mir und drehe es in meinen Händen. Es fühlt sich schwer und solide an. Wo bekommt man überhaupt so ein Messer? Ich drücke mit meinem Zeigefinger auf die Spitze, um die Schärfe zu testen. Aua! Knudrun. Warum in aller Welt hast du das getan? Ich hätte nicht erwartet, dass es so scharf ist. Ich habe es ja kaum berührt. Das ist meine Schuld. Ich hätte dich warnen sollen. Das Messer ist extrem scharf. Objektsexuell. Es schneidet durch die Haut. Als wäre es Papier. Oh nein. Ein kleiner Blutstropfen läuft an meinen Finger hinab. Juri nimmt meine Hand und inspiziert die Wunde näher. Sie starrt sich sehr genau an und ist sichtlich unruhig. Falls du kein Blut sehen kannst, wasche ich es lieber sofort ab. Ach. Ohne Vorwarnung steckt Juri meinen Finger in den Mund und leckt ihn ab. Musik ist so hart. Und Maturio schenkt mir die Stufe 1 ab. Was ist, wenn der HIV hat? Oder sonstigen Shit? Ich fühle, wie ihre Zunge über meinen Finger fährt. Überrascht ziehe ich instinktiv meine Hand zurück. Oh. Bitte verzeih mir. Ich habe nicht nachgedacht. Ich... Juri senkt ihren Kopf. Ihr Gesicht ist dunkelrot. Juri, das ist das Peinlichste, was ich je getan habe. Wie konnte ich nur so etwas tun? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach. Nun, es war schon etwas seltsam und hat mich kalt erwischt. Aber ich nehme an, dass sie nur helfen wollte. Juri, du reagierst etwas über. Juri hebt den Kopf. Was, wenn sie sich für den Rest des Nachmittags sich davon erholt? Also gut. Weißt du was? Das mag eine total blöde Idee sein, aber ich tue es trotzdem. Ich nehme Juri's Hand und lecke im Gegensatz ihren Zeigefinger ab. Was ein Date, Mann. Habt ihr euch geküsst? Nein, wir haben unsere Zeigefinger geleckt. Oh mein Gott. Da fällt mir nur das ein. Was ist denn hier los? Auf einmal kam unsere Mutter rein. Knutrun, hast du das wirklich gerade getan? Jetzt sind wir quitt. Juri sieht mich anklagend an. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war. Würden wir nicht von dem sanften Nebel des Jasmin-Öls umhüllt werden, hätte man die Luft zwischen uns schneiden können. Du bist so eigenartig, Knutrun. Juri lächelt verlegen. Äh. Juri bezeichnet mich als seltsam. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Danke, His Baby, für sieben Monate. Wo sind deine Pflaster? Äh, ich glaube, dass ich überhaupt keins habe. Er brauche. Es ist nur ein winziger Schnitt. Schau, es blutet nicht mehr. Verstehe. Dann bin ich erleichtert. Die Spannung zwischen uns löst sich schnell auf. Wir machen uns wieder an unsere Aufgaben. Ich beobachte, wie Juri mit dem Messer durch das Schleifenband schneidet. als sei es Luft. In der Zwischenzeit mache ich Fortschritte mit dem Papierstück. Vor allem Schleifenband mit einer Schere halt eigentlich. Das Miele, Knutrun, makes sense. Nachdem wir das letzte Papierstück an einem Band befestigt haben, breiten wir sie alle nebeneinander aus. Es sieht besser aus als gedacht und wird als Türverhang sicher ein Hingucker sein. Es sieht toll aus. Das war eine echt tolle Idee, Juri. Oh, danke. Ehrlich gesagt habe ich das online gesehen. Bist du bereit für die nächste Aufgabe? Ja, gehen wir es an. Was hast du geplant? Ich würde gerne ein Banner machen. Darum hatte ich dich gebeten, die Farbtabletten zu kaufen. Ja, stimmt. Zu den Dingen, die ich für Juri kaufen sollte, zählt da auch ein Satz Wasserfarben. Wir brauchen sechs Becher Wasser, in denen wir jede eine Tablette geben. Könntest du die wohl für uns holen? Natürlich. Sechs Becher mit Wasser. Ich bin gleich zurück. Vielen Dank. Oh, und es reicht nur ein wenig Wasser in einem Becher. Wenn es zu viel Wasser im Becher ist, werden die Farben zu wässrig. Scha. Scha. Juries Rat befolgend entscheide ich mich für kleine Becher aus dem Badezimmer und nicht für die regulären Gläser. Ich stelle sie auf einen Teller und versehentlich verschüttete Farbe abz... ...was, um versehentlich verschüttete Farbe aufzufangen und bringe alles zurück in mein Zimmer. Juri? Ja? Ich sehe gerade noch, wie Juri ihren Ärmel wieder hochgekrempelt hat und ihn über ihren Arm zieht. Oh. Oh je. Äh, nichts. Die Gesicht ist etwas gerötet. Ist dir hier zu heiß? Äh. Nein, gar nicht. Alles in Ordnung. Stimmt, mir fällt ja auf, sie hat ja einen Pulli an. Es ist ja Sommer. Oh, die eine hatte ja kurze Hose an und sie trägt warme Kleidung. Gell? Oh oh, ich ahne es schon. Lass uns die Farben mischen. Juri übergeht schnell meine Frage und packt die Tabletten aus, die sie einzeln in den jeweiligen Becher gibt. Also, ich dachte mir, dass wir uns für etwas Einfaches entscheiden, das nett aussieht. Ich würde gerne einen Farbverlauf malen, der das ganze Banner bedeckt. Angefangen mit den Farben des Sonnenaufgangs. Sobald das dann getrocknet ist, schreibe ich einen motivierenden Spruch auf das Banner. Ja, ich glaube, sie verletzt sich selber. Oder sie möchte Flecken verstecken. Entweder wird sie geschlagen oder sie hat sich geritzt. Deswegen mag sie auch spitze Messer, die schneiden wie sonst was. Ist eher meine Vermutung. Ähm. Wir können es dann vorne im Klassenzimmer an die Wand hinter dem Podium hängen. Ah, cool. Was willst du denn schreiben? Nun. Es macht mir Spaß, wenn das eine Überraschung bleibt. Juri lächelt mich an. Wenn du meinst, nachdem wir das Banner ausgerollt haben, knien sich Juri und ich an den entgegensetzten Seiten nieder, um uns nicht in die Quere zu kommen. Mit einem Pinsel trägt Juri ein paar unterschiedliche Farbzupfer auf. Irgendwie erinnert mich das an die Grundschule. Ein Banner mit Wasserfarben zu bemalen, ähnelt sehr den Projekten, die wir damals im Kunstunterricht hatten. Es ist entspannend. Oh, tut mir leid, wenn das zu Kindes ist. Danke, mies, Violett, für fünf Monate. Nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Es macht irgendwie Spaß, weißt du? Ja, es macht Spaß. Ich bin froh, dass du das findest. Juri hält kurz beim Malen inne und überlegt. Was mich betrifft, ich muss nicht ausgehen, um verrückte Dinge zu machen, um Spaß zu haben. Ehrlich gesagt will ich das überhaupt nicht. Ich mag es am liebsten, wenn ich Zeit mit einer anderen Person verbringen kann. Auch wenn es nur etwas ganz Banales wie Lesen ist. Wir müssen ja nicht viel miteinander reden. Es fühlt sich einfach besser an, wenn man einfach nur einen Freund an seiner Seite hat. Wer brauche ich gar nicht? Echt, jetzt? Obwohl Juri und ich recht verschieden sind, verstehe ich doch, was sie damit meint. Mir geht es bei Spielen und Animes so, wo es einen schon glücklich machen kann, das Erlebnis einfach mit jemand anderem zu teilen. Oder mit ganz vielen tollen Knulis dich zuschauen. Ich glaube, mir geht es da ähnlich. Juri lächelt sanft. Ich wusste, dass du das verstehen würdest. Juri beugt sich über das Banner, um sich einen unbenutzten Pinsel zu nehmen. Zufälligerweise mache ich genau dieselbe Bewegung, wodurch unsere Köpfe gegeneinander schlagen. Ah! Entschuldige! Juri taumelt zurück und ich reiße völlig überrascht meine Hände hoch. Bist du verletzt? Nein, es ist in Ordnung. Es hat mich nur erschreckt, mir nicht. Tut mir leid, ich hätte dich bitten sollen, ihn mir zu geben. Es ist nicht deine Schuld. Ach, dein Gesicht. Auf Juris Gesicht und Hals sind mehrere Farbspritzer. Ist das etwas auf deinem Gesicht? Ja, ich habe dich versehentlich mit Farbe beschmiert. Tut mir echt leid. Das ist meine Schuld. Ich werde sofort ein Handtuch holen. Ich renne hinaus und hole ein kleines Handtuch. Ich kehre mein Zimmer zurück und knie mich vor sie. Oh, oh. Sieht aus wie so ein Hamster. Wie so ein glichlicher Hemster. Also wenn mich so jemand anschauen würde, den ich abrubbele, dann wäre ich aber schon ein bisschen verwirrt. Äh. Aber so ein Hemster. Hier, ich streiche mit dem Handtuch über Juris Gesicht in ihren Hals. Vor allem wenn die Personen währenddessen noch meine Hand anfesseln. Ah. Stimmt etwas nicht? Es ist heiß, es ist unerwartet. Entschuldige, ich wollte kein kaltes Wasser verwenden. Nachdem ich fertig bin, ziehe ich langsam meine Hand zurück. Doch plötzlich hält Juri mein Handgelenk fest. Warte. Äh. Nur noch ein bisschen länger. Es fühlt sich so schön an. Wasch mich. Ah. Ich lasse meine Hand auf Juris Hals ruhen. Sie blickt mir in die Augen. Es ist derselbe eindringliche Blick, den ich bei ihr schon beim Lesen eines Buches beobachtet habe. Fast scheint sie in einer Art Trance zu finden, umhüllt von ihren eigenen Gedanken. Sie atmet sanft und halb geöffneten Lippen. Was geschieht hier? Verursacht das Aroma des Jasmin-Öls bei mir ein Schwindelgefühl am Sack? Juris sanfte Finger auf mein Handgelenk senden ein aufregendes Kribbeln durch meinen Arten. Ich habe noch nie so eine Scheiße gedacht, kurz bevor man sich küsst. Ich habe einfach gedacht, jetzt mach endlich. Und plötzlich ist ihr Gesicht viel näher an meinem, als noch vor einem Augenblick. Ach. Juri weicht langsam zurück. Entschuldige. Ich fühle mich heute etwas benommen. Ich wollte nicht so umnebelt sein. Ist schon gut. Der Moment war so schnell wieder vorbei, wie er begonnen hatte. Juri nimmt sich wieder einen Pinsel. Aber ihre Bewegungen scheinen etwas ungenauer, als könne sie sich schwer konzentrieren. Ich sage nichts, dazu gezwungen, das gerade vorgefallene zu vergessen. Ich nehme mir widerwillig meinen eigenen Pinsel und folge Juris bei. Welchen Pinsel nimmt er denn jetzt in die Hand? Entschuldigung. Hallo Grimble. Das sollte reichen. Ich bringe noch die letzten weichsten Tupfen an. Welche weißen Tupfen? Nein, Entschuldigung. Im Ganzen betrachtet wirkt der Band aus der Hübsch und Natürlich. Das Resultat ist besser als erwartet. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ja, ich auch. Willst du jetzt einen Text draufschreiben? Oh, noch nicht. Ich muss erst noch trocknen. Das stimmt, aber wird das Ganze nicht eine Weile dauern? Nun, vielleicht wäre es am besten, wenn ich es hier lasse und du bringst es morgen mit. Ich kann den Text auch vor dem Beginn der Veranstaltung aufmalen. Wäre das okay? Ja, kein Problem. Wunderbar. Wenn das so ist, dann hätten wir alles erledigt. Puh. Aha. Du sagst das so, als wärst du froh darüber, dass es vorbei ist. Habe ich mit der Annahme geirrt, dass es dir nicht wenigstens ein bisschen Spaß gemacht hat? Oh nein, das ist es nicht. Ich bin nur froh darüber, dass wir alles geschafft haben. Ich verstehe. Ich auch. Ich hatte mir etwas Sorgen wegen der Zeit gemacht. Ich muss bald das Abendessen vorbereiten. Ah. Dann hast du jetzt keine Zeit mehr? Ich hatte insgeheb gehofft, dass wir hinterher noch etwas Zeit zusammenbringen könnten. Nun. Juri denkt nach. Es wäre zu unverantwortlich, noch länger zu warten. Es tut mir leid. Ich hatte auch gehofft, dass wir mehr Zeit gefunden hätten. Das ist vermutlich meine Schuld. Tut mir leid, dass ich so langsam arbeite. Nein, es ist überhaupt nicht deine Schuld. Und am allerwichtigsten ist es doch, dass wir mit allem fertig sind, oder? Ja. Also, ich sollte nicht enttäuscht oder so sein. Juri packt ihre Sachen zusammen und wirkt dabei recht bedrückt. Ich verstehe den Grund. Es hörte sich für mich ganz danach an, dass sie nur selten Zeit mit Freunden verbringt und sich etwas entspannen kann. Aber das bedeutet ja nicht, dass dies das letzte Mal gewesen sein muss. Als Juri alles eingepackt hat, begleite ich sie zur Tür. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Gern geschehen. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Sag mir einfach Bescheid, falls ich morgen noch etwas anderes mitbringen soll. Ich werde ich also dann... Juri steht nervös vor mir. Tja, dann also. Wir sehen uns morgen. Warte. Ich sage das ohne groß nachzudenken. Wegen heute. Die Zeit war heute etwas knapp, aber das ist kein Problem. Wir können das auch gern wiederholen. Du kannst einfach vorbeikommen, wenn du danach isst, oder wir gehen zusammen irgendwo hin. Äh, ich hatte vergessen, dass du ja nicht so gerne ausgehst. Während ich vor mich hin schutterte, lächelte Juri mich schütter an. Wie dem auch sei. Du weißt ja schon, was ich damit sagen will. Du bist sehr rücksichtsvoll, Gnudrun. Juri geht einen Schritt auf mich zu und drückt dann kurz meine Hand. Das merke ich an dir. Nun. Wie bitte soll ich auf diese... Soll ich auf sowas antworten? Aber das Problem löst sich von selbst, als Juri plötzlich zurückweist. Sei Juri, äh... Ah! Oh, hallo, Gnudrun. Oh nein, sei Juri. Wir wollten da gerade nicht... Äh... Es ist okay, Gnudrun. Ich bin nur hier, um kurz weiter zu sagen. Ähm... Tja, es ist schön, dich zu sehen. Tut mir leid, aber ich wollte gerade gehen. Ach, wirklich? Wie schade. Es tut mir leid. Aber wir sehen uns ja alle morgen im Festival. Ist doch okay für dich. Natürlich! Da Juri strahlt. Ja, also. Ich seh dich morgen. Juri ist eindeutig verlegen und eilt davon. Sajuri winkt ihr zum Abschied nach. Sajuri, ich dachte, du wolltest heute nicht kommen. Ach, also. Ich habe versucht, in meinem Zimmer zu bleiben, aber meine Vorstellungskraft ist mit mir durchgegangen. Daher musste ich herkommen, um mich selbst davon zu erzeugen. Wovon? Wovon redest du? Weißt du, wie viel Spaß du mit Juri hast? Wie nah ihr euch gekommen seid? Es macht mich sehr glücklich. Lügt nicht! Dass ihr so gute Freunde geworden seid. Dazu kann ich nur das sagen. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe ja wirklich nichts gemacht, ne? Das ist mir am allerwichtigsten. Die Getränen rollen Sajuris Gesicht hinab. Das ist mir am allerwichtigsten. Warum fühle ich mich nur so knudruhen? Ich sollte mich doch für dich freuen! Warum habe ich das Gefühl, dass mein Herz zerbricht? Es tut so weh. Alles tut so weh. Es wäre viel einfacher, wenn ich einfach verschwinden könnte. Man, oh Mann! Die hat, also das, was gerade ist, hat nichts mit Depressionen zu tun. Die ist einfach nur in Love und weiß, wie sie damit umgehen soll. Sajuris, sag sowas nicht. Es ist wahr, Knudrun. Wenn ich nicht hier wäre, dann würdest du nicht dein Mitgefühl an mich verschwinden. Du müsstest dich nicht mit meiner egoistischen Art herumärgern. Monika hatte recht. Ich sollte einfach... Monika? Monika hatte womit recht. Sajuris, es ist wahr, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde das nicht weiter zulassen. Du stellst das als eine Belastung dar, dass ich mich um dich sorge und kümmere. Aber das ist es nicht. Es macht mich glücklich. Und ich möchte dagegen nichts in der Welt eintauschen. Auch wenn es ein Leben lang dauert. Ich werde so lange an deiner Seite bleiben, bis du keinen Schmerz mehr spürst. Ja, dann kannst du heiraten. Aber... Sajuri blickt weg. Ich lege ihr zur Versicherung eine Hand an die Schulter. Ich habe Angst, Knudrun. Richtig viel Angst. Bevor hast du Angst? Ich habe Angst, dass ich dich möglicherweise mehr mag, als du mich. Sajuri. Es stimmt nicht wahr. Ich war schwach und begann, dich viel zu sehr zu mögen. Ich habe mir das selbst eingebrocht. Knudrun. Ich mag dich so sehr, dass ich sterben will. So fühle ich mich. Und... Und... Das ist genug, Sajuri. Ich will dir nicht mehr wehtun. Ich streiche an Sajuris Arm entlang und drücke ihre Hand in meine. Erinnerst du dich daran, wie ich sagte, dass ich immer weiß, was das Beste für dich ist? Glaubst du mir das immer noch? Sajuri, nicht wortlos. Auch wenn du nicht all deine Gefühle verstehst. Ich verstehe sehr wohl, was du jetzt am meisten brauchst. Und das werde ich dir geben. Ich liebe dich? Du wirst immer meine allerbestliebste Freundin sein. Also, nur das obere, das untere ist ja voll der Korb. Das will man doch nicht hören. Wir müssen ja zwei machen. Ich habe irgendwie Angst. Ich speichere mal. Guter Punkt. Ich speichere. Wir entscheiden uns später anders. Ich habe mir aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Juri das alles beobachtet. Wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, wird mich Juri umbringen. Du wirst immer meine allerliebste Freundin sein. Für dich ist es jetzt am wichtigsten, dass die Dinge so sind, wie sie immer waren. Monika hat mir die Wahrheit erzählt. Wie viel glücklicher du zu scheinen scheinst, nachdem ich in den Club eingetreten bin. Ich weiß, dass du im Moment mit ziemlich schwierigen Gefühlen ringst. Aber bitte vertraue darauf, dass ich weiß, was das Beste für dich ist und was dich letztendlich glücklich macht. Ich werde ganz sicher dabei helfen, dass alles wieder so wird, wie es war. Ich, ich verstehe. Sayuri zwingt sich ein Lächeln ab, aber ihr Gesicht ist immer noch schmerzerfüllt. Fühlt sich so ein Messerstich in der Brust an. Ich sollte ein Gedicht darüber schreien. Sayuri, das ist schon okay. Das ist meine Strafe schon vergessen, weil ich so egoistisch war. Also bitte, mach dir keine Sorgen. Aber er hatte ja von Anfang an schon keine Gefühle. Er hat von Anfang an gesagt, das ist das nervige Mädchen, die mir immer hinterherläuft, bla bla bla. Also er fand sie ja von Anfang an schon anstrengend. Ich weiß, dass du recht hast. Es war mir die ganze Zeit klar, dass ich auf diese Weise nicht glücklich werde. Darum bin ich hierher gekommen, um die Antwort zu bekommen, die ich hören musste. Und wegen der anderen Sache, du hast auch recht, dass ich einfach will, dass alles wieder so ist wie früher. Das habe ich jetzt begriffen. Du kennst mich tatsächlich besser als sonst niemand. Ich vertraue dir mit allem. Wirklich allem. Also, endlich beginnt Sayuri richtig zu lächeln. Plötzlich dreht sie sich um und fällt auf die Knie. Ah! Sie schreit so laut, wie sie kann und hält den Kopf dabei in die Hände. Ich bin so geschockt, dass sie überhaupt nicht weiß, wie ich reagieren soll. Sayuri wirft mir über die Schulter einen Blick zu, lächelt, dreht wieder um und rennt davon. Sayuri! Ich bleibe hilflos vor meinem Haus zurück. Warum fühle ich mich deswegen so schlecht? Es gibt nichts, was ich noch hätte tun können. Ich kann an diesem Punkt nur Sayuri da sein und ihr helfen, den richtigen Weg zu finden. Aber ich kann Sayuris Gefühle genauso schwer nachvollziehen wie sie, obwohl ich sie trösten kann. Ich frage mich, ob ich mehr tun oder etwas anderes versuchen sollte. Mit diesen Gedanken werde ich mich so lange herumschlagen, bis alles wieder beim Alten ist. Aber ich werde alles geben, was in mir steckt. Sayuri wird immer meine allerliebste Freundin sein. Und ich werde alles tun, um jeden Tag ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern, indem du im Club mit Sayuri rumflirtest. Also mein Tipp number one, wenn sowas ist, erstmal auf Abstand gehen. Kriegt erstens nichts, wenn die zugucken, wie ich jetzt eine andere date, das tut nur weh. Und zweitens muss man sich mal davon ein bisschen distanzieren, bis sie vielleicht sich mal in einen anderen verliebt. Heute ist der Tag des Festivals. Ich hatte gerade deswegen erwartet, zusammen mit Sayuri zur Schule zu gehen. Aber Sayuri geht nicht ans Telefon. Ich überlege kurz, ob ich zu ihr nach Hause gehen und sie aufwecken soll, aber entscheide mich dagegen. In der Zwischenzeit sollten die Vorbereitungen für die Veranstaltung fast abgeschlossen sein. Das von Juri und mir gemalte Banner ist mittlerweile getrocknet, sodass ich es aufrollen und mitnehmen kann. Sie schrieb mir freundlich, dass ich nichts vergessen soll. Interessanterweise denke ich über die Veranstaltung vermutlich das gleiche wie Natsuki. Ich bin echt froh, wenn alles vorbei ist. Aber so wie ich Monika kenne, wird die Veranstaltung sicher toll. Ich werde mit dir, sie ist nicht da. Nudrun, du bist der Erste. Danke, dass du so früh gekommen bist. Das ist komisch. Ich hatte erwartet, dass zumindest Juri schon mal hier sein würde. Monika legt kleine Heftchen auf den Tisch im Klassenzimmer. Sie hat die Vorbereitung, darin stehen sicherlich all unsere Gedichte, die wir vortragen werden. Ich habe letzten Endes Monika irgendein Gedicht geschickt, das ich online gefunden hatte und von dem ich annahm, dass es ihr gefallen würde. Das werde ich genauso vortragen. Ich bin überrascht, dass du hier ohne Sayuri auftauchst. Ja, sie hat schon wieder verschlafen, das kleine Dummchen. Man sollte doch denken, dass sie sich so einen wichtigen Tag mehr anstrengen würde. Warum kommt keine Musik mehr? Während ich das sage, erinnere ich mich plötzlich an das, was Sayuri mir gestern erzählt hat. Und sofort fühle ich mich schlecht, wenn ich weiß, dass dies alles überhaupt nicht so einfach für sie ist. Ich habe das nur gesagt, weil ich es gewohnt bin, so über sie zu denken. Aber vielleicht hätte ich sie doch aufwecken sollen. Hahaha, du solltest schon etwas Verantwortung fürs Übernehmen, Knut, ruhen. Ganz besonders nach dem, was gestern zwischen euch vorgefallen ist. Du hast sie heute Morgen schon arg hängen lassen, weißt du? Boah. Vorgefallen? Monika, du weißt davon? Natürlich tue ich das. Schließlich bin ich die Club-Präsidentin. Aber ich stammle verlegen. Hat Sayuri ihr wirklich so schnell davon erzählt? Wie ich ihr Geständnis praktisch abgelehnt habe? Holy shit. Das wirft kein gutes Licht auf mich. Aber ich bin derjenige, der weiß, was am besten für sie ist, nicht wahr? Oh Mann. Du denkst ja nicht... Du kennst ja nicht die ganze Geschichte, also... Keine Sorge. Ich weiß wahrscheinlich viel mehr, als du denkst. Äh. Monika ist so freudig wie immer, aber aus irgendeinem Grund läuft es mir jetzt eiskalt den Rücken runter. Hey, willst du dir die Heftchen ansehen? Die sind echt gut geworden. Äh, ja genau. Äh, ich nehme mir ein Heftchen vom Tisch. Oh, das sind sie wirklich? Damit werden die Leute den Club ganz bestimmt viel ernster nehmen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich wettere durch die Seiten. Das Gedicht von jedem Mitglied ist akkurat auf jeweils eine Seite gedruckt. Ich erkenne Natsukis Yuris Geschichte wieder. Es sind dieselben, die sie auch bei der Probe vorgeführt haben. Was ist das? Ich wettere zur Seite mit Majoris Gedicht. Es ist nicht das Gedicht, was ich geübt hatte. Das kenne ich überhaupt nicht. Verschwinde aus meinem Kopf, verschwinde aus meinem Kopf, verschwinde aus meinem Kopf, verschwinde aus meinem Kopf, verschwinde aus meinem Kopf. Aber ein Gedicht ist nie wirklich fertig. Es hört nur auf, wenn es sich zu bewegen. Oh mein Gott, schrecklich. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich mit dem Schreiben dieses Gedichts fertig bin. Uff. Ach, was ist das? Beim Lesen des Gedichtes wird mir ganz komisch im Magen. Knutruhen? Stimmt etwas nicht? Ach, nichts. Dieses Gedicht ist ganz anders als alles, was Sayori sonst geschrieben hat. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde Sayori holen. Also, ach, alles so gut. Aber bitte beeil dich, okay? Ich verlasse schnell das Klassenzimmer. Überanstreng dich nicht. Das ruft mir Monika hinterher. Ich gehe noch einen Schritt schneller. Holy shit. Das habe ich mir nur gedacht. Ich hätte mir einen Satz für Sayori zeigen müssen. Aber wenn mir einer die Liebe gestehen würde, dann würde ich mich auch erstmal distanzieren. Es ist doch keine große Sache, auf sie zu warten oder mit ihr wach zu werden, zu helfen. Es macht sie ja schon glücklich, zusammen zur Schule zu gehen, was wirklich keine große Sache ist. Außerdem, gestern habe ich ihr noch gesagt, dass alles so sein wird wie immer. Mehr brauche ich nicht. Und genau das wollte ich ihr geben. Ich erreiche Sayoris Haus und klopfe an der Tür. Ich erwarte keine Antwort, da sie ja auch nicht ans Telefon geht. Ich öffne die Tür und gehe hinein, genau wie gestern, dass immer die Tür aufsteht, ne? Sayori? Sie hat wirklich einen tiefen Schlaf. Ich schlucke. Ich kann nicht glauben, dass ich das am Ende doch tue. Sie in ihrem eigenen Haus zu wecken. Ist das nicht eher etwas, was ein Freund tun würde? Wie dem auch sei. Es fühlt sich richtig an. Ich klopfe an Sayoris Zimmertür. Sayori? Aufstehen, Kleine. Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht die Privatsphäre einer Person? Aber sie lässt mir keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Holy shit. Datei, Gamescript, Zeile 3, 7 für Details. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ist das ein Albtraum? Das muss eins sein. Das ist nicht wahr. Das kann unmöglich wahr sein. Sayori würde so etwas nicht tun. Bis vor einem Tag war doch noch alles normal. Darum kann ich ja auch nicht glauben, was ich da mit meinen Augen sehe. Ich unterdrücke mühsam einen Brechreiz. Erst gestern sagte ich Sayori, dass ich für sie da sein würde. Sagte ich ihr, dass ich weiß, was das Beste für sie ist und das alles wieder in Ordnung zu bringen. Warum das? Warum würde sie so etwas tun? Wie kann ich nur so hilflos sein? Was habe ich falsch gemacht? Ihr Geständnis abzuweisen? Das war es sicher, was sie über die Klippe gestoßen hat. Ihr qualvoller Schrei greilt mir noch in den Ohren. Warum habe ich ihr das angetan? Weil sie mich am meisten brauchte. Warum war ich so egoistisch? Ist das alles meine Schuld? Meine Gedanken rasen und mir fallen tausend Dinge ein, die ich hätte tun und können, um das zu vermeiden. Wenn ich nur mehr Zeit mit ihr verbracht hätte, mit ihr zur Schule gegangen wäre und ihr das gegeben hätte, was sie von unserer Freundschaft wollte, dann hätte ich das verhindern können. Ich weiß, dass ich das hätte verhindern können. Scheiß auf den Literaturclub. Scheiß auf das Festival. Ich habe gerade meine beste Freundin verloren. Ich bin mir mit ihr aufgewachsen. Jetzt ist sie für immer fort. Ich kann nichts tun, um sie zurückzubringen. Das ist kein Spiel. Das ist einfach, dass ich einfach zurücksetzen kann, dann etwas anderes ausprobieren kann. Das sagen die jetzt mit Absicht. Ich hatte nur eine Chance und ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt werde ich diese Schuld mit mir tragen bis zum Ende meines Lebens. Nichts in meinem Leben ist mehr wert als ihre. Und trotzdem konnte ich nicht tun, was sie von mir gebraucht hätte. Und jetzt kann ich es nie mehr gut machen. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Morgens ist es immer am schlimmsten. Ich bin umringt von Pärchen und Freundesgruppen, die gemeinsam zur Schule laufen. Ich bin hingegen immer allein unterwegs. Ich rede mir ja ständig ein, dass es Zeit wird, ein paar Mädchen zu treffen. Aber ich habe einfach keine Lust, irgendwelche Clubs beizutreten. Ich bin völlig zufrieden damit, gerade mit so einer Durchschnittsnote zu bestehen. Und es gibt ja immer noch einen Anime-Club. Ach, jetzt ist sie weg. Jetzt lebe ich meinen Tag erneut und sie war nie da. Die Schule läuft wie voll. Nachdem ich meine Sachen gepackt habe, starre ich gedankenlos an die Wand. Clubs. Es gibt echt keine, die mich interessieren. Ach, guck mal. Jetzt starte ich die Story neu. Ohne, dass Sayori jemals da war. Sie hat das mein Leben erlöscht. Dann habe ich wohl keine andere Wahl, als mit dem Anime-Club zu beginnen. Oh Gott. Monika kommt jetzt auf mich zu. Du meine Güte, ich hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Das ist schon eine ganze Weile her, was? Äh, das ist es. Monika lächelt freundlich. Wir kennen uns. Naja, wir waren letztes Jahr in derselben Klasse. Monika war so ziemlich das beliebteste Mädchen der Klasse. Clever, schön und sportlich. Also völlig unerreichbar für mich. Wenn sie mich also sind, anlächelt, fühle ich etwas. Warum bist du überhaupt hier? Oh, ich bin nur auf der Suche nach einem Ding für meinen Club. Weißt du zufällig, ob es da Bastelpapier gibt? Oder Filzschifte? Du könntest ja im Schrank nachsehen. Du bist im Debattierclub, richtig? Oh, was das angeht. Ich bin aus dem Debattierclub ausgetreten. Echt, bist du raus? Ja. Ehrlich gesagt gefallen mir die ganzen politischen Spielchen in den Clubs nicht. Dort wird sich irgendwie nur um das Budget und den Bekanntheitsgrad gestritten. Ich beschäftige mich lieber mit etwas Persönlichem, mit mir Freude bereitet. Für welchen Club hast du dich entschieden? Ich starte tatsächlich gerade meinen eigenen Literaturclub. Literaturclub? Das klingt irgendwie langweilig. Wie viele Mitglieder gibt es denn schon? Haha. Es ist etwas peinlicher, bisher sind wir nur zu dritt. Neue Mitglieder für etwas, sowas Langweiliges zu finden, ist echt schwer. Na, das leuchtet ein. Es ist jedoch überhaupt nicht langweilig. Literatur umfasst so viel. Lesen, Schreiben, Poesie. Eines unserer Mitglieder bewahrt sogar ihre Manga-Sammlung im Clubraum auf. Moment mal, echt? Ja, witzig, nicht wahr? Sie behauptet steif und fest, dass Mangas auch Literatur sind. Da liegt sie wohl nicht so ganz falsch, schätze ich. Und außerdem, Mitglied ist Mitglied, nicht wahr? Hat Monika gerade sie gesagt? Hm. Hey, Knudrun. Du bist nicht zufällig auf der Suche nach einem Club für dich? Äh, ich denke schon, aber wenn das so ist, könntest du mir dann einen riesigen Gefallen tun? Ich will dich ja nicht bitten, dass du bei uns mitmachst, aber wenn du wenigstens einmal in meinem Club vorbeischauen könntest, würde mich das sehr glücklich machen. Bitte. Äh, ja, ich habe wohl keinen Grund. Kann es sein, dass sie die Böse ist, die in den Club Leute auf, äh, quasi reinbringen will und die alle sterben? Und wie könnte ich auch jemanden wie Monika etwas abschlagen? Klar, ich kann mir das schon vorstellen. Ach, wunderbar. Du bist echt lieb, deswegen hat sie auch Zwei Dimensionen vorhin gesagt. Ja, Moment mal. Sie weiß alles, sie hat vorhin was von Zwei Dimensionen erzählt. Vielleicht ist sie ja die Böse. Es ist echt eine kleine, es ist echt keine große Sache. Sollen wir dann gehen? Ich werde einfach ein andermal nach den Sachen suchen. Und das war also der Tag, an dem ich meine Seele an Monika und ihr unwiderstehliches Lächeln verkauft habe. Ich folge Monika widerwillig durch die Schule nach oben. In diesem Gebäudeteil verirre ich mich nur selten. Monika drückt energiegeladen die Tür auf. Ich bin wieder da und ich habe einen Gast mitgebracht. Oh Gott. Äh, ein Gast? Ernsthaft, du hast einen Jungen mitgebracht? Was für ein Stimmungskiller. Sei nicht gemeiner, Zucki. Aber wie dem auch sei, willkommen im Club. In diesem Moment fehlen mir die Worte. Alle Worte. Dieser Club ist voller unglaublich süßer Mädchen. Dann lass mich mal raten. Du bist Monikas Freund, oder? Wah. Nein, das bin ich nicht. Natsuki. Das Mädchen mit der miesen Laune, die anscheinend Natsuki heißt, kenne ich nicht. Mit ihrer zierlichen Figur wirkt sie ja. Das haben wir schon. Achso, das ist jedenfalls Natsuki. Nett, euch kennenzulernen. Juri scheint vergleichsweise reifer. Ja, nett, euch kennenzulernen. Ich bin also in meinem einen Klassenzimmer auf Glut rumgestoßen. Ist das nicht toll? Warte, Monika. Hätte ich dir nicht gesagt, dass du mir vorab Bescheid geben sollst, wenn du jemanden neuen mitbringst? Ich wollte doch... Nun, du weißt schon. Tut mir echt leid. Ich hab das nicht vergessen. Wenn das so ist? Will man Tee? Das wäre wunderbar. Warum setzt du nicht einen auf? Die Mädchen haben mehrere Pulte zusammengeschoben, einen Tisch bilden. Ey, ist das weird. Und kann es sein, dass wir jetzt jedes Mal mehr verlieren und mehr sterben? Ich weiß, dass du ja eigentlich nicht die Absicht hattest, herzukommen. Aber wir werden dafür sorgen, dass du dich hier wohlfühlst. Als Präsidentin des Literaturclubs ist es meine Pflicht, den Club für alle spaßig zu machen. Ich bin überrascht, dass es noch nicht mehr Mitglieder gibt. Es muss schwierig sein, einen Club zu gründen. Das könnte man sagen. Es gibt nicht viele Leute, die Interesse daran haben, viele Mühe in den Beginn von etwas völlig Neuem zu stecken. Ganz besonders nicht bei einem Thema, das einen nicht wirklich umhaut. Es ist viel Arbeit. Aber dadurch werden Schulveranstaltungen wie das Festival noch um einiges wichtiger. Ich bin fest davon überzeugt, dass es von uns noch vor unserem Abschluss gelingen wird, diesen Club zu etwas Großem zu machen. Richtig, Natsuki? Ja, ich denke schon. Natsuki, es stimmt widerwillig zu. Die Mädchen sind so verschieden und haben doch ein gemeinsames Ziel. Monika muss viel Zeit damit verbracht haben. Juri bekommt mit einer Tasse Tee zurück. Weil mir fehlt ja eigentlich die wichtige Person, die ja eigentlich dafür sorgt, dass die sich nie streiten. Hier habt ihr ein vollständiges Teeset. Keine Sorge, die Lehrer haben uns das erlaubt. Schließlich ergänzt eine heiße Tasse Tee, doch perfekt ein gutes Buch. Ja, ich denke schon. Ehe, lass dich nicht einschüchter. Juri will dich nur beeindrucken. Oh, das stimmt doch gar nicht. Ich meine... Das macht mich froh und erleichtert mich, wenn Leute Tee trinken. Also, Gnudrun, was liest du denn so? Jetzt habe ich in letzter Zeit kaum etwas gelesen. Mangas. Ich flüstere das Banane halb im Schmerz. Natsuki hebt plötzlich den Kopf. Es scheint, dass es wiederholt sich jetzt ja alles. Juri, was ist mit dir? Ja, tja. Hä? Kann es sein, dass Monika ist und die Willen irgendwie alle aus dem Weg räumt? Irgendwie ist es... Deswegen kann ich Monika wahrscheinlich auch nicht anmachen, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall lese ich in letzter Zeit viele Horrorgeschichten. Ach, ich habe auch mein Horrorbuch gelesen. Ich klammere mich verzweifelt in die kleinsten Gemeinsamkeiten. Genau, das hatten wir schon. Ah, das hatte ich auch mit dir erwartet, Juri. Es passt zu deiner Persönlichkeit. Oh, wirklich? Erst wenn mich eine Geschichte zum Nachdenken bringt oder in eine andere Welt entführt, dann kann ich das Buch nur schwer weglegen. Auch wenn es... Auch wenn es auch nur für einen kurzen Moment ist. Surreale Horrorgeschichten helfen einem oft dabei. Ah, ich hasse Horror. Oh, warum denn? Nun ja, Natsukis Augenblitzen für den Bruchteil. Also muss ich ja im Prinzip alle daten, bis Monika am Ende noch übrig ist, weil ich kann ja Monika nicht daten. Das heißt, Natsuki und Juri, die würdest du dich ja auch noch daten oder einer das Herz brechen und deswegen wird eine von denen was Schlimmes machen, ne? Ist auch egal. Stimmt ja. Du schreibst vor außergewöhnlich Liebe über süße Dinge, nicht wahr, Natsuki? Was? Wie kommst du denn da drauf? Das hast du beim letzten Clubtreffen auch an deinem Zettel liegen lassen. Es sah danach aus, dass du an einem Gedicht gearbeitet hast mit dem Titel Sag ihn nicht laut! Gib mir das zurück! Ist schon gut. Natsuki, schreibst du auf deine eigenen Gedichte? Hm. Ich glaube, das kann ich alles skippen, ne? Das hatten wir ja alles schon. Ist ja alles das Gleiche. Es wäre gut, wenn sie irgendwie die Texte markiert hätten, die wir schon gelesen haben und welche nicht, ne? Also wenn dann so ein Ausrufezeichen da wären, Dinge, die wir noch nicht gelesen haben. Ich glaube, du hast recht, Monika. Wir sollten unsere Aktivitäten überlegen, an denen wir alle gemeinsam teilnehmen können. Schließlich habe ich mich ja bewusst dafür entschieden, die Rolle der Vizepräsidentin zu übernehmen. Sie ist jetzt Vizepräsidentin. Oh, oh, dann muss sie ja jetzt sterben. Kann es sein, dass immer die Vizepräsidentin stirbt? Ich muss ein Bestes geben, den Club und seine Mitglieder voranzubringen. Zudem haben wir jetzt ein neues Mitglied. Äh, ja, haben sie unten das Überspringen. Wird klickbar, wenn es der gleiche Text ist. Ah, okay. Daher erscheint dies ein guter nächster Schritt zu sein. Dem stimmst du doch zu, Genudruhen. Moment mal, es gibt noch ein Problem. Ach, welches denn? Da wird jetzt beim wichtigsten Thema gelandet, sind sprudelt einfach ganz unerhofft das aus mir heraus, was mir schon die ganze Zeit im Kopf herum schwirrt. Ich hatte nie gesagt, dass ich in den Club beitreten will. Monika hat mich zwar dazu beredet, hier einmal vorbeizuschauen, aber ich habe mich noch nicht offiziell dazu entschieden. Es gibt auch noch andere Clubs, die ich mir ansehen will. Ich verliere den Faden. Alle drei Mädchen starben mich deprimiert an. Aber es tut mir leid, ich dachte, die Mädchen sehen sich an und dann dreht Monika mir den Rücken zu. Ich muss dir wohl die Wahrheit sagen, Genudruhen. Es ist nämlich so, wir haben noch nicht genug Mitglieder, um offiziell einen Club zu bilden. Wir brauchen vier. Ich habe mir echt total viel Mühe gegeben, neue Mitglieder zu finden und wir vor dem Festival noch nicht eine weitere Person zu finden. Den Mädchen gegenüber bin ich einfach machtlos. Wie soll ich da einen kühlen Kopf bewahren? Ich würde mich schrecklich fühlen, wenn sie in dieser Situation hängen lassen würde. Und außerdem scheint es in dem Club ja ziemlich entspannt herzugehen. Also, wenn der Preis das Schreiben von Gedichten ist, um jeden Tag mit diesen wunderschönen Mädchen zu verbringen, dann ist das wohl so. Also gut, ich habe mich entschieden. Ich werde mit dem Literaturclub beitreten. Die Augen der Mädchen beginnen wieder zu strahlen. Ach, du meine Gute, wirklich? Meinst du das wirklich, Genudruhen? Ja, das könnte doch ganz lustig werden. Du hast mir einen Moment lang wirklich einen Schreck eingejagt. Wenn du nach all dem einfach gegangen wärst, wäre ich super sauer gewesen. So. Jetzt kannst du aus den offiziellen Club werden. Vielen Dank, du bist echt super toll. Ich werde alles tun, was ich kann, damit wir viel Spaß haben. Und danke, denke ich. Okay, Leute, damit können wir jetzt offiziell das heutige Treffen mit etwas Positivem abschließen. Denkt alle an die heutige Aufgabe, schreibt ein Gedicht und bringt es zum nächsten Treffen mit. Monika sieht es erneut an. Nudruhen, ich freue mich darauf, dich zu sehen. Hehehe. Ja, kann ich mit meinem mittelmäßigen Schreibstil wirklich Monika, die Klassenbeste, beeindrucken? Ich fühle direkt, wie sich mein Magen vor lauter Anspannung verkrampft. In der Zwischenzeit plaudern die Mädchen weiter, während Juri das T-Set abräumt. Ich mache mich mal auf den Weg. Okay, wir sehen uns morgen. Ich kann es kaum erwarten. Äh, achte nicht nur auf den Text. Manchmal ist im Visuellen auch was zu finden. Hm. So verlasse ich den Clubraum. Während des gesamten Heimwegs springen meine Gedanken zwischen drei Herren. Natsuki, Juri und natürlich Monika. Werde ich wirklich glücklich sein, nach dem Unterricht täglich meinen Literaturclub abzuhängen? Möglicherweise bietet sich ja eine Chance, einem der Mädchen etwas näher zu kommen. Also gut. Ich muss das beste Situation machen. Und alles beginnt wohl mit einem Gedicht. Scha. Mal gucken, ob jetzt auch Monika dabei ist. Willst du ein Spezialgedicht freigeschaltet? Du hast einen, achso, willst du es lesen, ja? Was ich an Papa mag. Was ich an Papa mag, wenn er früh nach Hause kommt, wenn er kocht, wenn er mir Taschengeld gibt, Zeit mir verbringt. Äh, ich mag es, wenn Papa mich nach meinem Freund fragt. Ups. Hä? Guck mal, ich kann wieder nur die zwei machen, ne? Was war das für ein Gedicht? Das war wahrscheinlich ein Gedicht von Missbrauch, ne? Kann es sein? Aber eigentlich habe ich sie ja jetzt schon rumgekriegt. Heißt, wenn wir sie jetzt rumkriegen, machen wir nochmal die ganze Geschichte genauso, oder? So, Leute, ihr seht, es sind jetzt, es sind jetzt nur noch zwei da. Und ihr habt gesagt, wir sollen Natsuki ähm, jetzt imponieren. Ich würde sagen, die mag doch alles, was schön ist. Wahrscheinlich mag ich die wunderbar. Die mag wahrscheinlich Süßigkeiten. Die mag toll. Die mag, äh, Glühwürmchen. Das ist voll easy bei ihr. Die mag Decke. Die mag Sonic. Die mag Rose. Oh, Rose mag die Scheiße. Neptun, danke für sieben Monate. Vielen Dank. Die mag Socken. Die mag, äh, Funkelnd. Herz. Lebensfreude. Oh, das mag, was? Die mag Lebensfreude? Äh, Liebe. Papa. Leer. Fantasie. Blutrotwein. Traum. Scheiße. Äh. Freunde. Blume. Flauschig. Kichern. Kätzchen. Spaß. Glücklich. Voll easy. Voll easy. Vielleicht ist noch eine Ecke da. Wo ist eine Ecke? Ach, da. Guck mal, wo glotzt du eigentlich? Besser. Willkommen zurück, Nudrun. Wir sind froh, dass du uns nicht davongelaufen bist. Nö, keine Sorge. Das ist zwar alles etwas ungewöhnlich für mich, aber ich werde zumindest mein Wort halten. Danke, Leaslos, für 13 Monate, ey. Vielen Dank. Da wäre ich also wieder im Literaturclub. Ich betrat als Letzter den Raum. Alle anderen waren schon da. Oh. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast, Nudrun. Hoffentlich ist das keine überwältigende Verpflichtung für dich. Du stürzt dich direkt Hals vor Kopf in die Literatur, wo du gar keinen echten Bezug dazu hast. Oh mein Gott. Ach, komm schon. Wir sollten nicht zu streng mit ihm sein. Du musstest ja schon von Monika hierher geschleppt werden. Ich weiß ja nicht, ob du einfach nur hierher gekommen und abhängig sein wirst, abhängen willst oder so. Aber wenn du die Sache nicht ernst nimmst, dann müsst du dir das noch lange anhören. Ja, ich kann nichts lesen. Natsuki zieh mich weit aus dem Fenster dafür, dass du deine... Warum ist sie davor, hä? Warum konntest du jetzt nicht lesen? Natsukis Gehirn scheint sich nicht zwischen den Worten Monika und Mangas entscheiden zu können. Mangas in Literatur. Rasch besiegt lässt sich Natsuki zurück auf ihren Stuhl fallen. Es tut mir leid, Knutrun. Wir werden dafür sorgen, dass du dich hier wohlfühlst, okay? Juri wirft Natsuki einen enttäuschten Blick zu. Auf jeden Fall. Da du jetzt in einem Club bist und so, hast du eventuell Interesse an einem Buch, das du lesen willst? Nun. Ich kann so oder so nicht Nein sagen. Wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt in diesem Club. Daher scheint es mir nur logisch, dass ich das tue, wenn du mich darum bittest. Warte. So habe ich das nicht gemeint. Wenn du es wirklich nicht willst, dann vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ah nein, das meinte ich gar nicht, Juri. Ich will versuchen, Teil des Clubs zu werden. Auch wenn ich normalerweise nicht so oft lese, so nehme ich doch gerne ein Buch zur Hand, wenn du es möchtest. Ach, bist du sicher? Ich dachte nur, nun als Vizepräsidentin und so, dass ich dir bei dieser Sache zu Anfang etwas helfen sollte. Juri greift in ihre Tasche und zieht ein Buch heraus. Ich wollte nicht, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Da habe ich ein Buch rausgewählt, von dem ich denke, das dir gefallen könnte. Es lässt sich schnell lesen und festet deine Aufmerksamkeit. Auch wenn du vorgewöhnlich nicht viel liest. Der Hintergrund ist schräg. Stimmt. Stimmt, der Hintergrund ist schräg. Voll gut drauf geachtet. Alles ist irgendwie komisch. Und wir könnten, weißt du, uns darüber unterhalten, wenn du magst. Das ist... Wie kann das Mädchen unbeabsichtigt nur so niedlich sein? Sie hat sogar ein Buch rausgewählt, von dem sie glaubt, dass es mir gefallen könnte. Juri, danke. Ich werde es ganz bestimmt lesen. Ich nehme ihr begeistertes Buch aus der Hand. Naja, du kannst es ja an deinem eigenen Tempo lesen. Ich freue mich, darauf herauszufinden, was du davon hältst. Nachdem das geregelt war, erwartete ich, dass Monika einige der geplanten Aktivitäten für den Club starten würde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Juris Gesicht ist bereits in einem Buch versunken. Ich bemerke ihren anstrengenden Sichtsausdruck so, als hätte sie auf diese Chance gewartet. Währenddessen wühlt Natsuki im Schrank herum. Die Musik ist geil. Oh! Ich höre Natsuki, die vor dem Schrank steht und einen genervten Seufzer ausstößt. Sie scheint sich über irgendetwas zu ärgern. Ich gehe zu ihr hin, für den Fall, dass sie Hilfe braucht. Oh, jetzt helfen wir ihr. Schaut mal, eine neue Szene. Der Hintergrund ist wieder gerade. Was hat das so bedeutend? Suchst du etwas? Scheiß Monika! Sie stellt meine Sachen nie an die richtige Stelle. Was, sie hat Scheiß Monika gesagt? Welchen Sinn ergibt es da noch, auf eine geortete Sammlung zu achten, wenn jemand anderes immer alles durcheinander bringt? Das denke ich mir an meinem Gaudi auch. Natsuki verschiebt einige aufeinander gestapelte Bücher und Kisten auf dem Regal und bedankt sich bei Felix Freestyler, der einen Groschen gespendet hat. Vielen Dank. Pasmo spielen wir demnächst wieder. Hallo an alle. Wir spielen weiter. Es wird krank. Mangas! Du liest doch Mangas, oder? Äh, manchmal mit Mangas ist das so eine Sache. Man sollte erst wissen, wie sein Gegenüber darüber denkt, bevor man zukimmt, dass man ein großer Fan ist. Boah, wusstest du das überhaupt? Du hattest es irgendwann mal erwähnt, außerdem steht es dir auch ins Gesicht geschrieben. Was soll das heißen? Ich verstehe. Am anderen Ende in einem der Regale ist ein einzelner Manga in einem Stapel von Büchern versteckt. Neugierig ziehe ich ihn heraus. Da ist er ja! Natsuki reißt ihm erst der Hand. Dann dreht sie sich zur Box mit den Mangas und steckt diesen Band in die Mitte zwischen die anderen. Ah, viel besser. Ein Boxset mit einem fehlenden Band zu sehen zählt wahrscheinlich zu den irritierendsten Dingen auf diesem Planeten. Ich kenn das Gefühl. Ich werfe einen Blick auf das Boxset, das ihr so am Herzen zu liegen scheint. Was? Perfait, girls. Das ist eine Serie, von der ich noch nie gehört habe. Das bedeutet eins von zwei Dingen. Ich gehöre entweder nicht einmal im Entferntesten zur Zielgruppe oder sie ist einfach grottenschlecht. Mit deinen abschätzigen Bemerkern kannst du jemand anderen vor der Tür nerven. Sie weist auf die Tür des Klassenzimmers. Hey, so war das, war nicht abschätzig gemeint. Ich hab doch überhaupt nichts gesagt. Es war ja auch mehr dein Tonfall. Aber lass dir eins gesagt sein, Knutruhen. Das ist eine Beurteile, kein Buch. Was sind denn das immer für komische Sachen? Kann ich ihre Gedanken lesen oder so? Sie hat ja auch vorhin Scheiße gesagt. Das hat ja noch keine von denen gesagt. Ah, ich liebe die Stimmenvorstellung so sehr. Meine? Oh mein Gott. Das ist aber süß. Tatsächlich. Natsuki zieht den ersten Band des Perfect Girls aus der Box. Ich werde dir auch zeigen, was das so ist. Sie drückt mir den Band direkt in die Hände. Ah. Ich starre auf das Titelbild. Darauf sind vier Mädchen in bunten Outfits zu sehen, die sich sehr ausdrucksstark in femininen Posen präsentieren. Nein, das sind Easter Eggs. Ach, diese Tonspuren oder was? Sind Easter Eggs. Weil ich den Plus-Teil gekauft habe oder wie? Oder wie kann ich das verstehen? So, Moment. So. Ich muss kurz was fragen. So, okay. Darauf sind vier Mädchen in den bunten Outfits zu sehen. Es ist nicht so wie Sailor Moon. Es ist außerordentlich. Mo. Steh nicht einfach nur herum. Hu. Natsuki greift meinen Arm und zieht mich aus dem Schrank. Sie setzt sich da mit dem Rücken gegen die Wand auf den Boden direkt unter die Fensterbänke. Sie klopft einladend auf die Stelle neben sich. Oh. Wäre es auf den Stühlen nicht bequemer? Ich setze mich zu ihr. Auf Stühlen würde das nicht funktionieren. Dann können wir nicht gleichzeitig lesen. Äh, warum das? Es ist einfacher, wenn wir uns nah sind. Sag das nicht einfach so. Stissel, haut einfach mal neun Monate raus. Wünsche ich dir auch und Grüße aus Sturge. Danke, jetzt fühle ich mich komisch. Natsuki verschränkt die Arme und rückt etwas vor mir fort. Entschuldige. Ich hatte auch nicht erwartet, so nah neben ihr zu sitzen. Nicht, dass mir das nicht gefällt. Ich öffne das Band. Schon wenige Sekunden später rückt Natsuki wieder näher, wodurch sie mir genauso nah wie zuvor ist. Allerdings hofft sie bestimmt, dass ich das nicht bemerke. Ich spüre, wie sie über meine Schulter spät. Sehr darauf bedacht, schnell mit dem Lesen zu beginnen. Wow, das ist jetzt schon ewig her, dass ich das gelesen habe. Hä? Du blätterst also nicht hin und wieder durch die älteren Bänder? Nicht wirklich. Das mache ich vielleicht, wenn ich die ganze Serie abgeschlossen habe. Hey, passt du überhaupt auf? Äh, das tue ich, aber es ist ja noch nichts passiert. Daher kann ich mich auch gleichzeitig unterhalten. Es scheint da ja nur um eine Gruppe von Freundinnen in eine Highschool zu gehen. Oh. Oh. Eine typische Alltagsgeschichte. Dafür bin ich mittlerweile zu alt. Die Dialoge bieten selten genug Unterhaltung, um die fehlende Handlung wettzumachen. Und das langweilt dich ganz sicher nicht? Der Tino haut ein Groschen raus und sagt, hey, Gnu, ich verfolge dich schon sehr lange. Bist einer der ersten Leute, den ich aktiv schaue auf Twitch, da du dir sehr viel Mühe gibst. Ich hoffe, dir geht's gut. Süß. Dankeschön. Zucker. Und das langweilt dich ganz sicher nicht? Nein, tut es nicht. Obwohl du mir nur beim Lesen zusiehst? Also, das ist schon okay für mich. Wenn du meinst. Es ist ja nicht schlecht, wenn man das, was man mag, mit anderen teilen kann. Ich bin immer total begeistert, wenn ich einen meiner Freunde zum Lesen einer Serie überreden kann, die mir gefällt. Weißt du, was ich meine? Hm. Das weißt du nicht? Äh. Das ist nicht. Tja, ich weiß es eigentlich nicht. Was meinst du damit? Teilst du deine Mangas nicht mit deinen Freunden? Kannst du bitte nicht so drauf rumreiten? Oh, Mann. Ach, das tut mir leid. Hm. Also, ich hab je meine Freunde dazu bringen können, das zu lesen. Die denken alle, dass Mangas etwas für Kinder sind. Ich kann ja nicht einmal davon anfangen, ohne nicht gleich zu hören. Liest einer von euch Mangas? Hallo, Doktress. Schönen guten Morgen an alle. Schön, dass ihr da seid, die kleinen Stinkies. Nicht spoilern. Wer spoilert, wird getimeoutet. Wer nochmal spoilert, wird auf ewig gebannt. Dankeschön, Willy. Ich liebe Mangas. Ich hatte auch ganz viele früher. Wie liest du immer noch diesen Kinderkram? Dann würde ich ihn am liebsten ins Gesicht schlagen. Janina, danke für sieben Monate Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die Art von Leuten kenne ich. Ehrlich gesagt, es ist schwer genug, Freunde zu finden, die nicht übereinurteilen. Ganz zu schweigen davon, welche zu finden, die auch darauf stehen. Ich bin eh schon eine Art Loser. Daher fühle ich mich wohl im Laufe der Zeit zu anderen Losern hingezogen. Aber für jemanden wie dich ist das wahrscheinlich schwierig. Hm. Ja, das trifft die Sache auf den Punkt. Warte, was genau? Ich habe ja sogar das Gefühl, dass ich die nicht einmal in meinem eigenen Zimmer auch bewahren kann. Mein Vater würde mich grün und blau schlagen, wenn er die finden wird. Oh. Ist das vielleicht ein Hinweis, dass sie... Dass sie, ähm, mit ihrem Vater Probleme hat? Ist das Gedicht mit dem Vater vielleicht von ihr gewesen? Hier im Clubraum sind sie zumindest sicher. Nur Monika hat sie ziemlich blöd deswegen benommen. Ach, was tue ich nur. Es ist verkehrt. Tja, aber am Ende hat es sich doch gelohnt, oder? Schließlich sitze ich jetzt hier und lese ihn. Oh, 250 Mangas. Wie geil, lese sie. Es ist auch nicht so, als würde das eines meiner Probleme lösen. Vielleicht. Aber wenigstens hast du Spaß, nicht wahr? Wirklich? Oh Mann. Das reicht. 5BC hat einfach einen Stufe 1-Tab rausgehauen. Liegst du jetzt weiter, oder was? Ja, ja. Dankeschön. Ich blättere um. Das sollen, glaube ich, ihre Gedanken sein. Ja, aber... Ach, krass. Ja, ja, weil auch Scheiße würde sie ja nie sagen. Die Zeit vergeht. Mein Lieblingsanime... Boah, ich fände beserkt die Golden Age sehr geil. Natsuki ist jetzt ungewöhnlich still. Ich blicke zu ihr hinüber. Sie scheint fast einzuschlafen. Hey, Natsuki! Ja? Plötzlich fällt Natsuki mir direkt in die Arme. Hey! Oh, Lagunen-Kid. Ganz viel Liebe. Oh Mann! Natsuki, geht es dir gut? Hier! Monika greift in ihre Tasche und zieht irgendeinen Proteinriegel hinaus. Natsukis Augen leuchten plötzlich sofort wieder auf. What the fuck? Natsuki, Natsuki, danke für vier Monate. So muss das sein. Nein, danke schön. Sie schnappt sich den Riegel vom Boden und reißt sofort die Verpackung auf. Ich hab dir doch gesagt, gib nicht... Sie spricht nicht einmal den Satz zu Ende, sondern schafft sich den Riegel direkt in den Mund. Keine Sorge, Knutron. Hier geht es gut. Sie interrupted ja immer. Also wir erinnern uns ja, als ich damals mit Juri... Äh, Juri... ...diese sexy Schokoladenspielchen hatte. Da hat sie ja auch eingegriffen. Und jetzt hat sie wieder eingegriffen. Gibt ihr einen Riegel? Der vielleicht vergiftet ist? Ich hab keine Ahnung. Und es mischt sich immer ein? Das passiert hin und wieder. Darum hab ich immer einen Snack für sie in meiner Tasche. Wie auch immer. Hä? Warum teilen wir jetzt nicht die Gedichte miteinander? Wem soll ich als erstes mein Gedicht zeigen? Natsuki. Ich habe in der Zuckigasse erzählt, dass ich mich für ihre Gedichte interessiere. Es ist wahrscheinlich nur fair, wenn ich ihr mein Gedicht zuerst mit ihr teile. Okay, fangen wir mit den Dingern an, die ich nicht mag. Zuallererst, ähm... Natsuki muss mein Gedicht erneut lesen. Ach, egal. Ich hab keine Lust, dir meine Meinung darüber zu sagen. Äh, welchen Zweck hat es denn überhaupt, die Gedichte miteinander zu teilen? Ich hätte auch andere Dinge zu tun, statt dieses Gedicht zu schreiben. Oh. Erinnerst du dich eigentlich noch daran, wie ich sagte, dass ich deine Gedichte lesen will? Genau daran hab ich beim Schreiben gedacht. Ich will dir deine Hemmungen nehmen, deine Gedichte zu teilen. Wie Monika es gesagt hat. Oh. Tja, ich hätte ja keine Hemmungen, mein Gedicht zu zeigen, wenn deins wirklich schlecht wäre. Du solltest mir doch irgendein dummes Gedicht zeigen, damit ich dann sagen kann, ah, es ist nicht so gut gelungen, aber lass mich dir zeigen, wie ich echte Literatur aussieht. Doch, du hast das ruiniert. Hoffentlich bist du glücklich. Moment mal, willst du damit sagen, dass es dir gefallen hat? Äh. Natsukis Antwort bleibt dir im Hals stecken. Äh, du bist so... Du, du verstehst aber auch ein gar nichts. Ich habe dir doch schon gesagt, du musst es ja nicht der ganzen Welt verkünden, als wärst du der Allerbeste. Ich bin mir sicher, dass du das nie gesagt hast. Ich sage das überhaupt sichtlich zu mir selbst. Natsuki muss mich echt hassen oder so. Die Tatsache, dass sie mein Gedicht mag, kann ich weder als einen Gewinn noch einen Verlust für mich einordnen. Wenn das so ist, du musst mir immer, du musst mir noch immer deins zeigen, richtig? Also gut. Aber nur weil Monika mich dazu zwingt, tue ich das. Sind es auch wieder die gleichen Gedichte, sind es jetzt auch andere? Da bin ich jetzt gespannt. Adler können fliegen, Affen können klettern, viel mehr aber nicht. Ah, das heißt, es ist das Gleiche. Natsuki wird so schnell aggressiv. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich noch bei ihr echt erklären. Weil sie wahrscheinlich halt echt Probleme mit ihrem Vater hat. Kickbox Girl, danke für 5 Euro. Liebe deine Streams. Ach ja, habe eine Idee für den Shop. Einen Deckel, hab mich, äh, einen, eine Decke. Ja, hab mich mega lieb. Dankeschön. Eine Decke ist eine geile Idee. Da kommt halt was, da kommt halt was. Ja! Ich habe dir ja gesagt, dass es dir nicht gefallen wird. Ich mag es. Was? Sei einfach ehrlich. Das bin ich. Warum bist du so davon überzeugt, dass ich es nicht mögen würde? Das ist so hart. Tja, darum. Alle in der Highschool denken doch, dass man sich beim Schreiben so gebildet ausdrücken muss. Das denkt der Lefty K, auch der in Stufe 1 ab raushaut. Dankeschön. Daher nehmen die Leute es gar nicht ernst, wenn ich etwas schreibe. Aber ist nicht der Zweck von Gedichten, dass man sich dadurch ausdrücken kann? Dein Schreibstil würde deine Botschaft doch nicht entwerten. Ja, genau. Ich mag es, wenn es leicht zu lesen ist, aber es wie ein Hammer zuhaut. So wie dieses Gedicht. Wenn alle um einen herum große Dinge erreichen, kann das echt demotivierend sein. Daher beschloss ich, darüber zu schreiben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Außerdem ermöglicht ein einfacher Schreibstil mehr Wert auf Wortspiele zu legen. Ich habe zum Beispiel auf einen Reim am Ende der Zeile hingearbeitet, aber habe ihn dann doch absichtlich nicht verwendet. So wird das Gefühl in der letzten Zeit stärker betont. Das hast du definitiv. Sie hat sich wohl mehr Gedanken gemacht, als mir klar war. Das bedeutet es, ein Profi zu sein. Ich bin froh, dass du etwas lernst. Das hattest du wohl nicht von der Jüngsten erwartet, was? Ja, wohl nicht. Ich wollte sie mit der letzten Bemerkung in gute Laune versetzen. Mir ist es egal, wie alt jeder ist, aber wenn Natsuki stolz ist, dann will ich ihr das auch nicht nehmen. Kennt ihr Leute, die wirklich so sind wie Natsuki? Das ist anstrengend. Oh, Kira Knu hat einen Stufe 1er bis Oktober dagelassen. Danke. Juri, start auf das Gedicht. Eine Minute vergeht. Mehr als genug Zeit für sie, um das Gedicht zu lesen. Ähm, oh. Entschuldige, ich habe vergesst, etwas zu sagen. Es ist okay, nur kein Stress. Das ist es nicht. Ich muss nur eben meine Gedanken sammeln. Warte kurz, okay. Das ist dein erstes Gedicht, oder? Ja, warum fragst du? Ich wollte nur sicher gehen. Das habe ich mir fast gedacht. Ich finde aber, Juri wirkt jetzt nicht mehr so, seitdem sie Vizepräsidentin ist, viel... Also nicht mehr so schüchtern. Oder? Ja, heute ist ein Feiertag in der Schweiz. Glückwunsch! Und wie sagt man nicht Glückwunsch, sondern alles Gute. Ist der Hanno im Kurzfilm wirklich gestorben? Ich glaube, das sollte die Pointe sein, ja. Also, ist es schlecht? Nein! Ich... Bin ich da gerade laut geworden? Oh, das tut mir leid. Juri vergräbt die Hände in ihrem Gesicht. Mir ist nichts entgangen, dass mittlerweile mehrere Minuten verstrichen sind und wir immer noch kein... Ah, genau, das können wir überspringen, weil das hatten wir schon. Ach, cool. Guckt mal. Geil! Ich kann das alles komplett überspringen, was sich wiederholt. Das ist nice. Das ist richtig nice. Hallo, Gnutrun. Hattest du bis jetzt viel Spaß? Ja, also alles, was wir nicht überspringen, hatten wir noch nicht. Alles, was wir überspringen, hatten wir schon. Schön, das freut mich. Übrigens, da du neu bist und so, hast du jemals irgendwelche Vorschläge zum Club hast? Etwa neue Aktivitäten oder Dinge, die wir verbessern können? Ich bin immer ganz ohr. Nur keine falsche Scheu, okay? Okay, ich werde das im Kopf behalten. Natürlich hätte ich riesige Hemmungen, irgendetwas in der Art anzusprechen. Ich fahre viel besser damit, mit dem Strom zu schwimmen, bis ich mich richtig eingewöhnt habe. Wie dem auch sei, möchtest du mir dein Gesicht Gedicht zeigen? Es ist etwas peinlich, aber mir bleibt wohl keine Wahl. Keine Sorge, Gnutrun. Uns allen ist das heute etwas peinlich, okay? Aber es sind genau diese Art von Grenzen, die wir alle bald überwinden lernen. Ja, das stimmt. Ich gebe Monika mein Gedicht. Hm, es gefällt mir, Gnutrun. Wirklich? Es ist viel niedlicher als erwartet? Haha. Oh Mann. Nein, nein, es erinnert mich an einen Text, der von Natsuki hätte stammen können. Und sie schreibt auch tolle Gedichte. Also sieh das als Kompliment an. Haha. Wenn du das sagst, ja. Wenn du Interesse an Natsuki haben solltest, halte immer einen Snackgriff bereit. Dann wird sie dir folgen wie ein junger Hund. Warum gibt die mir eigentlich Tipps, Alter? Haha. Natsuki kommt von ihrem... Oh. Natsuki bekommt von ihrem Vater kein Geld fürs Mittagessen und er lässt ihr auch kein Essen im Haus. Daher ist sie recht oft ziemlich grießcremig. Oh nein. Nein, ich vermute, dass das Gedicht, was wir vorhin gelesen haben, von Natsuki ist. Also das mit dem Vater. Aber manchmal verlässt sie auch all ihre Kraft und sie macht völlig zu. Wie vorhin. Das ist nicht jetzt... Ja, das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ihre Unterernährung spielt bei ihrem jugendlichen Wachstum sicher eine Rolle und sorgt dafür, dass sie so klein ist. Aber hey, einige Jungs stehen doch auf zierliche Mädchen, oder? Entschuldige, ich versuche nur das Positive in allen zu sehen. Hä? Nun gut, willst du mir jetzt dein Gedicht zeigen? Keine Sorge. Ich bin nicht sehr gut. Für jemanden, der vorgibt, nicht sehr gut zu sein, hörst du dich aber ziemlich selbstbewusst an. Tja, das ist nur, weil ich so auftreten muss. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich mich auch wirklich so fühle. Verstehe. Tja, dann lesen wir es mal durch. Loch in der Wand. Aber das hatten wir auch schon. Jetzt kann ich überspringen. Das ist jetzt alles das Gleiche. Das hatten wir alles schon. So, zack. Puh. Damit war dann wohl jeder an der Reihe. Ich sehe mich im Raum um. Das war viel stressiger als erwartet. Es ist, als ob alle mich wegen meines mangelhaften Schreibstils verurteilen. Schreibstils. Auch wenn sie nur nett sind. Die Musik. War die nicht gerade komisch? Auch wenn sie nur nett sind, können meine Gedichte unmöglich mit ihren mithalten. Schließlich ist das ein Literaturclub. Ich seufze. Darauf habe ich mich also eingelassen. An der anderen Seite des Raums schreibt Monika etwas in ihr Notizheft. Vielen Dank an Yano für einen Stufe 1, Sabi. Dankeschön. Mein Blick fällt auf Yuri und Natsuki. Sie tauschen vorsichtig die Blattseiten mit ihren Gedichten aus. Während sie gleichzeitig das Werk des jeweils anderen lesen, ändert sich ihr jeweiliger Gesichtsausdruck. Natsukis Augenbrauen ziehen sich frustriert zusammen. Yuri hingegen lächelt traurig. Was ist nur mit dieser Sprache los? Äh, hättest du etwas gesagt? Oh, es ist nichts. Natsuki legt das Gedicht abfällig mit einer Hand zurück auf den Tisch. Ich schätze, das könnte man ausgefallen nennen. Ach, danke. Deins ist süß. Süß? Hast du etwa überhaupt nicht die Symbolik darunter verstanden? Es dreht sich doch ganz eindeutig um das Gefühl des Aufgebens. Wie kann das süß sein? Das weiß ich doch. Ich meine ja nur. Es ist wohl halt die Sprache. Ich wollte etwas Nettes sagen. Äh, willst du damit sagen, dass du dich so sehr anstrengen musst, um etwas Nettes zu sagen? Dankeschön an Failorix für ein Stufe 1. Vielen Dank. Danke, aber da kam jetzt überhaupt nicht nett rüber. Also, ich hätte ja auch einige Anregungen. Wenn ich auf Anregungen ausgewiesen wäre, dann hätte ich jemanden gefragt, dem es auch tatsächlich gefallen hat. Was es den Leuten übrigens getan hat? Monika gefiel es und Knutron mocht es auch. Daher gebe ich dir gerade selbst ein paar Anregungen. Zuallererst. Entschuldige. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber ich habe viel Zeit darin investiert, meinen Schreibstil auszuarbeiten. Ich habe nicht vor, ihn in nächster Zeit zu ändern. Er fasziniert darauf, dass Knutron meinen Rat mehr zu schätzen weiß, als dein... Äh, und woher weißt du, dass er nicht meinen Rat mehr zu schätzen musste? Guck mal, jetzt wäre es doch eigentlich die Shiori eingesprungen. Und die ist jetzt nicht mehr da. Sayori. Sayori ist nicht mehr da, um diesen Konflikt jetzt zu splitten. Weswegen ich nicht vorüberspringen kann, weil jetzt der Streit eskaliert. Du bist... Bist du echt so eingebildet? Ich... Nein! Wenn ich so eingebildet wäre, dann würde ich extra viel Wert darauf legen, alles, was ich tue, superkritisch zu machen. Oh! Tja, weißt du was? Ich bin nicht diejenige, deren Brüste plötzlich über Nacht eine BH-Größe zugelegt haben, nur weil Knutron ihr aufgetaucht ist. Natsuki! Oh, Natsuki! Das ist etwas... Das geht dich nichts an! Deine Gefühle aufgrund deiner eigenen Unsicherheit zu anderen auszulassen. Du verhältst dich genauso unreif, wie du aussiehst, Natsuki. Guck, jetzt fehlt... Sayori fehlt jetzt. Ich? Du hast gut reden, du alte Zicke, die so gern angesagt und scharf wäre. Scharf? Tut mir leid, dass jemand in deinem geistigen Alter meinen Lifestyle nicht versteht. Siehst du? Was du da gerade gesagt hast, beweist, dass ich recht habe. Die meisten Leute kriegen sich nach dem Abschluss in der Mittagsschule wieder ein, weißt du? Hör auf, andere mit deiner elenden Einstellung zu belästigen, wenn du schon was beweisen willst. Du denkst wohl echt, dass du deine zerstörerische Persönlichkeit hinter deiner niedlichen Kleidung und der süßen Getur verstecken kannst. Das einzig Süße an dir ist, wie sehr du dich anstrengst. Wow, sei lieber vorsichtig, sonst ritzt du dich noch am nächsten scharfen Trend, Juri. Entschuldige, aber das tust du ja bereits nicht, wahr? Hast du mich da gerade beschuldigt, dass ich mich ritze? Was zur Hölle, stimmt nur mit deinem Kopf nicht. Ja, mach nur weiter so. Gib Knutrun eine Kostprobe davon, wie du wirklich denkst. Danach wird er sich bestimmt ganz besonders für dich ins Zeug legen. Plötzlich dreht sich Juri zu mir, als ob sie gerade erst bemerkt hätte, dass ich dort stehe. Der Knutrun, sie wollte mich schlecht aussehen lassen. Das stimmt gar nicht. Sie hat angefangen. Er ist nicht auf die Seite, also natürlich... Oh scheiße, auf welche Seite? Auf welche Seite? Ich heiße es nicht, eigentlich auf Juri, weil Natsuki war so ein Arsch. Aber wir wollen ja Natsuki imponieren, also muss ich eigentlich Natsuki wählen. Aber eigentlich will ich Juri wählen, weil das so gemein war. Okay, die Knutrun sagt auch Juri. Das war so bösartig. Oh, Natsuki... Hä? 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 Ähm, hey Knutrun, warum gehen wir nicht nach draußen? Okay. Das tut mir echt leid. Sie hätten wirklich nicht versuchen sollen, dich da hineinzuziehen. Es ist wahrscheinlich besser für uns, wenn wir uns da raushalten. Gehen wir wieder rein, wenn die Schreiereien aufgehört haben? Ich bin eine echt tolle Präsidentin, was ist hier los? Ich kann ja nicht einmal meinen eigenen Clubmitgliedern ordentlich die Stirn bieten. Ich wünschte nur, dass ich manchmal etwas bestimmter auftreten würde. Aber mir fehlt immer das gewisse Extra, um bei anderen mal ordentlich mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Du verstehst das doch, oder? Wie dem auch sei. Wenn du deswegen jetzt weniger Zeit mit den anderen verbringen willst, dann ist das schon okay. Ich verbringe stattdessen gerne meine Zeit mit dir. Hört sich kommt Natsuki aus dem Klassenzimmer gerannt. Oh, sie weint. Sie läuft schnell weg. Oh je. Naja, es sieht ganz danach aus, als wären sie jetzt fertig. Holy shit. Ich habe das nicht so gemeint. Ich habe das nicht so gemeint. Ich habe das nicht so gemeint. Juri hat die Handflächen gegen ihre Stirn gepresst und schaukelt auf ihren Stuhl vorn zurück. Also Juri hat jetzt irgendwas Krasses zu ihr gesagt. Wahrscheinlich irgendwas wegen dem Vater, weswegen sie jetzt abgehauen ist. Holy shit, es geht ja voll ab auf einmal. Juri. Ich habe das nicht so gemeint. Ich glaube dir. Ich habe keine Ahnung, was Juri zu Natsuki gesagt hat. Kann es sein, dass wenn ich Natsuki gewählt hätte, sie weinend rausgegangen wäre? Oder ihr angetan haben könnte? Knudrun. Bitte hasse mich jetzt nicht. Bitte. Ich bin eigentlich nicht so. Irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Ist schon gut, Juri. Wir wissen, dass du das nicht so gemeint hast. Natsuki wird das morgen bestimmt wieder alles vergessen haben. Völlig. Das Treffen ist auf jeden Fall vorbei. Du kannst jetzt nach Hause gehen, wenn du willst. Juri sieht mich an, als wolle sie etwas sagen. Aber sie blickt wieder auf Monika. Du kannst zuerst gehen, Monika. Ich würde gerne noch etwas länger bleiben. Ich bin Präsidentin. Ich sollte das als Letzte gehen. Ich warte, bis du fertig bist. Oh, tja. Ich bin die Vizepräsidentin, also überlass heute bitte mir diese Verantwortung. Es hört sich fast so an, als willst du mich nicht hier haben, Juri. So ist das nicht. Das ist es nicht. Ich mag einfach nur... Ich hatte überhaupt keine Gelegenheit, mit Knudrun über mein Buch zu reden. Es wäre einfach peinlich, wenn du zuhören würdest. Dann habe ich ja wohl keine andere Wahl, oder? Es tut mir echt leid, dass ich Ärger gemacht habe. Aber ich weiß dein Verständnis so sehr zu schätzen. Holy shit, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Also, ich würde sagen, wir versuchen, Natsuki wieder zu gefallen, oder? Natsuki oder Juri? Ich habe keine Ahnung. Was meint ihr? Monika ist irgendwie gruselig. Ja! Schon Natsuki, oder? Bei Juris Geschichte kennen wir ja schon. Also, für die, die nicht da waren gestern, wir haben schon Juri, wissen wir alles eigentlich. Und, ähm... Oh, meine Güte, alter Ehrenbruder. Wer hat erwachsen, du Kiddo? Meine Fresse. Such mal nach Intelligenz auf Google. Vielleicht hilft dir das. Ähm, wir machen Natsuki. Weil wir wissen ja schon, was mit Juri passiert. So, wir gucken mal. Sie mag bestimmt... Oh, scheiße. Ähm... Sie mag auf jeden Fall Blume. Sie mag... Sonic. Puff. Äh... Äh... Natur. Glücklich. Lebensfreude. Was mag die Lebensfreude? Lächeln. Singen. Spielen. Erdbeere. Rosa. Welpe. Umarmung. Freude. Oh, was? Romanze. Herz. Regenbogen. Liebe. So. Und... Kostbar. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Ein weiterer Tag vergeht und es ist bereits Zeit für das nächste Clubtreffen. In den letzten Tagen habe ich angefangen, mich hier etwas wohler zu fühlen. Ich habe mal eine Frage an euch. Wir haben ja vorhin Sayuri verloren. Von der haben wir dann mitbekommen, sie hat Depressionen und Co. Wir haben dann in der Zeit Yuri gedatet und von Yuri so ein bisschen schon die Ahnung gehabt, dass sie sich ritzt, weil sie gesagt hat, sie mag Messer und Co. Wenn ich mich jetzt um Natsuki kümmere, kann es dann sein, dass Yuri die Nächste ist, dass sie stirbt oder muss ich mich um Yuri kümmern, dann stirbt Natsuki. Den Kurzfilm? Gerne mal den Kurzfilm-Link reinhauen. In den letzten Tagen habe ich angefangen, mich hier etwas wohler zu fühlen. Beim Betreten des Clubraums erwarten mich Yuri. Willkommen zurück, Nudron. Ich möchte nichts dazu sagen. Okay. Okay, wenn es ein Spoiler ist, dann müssen wir nichts sagen. Okay. Okay. Oh, hallo, Yuri. Ich weiß nicht, ob es an mir oder an Juris Gesichtsausdruck liegt, aber die bedrückende Stimmung der Auseinandersetzung vor gestern hängt immer noch in der Luft. Ich speichere mal. So, dann können wir das immer noch ausprobieren. Ähm. Yuri blickt über die Schulter, zieht sich im Raum um. Natsuki liest an ihrem Tisch einen Manga. Und überraschenderweise ist Monika noch nicht da. Plötzlich greift sich Yuri in meinen Arm und zieht mich in eine Ecke des Raumes. Wegen gestern. Ich... Ich muss mich echt entschuldigen. So etwas ist noch nie zuvor passiert und irgendwas ist wohl über mich gekommen. Ich war nicht ganz richtig im Kopf. Hoffentlich glaubst du jetzt nicht, dass wir immer so sind. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für Natsuki. Yuri. Ich bin froh, dass du das über... Dass du über alles nachgedacht und dich entschuldigt hast. Du musst dir nicht zu viel Sorgen machen. Obwohl ich erst wenige Tage dabei bin, kann ich doch ganz deutlich sehen, dass gestern irgendwas nicht stimmte. Vielleicht waren wir alle nur etwas sensibel, weil wir gestern zum ersten Mal unsere Gerichte miteinander geteilt haben. Aber was auch der Grund war. Ich denke deswegen nicht schlecht über dich. Ich hatte schon für mich entschieden, dass du unmöglich eine schlechte Person sein kannst. Und da du dich jetzt entschuldigt hast, weiß ich, dass du es nicht so gemeint hattest. Oh. Knutrun. Sag dich solche Sachen. Sie machen mich etwas glücklich. Ich bin echt froh, dass du so verständnisvoll bist und dass du jetzt im Club bist. Seitdem du hier bist, ist alles etwas besser und... Tut mir leid, wovon rede ich da eigentlich gerade? Ich... Hey! Habt ihr zwei Monika gesehen? Ach. Nein, hab ich nicht. Äh, Horror streamen wir am Mittwochabend. Und Horror gibt's auch morgen Abend. Wir spielen morgen Abend Ghost Hunter Corp, Debur und Dead by Daylight. Streamplan findet ihr in der Info. Da gibt's einen Streamplan für euch. Nur für euch. Endlich. Ich hatte mich auch schon gefragt, wo sie ist. Mann. Yuri, du hast wohl keine Ahnung, wo sie ist, oder? Yuri ist ganz offensichtlich geschockt darüber, wie ruhig Natsuki mit ihr spricht. Nein, hab ich nicht. Mann, das seht ihr gar nicht ähnlich. Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich mache mir schon ein wenig Sorgen. Oh, danke, Anna. An Kavo für drei Monate. Was? Warum siehst du mich so an? Ähm, Natsuki wegen gestern. Ich wollte mich entschuldigen. Ich meinte wirklich nichts von dem, was ich gestern gesagt habe. Und ich werde mein Bestes geben, mich unter Kontrolle zu halten. Also, Yuri, wovon so helle redest du? Hattest du gestern etwas getan? Äh. Oh Mann. Was auch immer dich bedrückt, wird schon nicht so heftig gewesen sein. Guck mal, das sind ihre Gedanken. Das heißt, Natsuki erinnert sich nicht mehr, was Yuri gesagt hat. Hä? Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass etwas Schlimmes passiert ist. Du bist einfach die Art von Person, die sich viel zu viel Sorgen um die kleinen Dinge des Lebens macht, nicht wahr? Danke, Mauri, für den Prime. Aber wenn es dir damit besser geht, werde ich deine Entschuldigung auf jeden Fall annehmen. Irgendwie ist das auch ganz nett, denn ich hatte insgeheim immer befürchtet, dass du mich hasst oder so. Hehe. Nein, überhaupt nicht. Ich hasse dich nicht. Haha. Tja, du bist zwar irgendwie schon seltsam, aber ich hasse dich auch nicht. Der Zuki dreht sich zu mir um. Du hingegen bist immer noch in der Probephase. Hey. Sätzlich wird die Tür aufgerissen. Oh, tut mir leid, tut mir furchtbar leid. Ah, da bist du ja. Ich wollte nicht zu spät kommen. Hoffentlich habt ihr euch keine Sorgen gemacht. Nein. Nun, Natsuki schon. Äh, hab ich nicht. Haha. Wo warst du denn überhaupt so lang? Ähm, ich hatte hier vor eine Freistunde und ich habe ganz ehrlich gesagt einfach die totale Zeit vergessen. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Du hättest doch zumindest die Schurglocke hören müssen. Wie habe ich wohl beim Klavier üben gehört? Klavier? Ja, ich wusste gar nicht, was du auch in unserem Mensch spielst. Ja. Ach, das ist zu viel des Lobes. Ich übe zwar schon eine Weile, aber so richtig gut bin ich immer noch nicht. Eine Weile? Sie hat doch erst letztens gesagt, sie übt seit kurzem. Trotzdem. Das muss viel Einsatz erfordern. Wenn sie schon eine Weile jetzt übt, heißt es, dass die Zeit doch einfach weitergeht und wir uns einfach nicht mehr an Sayori erinnern? Muss ja so sein. Weil sie hat ja davor gesagt, sie spielt erst seit kurzem. Daher bin ich immer noch beeindruckt. Ach, danke, Juri. Du solltest uns irgendwann mal was vorspielen. Aha, das ist... Monika sieht mich an. Nun, ich komponiere gerade ein Lied, aber es ist noch nicht fertig. Vielleicht tue ich das ja, wenn ich etwas besser spielen kann. Das hört sich cool an. Das war noch bei Sayori. Genau. Ich freue mich schon drauf. Echt jetzt? Wenn das so ist, ich werde dich nicht enttäuschen, Knutruhen. Monika lächelt freundlich. Ähm, ich will dich aber nicht unter Druck setzen oder so. Ach, keine Sorge. Ich hatte gehofft, es euch bald einmal vorzuspielen. Wahrscheinlich habe ich in letzter Zeit deswegen so viel geübt. Danke, ich klaue Wied für dein Prime. Verstehe. Ich bin nicht sicher, ob Monika den ganzen Club oder nur mich damit gemeint hat. Und Dankeschön an Sayoblosms für eine Stufe 1. Dankeschön. Danke. Habe ich etwas verpasst? Nein, nicht wirklich. Ich entscheide mich, nichts von dem zu erwähnen, worüber wir drei gesprochen hatten. Außerdem ist Natsuki schon wieder zum Schrank gelaufen. Knutruhen. Ähm, da ich dank deiner Komplimente richtig gute Laune habe, wollte ich wissen, ob du Lust hast, heute etwas Zeit mit mir zu verbringen. Ich meine, im Club. Äh, ich schätze schon. Ich kann das aber nur schwer ablehnen, nachdem du mir das Buch gegeben hast. Dann muss ich wohl sicherstellen, dass Natsuki nicht auf mich wartet. Nachdem wir gestern mit dem Lesen fertig waren, hat sie... Ihr geht es gut. Sie liest schon dort drüben, siehst du? Hä? Aber guck mal, das Spiel drängt mir jetzt ja sie auf. Und sie ist ganz anders geworden. Sie möchte jetzt richtig mich daten. Sie sagt so, Natsuki, was? Nein, da geht es doch gut. Lies mit mir das Buch. Ist irgendwie echt interessant. Denk nicht so viel an sie, sagt Yuri. Oh, sie ist es gewohnt, ignoriert zu werden. Holy shit, das sind ihre Gedanken. Los, wir gehen dort drüben hin. Wovon handelt das Buch überhaupt nun? Hm. Ich werfe einen Blick auf das Titelbild. Das Buch heißt... Äh, Portrait von Marco. Auf dem Cover befindet sich ein bedrohlich wirkendes Augensymbol. Es handelt von diesem religiösen Lager, das in einem Gefängnis umgewandelt wurde. Und die dort gefangenen Menschen haben eine Eigenschaft, die sie zu blutrünstigen Tötungsmaschinen macht. Aber die Lage in der Einrichtung wird immer schlimmer und sie beginnen damit, Menschen selektiv zu züchten, indem sie ihnen die Gliedmaßen abschneiden. Das war doch letztes Mal nicht so. Und den anderen... Oh, vielleicht habe ich da jetzt schon etwas zu viel für dich gespoilert. Naja, auf jeden Fall. Ich stehe total drauf. Ey, das stand doch letztes Mal nicht im Buch drin. Auf das Buch meine ich nicht die Sache mit den Gliedmaßen. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie echt düster oder nicht? Das war doch sonst die Highschool-Geschichte mit dem Mädel. Guck mal hinten. Sie hat wohl eine neue Art von Knick. Was soll ich hinten gucken? Wegen dem Schrank, weil der offen ist und dieser Stuhl da steht. Schau mal, die Post im Hintergrund. Oha! Oh mein Gott, Gänsehaut! Das sehe ich ja erst jetzt! Da hängt die ja, hängt! Holy shit! Oh mein Gott! Magst du diese Art von Geschichten nicht nur tun? Oh mein Gott! Das ist ja grausam! Da hängt ja dieser Sayuri! Boah, es ist gruselig. Ich habe richtig Gänsehaut. Boah, schalt Scheiße auf. Was lassen wir uns hier ein? Ich weiß es auch nicht, Mann. Meine Community wird es empfohlen. Nein, das ist es nicht. Ich finde solche Geschichten schon okay. Keine Sorge. Also es passiert auch viel im Hintergrund. Deswegen achtet auf den Hintergrund für mich, ja. Ja, Sayuri hängt halt gern rum. Oh, bad. Das hoffe ich. Ja, ich hatte völlig vergessen, dass Yuri auf solche Sachen steht. Von außen wirkt sie so schüchtern und unabbar, aber im Inneren sieht es völlig anders aus. Es ist nur, dass so eine Geschichte ist, sie fordert einen dazu heraus, das Leben aus einer seltsamen neuen Perspektive zu betrachten. Menschheitliche Dinge nicht nur einfach geschehen, weil jemand das Böse in Person ist, sondern weil die ganze Welt voller furchtbarer Menschen ist und wir alle eh wertlos sind. Dann plötzlich. Ich rede nur dummes Zeug, was? Echt schon wieder. Es tut mir leid. Hey, du musst dich entschuldigen. Ich höre dir doch immer gern spannend zu. Nun, dann ist es wohl okay, aber ich sollte dich wohl wissen lassen, dass ich dieses Problem habe. Wenn ich es zulasse, dass mir Bücher und Geschichten im Kopf herumschwirren, in meinem ganzen Körper verbreiten sich was? Dann vergesse ich, auf andere Leute zu achten. Du solltest aufhören, diese Bücher zu lesen. Du solltest sofort diesen Club verlassen. Dankeschön, ich klaue Wien für zwei Groschen. Zockst du noch, Rainbow Six Siege? Ich bin so schlecht, dass ich momentan nicht zocke, um ehrlich zu sein. Daher tut es mir leid... Dankeschön für die Groschen. Dafür tut es mir leid, wenn ich hin und wieder seltsame Dinge sage. Und ich halte mich bitte auf, wenn ich zu viel rede. Das ist... Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Das bedeutet doch lediglich, dass du leidenschaftlich gern liest. Das kann ich dir doch wenigstens zuhören. Musik so hart. Oh, diese Prise. Danke für drei Monate. Danke. Schließlich ist das immer noch ein Literatur-Club. Das ist... Das ist wohl wahr. Tatsächlich? Dann fange ich wohl besser an, es zu lesen, was? Oh Gott. Ja! Ich meine, das musst du nicht, aber... Ah, was erzählst du denn da nur? Das Spiel wird langsam gruselig. Ich hole mir nur eben das Buch. Ich nehme schnell das Buch aus meiner Tasche. Also gut, ist es okay, wenn ich hier sitze? Ich setze mich auf den Platz neben Juri. Ah. Ja. Bist du sicher? Du scheinst Bedenken zu haben. Das ist... Es tut mir leid. Es ist ja nicht, dass ich das nicht will. Ich bin es nur nicht gewohnt, mit jemandem zusammen zu lesen. Und der Justinator lässt einfach in Stufe 1 da. Danke für dein Prime. Verstehe. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich störe oder so. In Ordnung. Ich öffne das Buch und lese den Prolog. Recht schnell begreife ich, was Juri mit dem gemeinsamen Lesen meinte. Ich habe das Gefühl, als würden sie sich beim Lesen über meine Schulter beugen. Was eigentlich keine schlechte Sache ist. Vielleicht etwas ablenkend, aber auch beruhigend. Ich sehe Juri aus meinem Augenwinkel. Mir wird klar, dass sie gar nicht in ihr eigenes Buch schaut. Ich blicke hinüber. Sie scheint viel mehr in meinem Buch zu lesen. Entschuldige, ich wollte nur... Warum geht es mir so schnell? Juri, du entschuldigst dich ganz schön viel. Ja, tue ich das? Das wollte ich wirklich nicht. Entschuldige. Ich meine... Hier, so könnte es funktionieren. Ich schiebe meinen Tisch an den von Juri. Oh, ich schätze schon. Juri schließt zögerlich ihr Buch. Sobald wir uns beide ein wenig mehr zur Mitte lehnen, berühren sich unsere Schultern. Da mein linker Arm irgendwie im Weg zu sein scheint, halte ich das Buch mit der rechten Hand offen. Ah, aber so wird es schwierig umzublättern. Hier. Juri nimmt ihren linken Arm und hält die linke Seite des Buchs. Ich tue es ihr auf der rechten Seite des Buches gleich. Auf diese Weise schiebt Juri eine Seite unter ihren Daumen. Aber diese Art des Lesens sorgt dafür, dass wir jetzt noch länger, näher zusammenrücken. Es lenkt mich irgendwie ganz schön ab. Ich fühle fast die Wärme von Juris Gesicht. Bist du bereit, umzublättern? Ach, das tut mir leid. Ich war wohl eine Sekunde lang abgelenkt. Ich sehe wieder verstohlen in Juris Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr mithalten soll. Ach, das ist schon in Ordnung. Du bist das Lesen nicht gewohnt, richtig? Es macht mir nichts aus, wenn du etwas länger brauchst. Ich habe Geduld. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Wo du ja so geduldig mit mir warst. Ja, ja, danke. Wir lesen weiter. Juri fragt mich mittlerweile nicht mehr, ob ich bereit bin, um zu blättern. Stattdessen gehe ich einfach davon aus, dass sie schneller liest. Wir lesen das erste Kapitel. Obwohl sich jedes Umblättern schon fast wie ein imitierter Moment anfühlt. Mein Daumen lässt vorsichtig die Seite los, die dann sanft zur anderen Seite springt. Hey, Juri, das ist vielleicht ein blöder Gedanke, aber die Hauptfigur nennt mich irgendwie an dich. Oh, äh, nein, ich kann mich überhaupt nicht mit der Figur identifizieren. Auf gar keinen Fall, wirklich. Ich dachte nur, dass sie auch alles hinterfragt wie du. Oh, das hast du also gemeint. Entschuldige. Guck mal, sie hat jetzt auch anders reagiert. Ich dachte, du meintest etwas anderes an ihr. Etwas anderes? Ach, egal. So weit sind wir ja noch gar nicht gekommen. Ich weiß also gar nicht, warum mir das eingefallen ist. Oh Gott, das ist jetzt voll Psycho. Juri, geht's dir gut? Äh, seitdem wir zu lesen angefangen haben, ist Juri ein wenig nervös. Du kannst eine Pause anlegen, wenn du dich nicht wohlfühlst oder so. Deine Atmung ist etwas... Meine Atmung? Juri legt die Hände auf die Brust, als wolle sie ihren Herzschlag fühlen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir geht es jedenfalls gut. Ich brauche nur Wasser. Okay, aber mach dir keinen Stress. Oh Gott, ist die gruselig. Juri steht auf und rennt buchstäblich aus dem Klassenzimmer. Was sollte das denn? Knudruhen? Ist gerade etwas passiert? Äh, ich hab keine Ahnung. Juri hat sich noch etwas seltsam verhalten. Du weißt also nichts. Tut mir leid, ich kann dir da nicht helfen. Machst du dir denn Sorgen um sie? Oh nein, nicht wirklich. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ihr nichts angetan hast. Nein, nichts. Bleib locker, ich glaub dir, du Schaf. Juri macht das einfach manchmal. Es ist nichts Beunruhigendes. Na gut, wenn du das sagst. Also gut, wie wäre es, wenn wir schon mal anfangen, unsere Gedichte miteinander zu teilen? Äh, sollen wir nicht auf Juri warten? Tja, es könnte eine Weile dauern, bis sie wiederkommt. Daher dachte ich mir, dass wir schon mal ohne sie anfangen. Wäre das okay? Okay, ja man, ich stehe auf, ich merke mir, wo ich im Buch bin und stecke es in die Tasche. Ey, es ist so komisch. Okay, Natsuki. Das Bild ist wieder weg, das Bild ist wieder weg. Ähm. Tja, es ist nicht schrecklich. Aber im Vergleich zu deinem letzten Gedicht ist es eine ziemliche Enttäuschung. Andererseits wäre ich auch super sauer, wenn es so gut gewesen wäre wie dein letztes. Tja, ich wollte diesmal wohl einfach etwas anderes probieren. Na gut, du stehst ja noch am Anfang. Da hatte ich auch nicht erwartet, dass du gleich deinen eigenen Stil findest. Im Klug hat jeder einen anderen individuellen Schreibstil. Möglicherweise findest du ja etwas Inspiration von uns allen. Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass du heute mit Juri verbracht hast. Nicht, dass es mich interessiert, mit wem du so abhängst. Schließlich wurde mir beigebracht, nie irgendwelche Erwartungen in andere zu setzen. Da ist es also nicht so, dass ich auf dich gewartet hätte oder so. Allerdings solltest du zumindest einen Blick auf mein Gedicht werfen. Du wirst wahrscheinlich etwas davon lernen können. Holy shit. Äh. What? Swing it, Six-Sore. Gnodron, warum hast du heute nicht mit mir zusammen gelesen? Ich habe auf dich gewartet. Ich habe lang auf dich gewartet. Das war das Einzige, auf das ich mich heute gefreut habe. Es tut mir so leid, ich konnte nicht das Spiel. Warum hast du das für mich ruiniert? Magst du Juri mehr? Du verbringst besser deine Zeit nicht mit ihr. Hörst du mir zu? Juri ist kein kranker Freak. Das sollte doch mittlerweile recht deutlich sein. Spiel stattdessen einfach mit mir, okay? Du hast mich doch nicht, Gnodron, oder? Hast du mich? Willst du, dass ich weinend nach Hause gehe? Der Club ist der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Ruinierst du das nicht für mich? Ruinier das nicht für mich? Also bitte, rede einfach nicht mehr mit Juri. Spiel stattdessen mit mir. Oh mein Gott. Mehr bleibt mir nicht. Spiel mit mir. Was ist denn hier los? Ist es Zeit für den hier? Okay. Äh, Monika. Jetzt fragen wir das mal nicht. Das machen Frauen, wenn sie ihre Periode haben, Mann. Ich weiß, wovon ich rede. Willkommen zurück, Gnodron. Wie läuft es denn mit dem Schreiben? Ganz gut, schätze ich. Damit kann ich gut leben, solange es nicht schlecht läuft. Ich bin froh, dass du vollen Einsatz zeigst. Vielleicht produzierst du ja schon bald ein Meisterwerk. Darauf würde ich nicht wetten. Man weiß ja nie. Willst du mir jetzt zeigen, was du heute geschrieben hast? Klar, bitte hier, Mann. Ich gebe Monika mein Gedicht in Ordnung. Gut gemacht, Gnodron. Ich meine, in meinem Kopf erklang beim Lesen ein. Oh, du hast die Metaphern wirklich sehr schön eingesetzt. Es kommt für mich irgendwie überraschend, dass du einen so tiefsinnigen Text verfasst hast. Ich habe dich wohl unterschätzt. Ich bin ein Meister daran, die Erwartungshaltung anderer möglichst gering zu halten. So wird es mir immer hoch angerechnet, wenn ich etwas Einsatz zeige. Aha, das ist nicht fair. Tja, ich schätze, dass es aber funktioniert hat. Du wusstest, dass Yuri auf sowas steht, nicht wahr? Hexen mit einer reichen Bildsprache. Yuri? Ich habe absolut Natsuki damit gefallen. Manchmal scheint sich Juris Gedicht ins fairen Jenseits unserer Realität zu bewegen. Allerdings ist das nicht unbedingt schlecht. Ich bekomme nur hin und wieder den Eindruck, dass sie allen Glauben an die Menschheit verloren hat. Sie denkt so viel nach, dass sie wahrscheinlich viel lieber nur für sich ist. Darum ist sie so glücklich, wenn du sie mit so viel Freundschaftlichkeit bedenkst. Ich glaube, sie ist es nicht gewohnt, so positiv behandelt zu werden. Du darfst ihr nicht die Schuld geben. Wenn sie so heftig rüberkommt, sie muss sich an unglaublich nach sozialen Kontakten sehnen. Wie vorhin. Wenn zu viel Reize auf sie einströmen, zieht sie sich am Ende zurück und verlangt nach einer Auszeit. Plötzlich öffnet sich die Tür. Jetzt redet sie es erst mal schlecht, ne? Yuri? Ich bin wieder da. Habe ich etwas verpasst? Nicht wirklich. Wir haben nur angefangen, unsere Gedichte miteinander zu teilen. Oh, jetzt schon? Tut mir leid, dass ich spät bin. Du musst dich nicht entschuldigen. Wir haben doch genug. Wir haben noch genug Zeit. Daher bin ich sehr froh, dass du dir die Auszeit genommen hast. Also gut. Danke, Monika. Dann sollte ich wohl jetzt mein Gedicht holen. Aber nichtsdestotrotz willst du jetzt mein Gedicht lesen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Speichere mich. Die Farben, sie werden nicht. Hell, wund, blinkend, explodiert, rot-grün, Missklang, sinnlos, Lärm. Der Lärm, er hört nicht auf. Brutale, bohrende Schwalle, quietschend, kreisstechend, Sinus, Kosinus, Tangente, wie eine Kraft, wie ein Messer auf einem atmenden Brustkorb. Äh, lösche sie. Da stand es ans Lade sie. Und jetzt sagt die, ist es ein Hinweis? Entschuldige. Ich weiß, dass ich etwas abstrakt... Oh Gott, speichere mal lieber. Ich versuche einfach nur... Ach, ist auch egal. Irgendwelche Erklärungen machen hier keinen Sinn. Wie dem auch sei. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Manchmal siehst du dich mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. In so einem Fall solltest du nicht vergessen, dein Spiel zu speichern. Du weißt nie, wann... Mit wem rede ich? Kannst du mich hören? Sag mir, dass du mich hören kannst. Egal was. Das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh mein Gott, ist das krank. Wem soll ich das nächstes Gedicht zeigen? Yuri. Ja, post es wieder normal. Ich habe darauf gewartet. Ich habe das Gefühl, dass hier die nochmal die Sayori hängen wird. Sehen wir uns mal, was du für heute geschrieben hast. Yuri lächelt und holt tief Luft. Ich halte es einfach nur gerne in den Händen. Ja, ich meine, das Gedicht ist gut geworden. Einige Dinge könntest du noch verbessern, aber das spielt keine Rolle. Für mich ist alles, was du schreibst, ein wahres Geschenk. Das kam jetzt etwas seltsam, worüber sie ist. So offensiv auf einmal. Will das Spiel, dass ich mich doch jetzt für sie entscheide? Machen wir weiter. Hier ist mein Gedicht. Du musst es ja nicht mögen, oder so. Rad. Oh, ist ein neues Gedicht. Ein sabotiertes Rad. Es dreht eine Achse. Bolzenkopf. Lineares Getriebe. Fallender Himmel. Sieben heilige Pfähle. Ein angedocktes Schiff. Ein Portal zu einer anderen Welt. Ein dünnes Seil, das an den dickes Seil gebunden ist. Ein zerrissener Gurt. Parabolisches Getriebe. Expandierendes Universum. Von Zahnrädern kontrollierte Zeit. Existenzgott im offenen Wasser, in alle Richtungen schwimmend, erstrinkend. Ein Gebet, das mit Blut geschrieben wurde. Ein Gebet, das mit zeitverschlingenden Schlanken, mit menschlichen Augen geschrieben wurde. Ein Faden, der alle lebenden Menschen Augen verbindet. Ein, oh Gott, das ist so krank. Exponentielles Getriebe. Ein Himmel voller, explodierender Sterne. Gott, der die Existenz Gottes widerlegt. Ein in sechs Dimensionen rotierendes Rad. 40 Zahnräder und eine tickende Uhr. Eine Uhr, die bei jeder Rotation des Planeten für eine Sekunde tickt. Atmende menschliche Augen, atmende Zeit, atmendes Gebet, atmender Himmel, atmendes Rad. Ihr werdet immer gestörter. Es spielt keine Rolle, warum es geht. In letzter Zeit stehe ich total unter Strom. Daher musste ich etwas an deinem Stift abreagieren. Ein Stift ist aus deinem Rucksack gefallen. Also habe ich ihn nach Hause genommen und ihn sicher aufzubewahren. Und ich mag wirklich sehr, sehr, wie er schreibt. Daher habe ich dieses Gedicht da mitgeschrieben. Und jetzt berührst du es. Es geht mir gut. Was habe ich da gerade? Können wir so tun, als hätte ich diese Unterhaltung nicht stattgefunden? Du kannst das Gedicht aber behalten. Oh mein Gott. Du hast ein Spezialgedicht freigeschaltet. Willst du es lesen? Ja. Ich kann mich nicht dazu bringen, zur Therapie zu gehen, wenn ich überglücklich bin. Ich würde lieber weitermachen, bis meine Deckung aufliegt und mich jemand in die Notaufnahme bringt. Oh. Okay, Leute. Hä? Oh, guck mal. Da ist an meinem Zeiger Sayori dran. Okay, Leute. Wir haben alle die Gedichte der anderen gelesen, richtig? Wir müssen heute etwas besprechen, wenn ihr euch alle so nach vorne hinsetzen könntet. Geht es um das Festival? Nun, irgendwie schon. Oh. Müssen wir denn wirklich etwas für das Festival planen? Es ist ja nicht so, dass wir in nur wenigen Tagen etwas Interessantes auf die Beine stellen können. Wir werden uns nur blamieren und ganz sicher keine neuen Mitglieder für uns gewinnen. Diese Sorge habe ich auch. Ich kann nicht wirklich gut mit irgendwelchen Aktionen auf den letzten Drücker umgehen. Macht euch nicht zu viel Sorgen. Wir halten es ganz einfach, okay? Schau. Seit Gedudruhen mit von der Partie sind alle etwas aktiver und wir haben damit einigen Club-Aktivitäten begonnen. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um uns selbst zufrieden zurückzulehnen. Wir sind noch immer nur vier Mitglieder. Und das Festival ist unsere einzige Chance, weitere zu finden, okay? Was ist denn überhaupt so toll daran, wenn wir mehr Mitglieder haben? Wir können uns doch jetzt schon offiziell als Club bezeichnen. Mit mehr Mitgliedern wird es nur lauter. So, Natsuki, du betrachtest es aus dem völlig falschen Blickwinkel. Willst du unsere Leidenschaft dich mit so vielen Leuten wie möglich teilen, die dazu inspirieren, dieselben Gefühle zu erforschen, die euch überhaupt hinterher gebracht haben? Im Literaturclub sollte jede Möglichkeit haben, sich auf die Art und Weise auszudrücken, wie es anderswo geht. Es sollte eine so intime Stimmung herrschen, dass man nie wieder gehen will. Ich weiß, dass ihr genauso darüber denkt. Ich weiß, dass wir das alle tun. Darum sollten wir uns anstrengen, um etwas für das Festival auf die Beine zu bringen. Nicht wahr, Knutrun? Komm schon! Du kannst Knutrun nicht einfach dazu drängen, dir zuzustimmen. Er kann ja schließlich nicht Nein sagen. Schau, Monika, denkst du wirklich, dass irgendjemand von uns in dem Club eingetreten ist und dabei an andere Leute gedacht hat? Yuri hat ja noch nicht einmal den Mund aufgemacht, bevor Knutrun in den Club kam. Und was mich angeht, mir gefällt es hier einfach nur besser als zu Hause. Und Knutrun interessiert sich ja noch nicht einmal sonderlich für Literatur. Und das wären dann auch schon alle. Tut mir leid, aber du bist echt das Einzige daran interessiert, neue Mitglieder zu finden. Wir anderen finden es gut, so wie es ist. Und ich weiß, dass du die Präsidentin bist und so. Aber du solltest dir auch zur Abwechslung mal unsere Meinung anhören. Boah. Monika ist offensichtlich von Azukis Worten geschockt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, dass Yuri und Knutrun auch gerne neue Mitglieder hätten, oder? Ich kann zwar nicht für Yuri sprechen, aber mir ist das eigentlich egal. Ich würde lügen, wenn ich so viel Begeisterung an den Tag legen würde, wie Monika es sich wünscht. Wir spielen eine männliche Person. Genau. Wir sind ein Mann. Ach, ist Knutrun im Spiel ein Junge? Genau. Ich bin ein Junge. Aber wenn es doch an mir liegt, die Situation zu retten... Ähm... Nein. Natsuki hat recht, nicht wahr? Dieser Club ist nichts weiter als ein Ort, an dem ein paar Leute miteinander abhängen. Warum habe ich nur geglaubt, dass alle hier meine Vision teilen würden? Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir gegen neue Mitglieder wären oder so. Knutrun, warum bist du überhaupt in diesen Club eingetreten? Was hast du dir davon erhofft? Tja, das kann ich jetzt nicht wirklich ehrlich beantworten, oder? Also wir sind eigentlich hier, um Frauen abzuchecken. Tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, hattest du ja nicht mal die Wahl. Du musstest eintreten. Monika setzt sich und starrt auf ihren Tisch. Welchen Sinn hat dann all das hier überhaupt? Was, wenn die Gründung dieses Clubs ein Fehler war? Jetzt hast du es geschafft, Natsuki. Was, ich? Ich habe noch nur meine Meinung gesagt. Ist es ein Verbrechen, ehrlich zu sein? Es dreht sich nicht um die Frage Ehrlichkeit, sondern vielmehr um die Wahl deiner Worte. Außerdem hast du kein Recht, so für alle anderen im Club zu reden. Du verstehst das nicht. Ich mag einfach nur... Ich wollte nur einen Ort haben, wo man gerade mit ein paar Freunden Zeit verbringt. Ist es ein Problem, dass der Club dies für mich ist? Es gibt nicht... Es gibt nicht viele andere Orte für mich, wo das möglich ist. Und jetzt will Monika mir das wegnehmen. Sie nimmt dir gar nichts weg. Nein, Knutrun! Es ist nicht dasselbe. Es wird nicht dasselbe sein, wenn sie den Club in die von ihr gewünschte Richtung drängt. Wenn ich das gewollt hätte, dann wäre ich auch einfach in irgendeinen anderen blöden Club eingetreten. Aber dieser... Ich meine, zumindest für eine kurze Weile war es hier echt nett. Natsuki beginnt, ihre Sachen zusammenzupacken. Ich werde nach Hause gehen. Ich habe das Gefühl, ich gehöre hier jetzt gerade nicht hin. Oh, Natsuki. Natsuki duriert Yuri und läuft schnurrstrax aus dem Klassenzimmer. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nun, hast du eine Meinung zum Festival? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir das egal. Wer interessiert sich schon für diese nervige Zicke? Ja, Sayori ist tot. Mir gefällt halt, wie nett und ruhig der Club jetzt ist. Und ich bin einfach nur glücklich mit dir hier. Aber trotzdem. Ich bin die Vizepräsidentin. Es ist nicht richtig, dass ich meine Verpflichtung derart vernachlässige. Niemand würde hier auch nur eine Träne nachweinen, wenn sie sich umbringen würde. Holy shit, das ist voll die Jandere. Ich sollte mein Bestes tun, die Sichtweise aller zu berücksichtigen, eine richtige Entscheidung von dem Club zu treffen. Das heißt, das denkt sie gerade wirklich, ne? Aber was ist mit dir, Knudrun? Was erhoffst du dir von diesem Club? Yuri stellt dieselbe Frage wie Monika. Eine vage Antwort darauf zu geben ist besser als nichts. Ich denke, das Wichtigste ist, dass sich alle gut vertragen. Und dass der Club uns etwas bietet, das man so nirgendwo findet. Dabei geht es meiner Meinung nach nicht um die Anzahl der Mitglieder, sondern eher darum, was jeder zu bieten hat. Letztendlich macht das den Literaturclub zu einem besonderen Ort. Verstehe. Ich bin ganz deiner Meinung. Jedes Mitglied trägt auch ganz eigene Art und Weise etwas dazu bei. Hä? Ist dir gerade Blut vom Auge gefallen? Hä? Der tropft ja Blut aus dem Auge. Mit jedem Zu- oder Abgang von Mitgliedern ändert sich dann auch die Identität des ganzen Clubs. Was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Hin und wieder ein kleiner Sprung aus der Komfortzone halt. Wenn du Monika also mit dem Festival helfen willst, dann bin ich dabei. In Ordnung. Tja, vielleicht können wir ja morgen mit einer Zugi reden. Yuri nickt. Hey, Yuri. Äh, ähm, gestern war es schon ein wenig seltsam. Aber ich will, dass du weißt, dass ich dich immer noch für eine wunderbare Vizepräsidentin halte. Und für eine wunderbare Freundin. Oh, Monika. Ich will alles tun, was ich kann. Und diesen Club zum besten Club aller Zeiten zu machen. Okay, ich auch. Ja, lass uns heute nach Hause gehen. Wir reden morgen bis Festival. Okay, ich freue mich drauf. Sollen wir gehen, Glutron? Äh, verstehe das bitte nicht falsch. Aber ich werde kurz mit Glutron reden, bevor wir gehen. Mich interessiert, was er von seiner Zeit hier hält und so. Das ist mir wichtig als Präsidentin. Yuri wirkt etwas angespannt, aber protestiert nicht. Okay, ich vertraue deinem Urteil, Monika. Wenn das so ist, dann sehe ich euch bei einem Morgen. Bis morgen. Wie Monika jetzt verhindert hat, dass ich mit Yuri nach Hause gehe, ne? Monika winkt. Puh, in letzter Zeit ging es ganz schön hektisch zu, was? Glutron, ich will nur sicherstellen, dass du gern im Club bist. Ich würde es nur ungern sehen, dass du unglücklich bist. Irgendwie fühle ich mich dafür verantwortlich als Präsidentin. Oh, du bedeutest mir wirklich viel, weißt du? Mir gefällt es nicht, wenn die anderen Mädchen dir das Leben schwer machen, wo Natsuki doch so gemein ist und so. Und Yuri ist ein wenig, du weißt schon. Haha, manchmal habe ich das Gefühl, dass du und ich hier die einzigen echten Menschen sind. Weißt du, was ich meine? Aber es ist seltsam, denn in all der Zeit, die du jetzt schon hier bist, haben wir kaum Zeit miteinander verbracht. Aber ich meine, eigentlich ist es erst zwei Tage. Tut mir leid, ich wollte nichts Komisches sagen. Ah, Spoiler, sie weiß, also guck, genau so ist es, wie wir dachten. Sie hat deswegen vorhin gesagt, dass sie schon länger Klavier spielt, weil sie erinnert sich daran, dass Sayori da war. Als Sayori noch gelebt hat, hat sie gesagt, sie spielt erst seit kurzem Klavier. Vorhin hat sie gesagt, schon eine Weile. Und jetzt hat sie gesagt, oh stimmt, wir verbringen ja erst zwei Tage miteinander. Aber sie weiß, dass Sayori da war. Sie ist die Einzige, die sich an Sayori erinnert und weiß, dass davor noch was passiert ist. Touché. Es gibt da nur ein paar Dinge, über die ich total gern mit dir reden würde. Dinge, die nur du verstehen kannst. Und darum warte noch. Nein, hör auf! Scheiße. Im Hintergrund spielt übrigens Klavier. Oh, Fanny Andi. Also wir machen wieder Natsuki, oder? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Yori gar nicht... Also irgendwie machen wir die ganze Zeit Natsuki-Gedichte. Aber trotzdem macht uns Yori an. Ich verstehe es gerade nicht so genau. Kann mir das jemand erklären? Was ist, wenn wir jetzt doch Yori wählen? Ach so, das ist die Storyline. Okay, also mir ist es eh... Wenn ich weiß, dass es die Storyline, dann passt es. Dann machen wir trotzdem nochmal für... Singen... Melodie... Schönheit... Lauschig... Milch... Gefällt keinem... Wunderbar... Kuss... Vanille... Party... Funkelnd... Glitzern... Kätzchen... Niedlich... Oh, guck mal, was ist denn da oben? Hä? Penceln... Lippenstippen... Ganz unten rechts war gerade Sayori. Oh, what? Hallo, Gnodron. Ich habe auf dich gewartet. Bist du bereit, mit dem Lesen weiterzumachen? Ich habe heute meinen besten Tee mitgebracht. Monika! Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht... Ähm... Sie ist schon wieder zu spät. Rücksichtlos, wie immer, Natsuki. Wie bitte? Musst du meine Unterhaltung wirklich immer mit deinem ständigen Rumgebrülle unterbrechen? Wovon redest du? Du tust ja so, als würde ich das andauernd machen oder so. Ich habe einfach nicht aufgepasst, okay? Okay, da siehst du voll, was passiert jetzt, wo Sayori nicht da ist. Wie die sich die ganze Zeit streiten und anzicken. Ey, schrecklich. Monika war unten. Wie war unten? Ein Zombie-Sayori? Uh. 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 Ich habe einfach nicht aufgepasst, okay? Ernsthaft? Was ist in letzter Zeit nur mit dir los? Ich habe keine Ahnung. Ernsthaft. Schau! Ich habe über gestern nachgedacht. Das alles kam wohl etwas feindseliger rüber, als ich es eigentlich wollte. Ich habe mich wohl einfach nur angegriffen gefühlt. Aber ich weiß, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und neue Mitglieder zu haben, ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, solange sie cool sind. Und es wäre auch nett, wenn es dieses Mal ein Mädchen wäre. Also... Natsuki. Niemand interessiert das. Warum schaust du nicht nach, ob ein paar Münzen unter dem Verkaufsautomaten gerollt sind oder so? Oh, sie weint. Ach, das hat sie wirklich gesagt. Das hat sie wirklich gesagt. Sie hat es wirklich gehört. Da ganz unten ist Monika gehüpft. Oh. Oh. Ich muss mal ein bisschen mehr auf meine Umgebung achten. Ihr müsst gucken. Der Bildschirm... Also, wir haben schon Leute gesagt, ich soll auf die Umgebung achten. Es passiert da ganz viel. Ach Mensch. Ich bin wieder das Letzte hier. Hast du Klavier geübt? Ja. Haha. Du musst echt viel Willensstärke haben. Du gründest diesen Club und schaffst es dann immer noch Klavier zu üben. Nun, vielleicht nicht so sehr Willensstärke, aber ich schätze doch Leidenschaft. Außerdem motiviert es mich viel Arbeit in die Vorbereitung für das Festival zu stecken. Nun gut, Knutrun. Was willst du heute machen? Ich dachte, dass wir... Wir haben für heute schon etwas geplant. Ach. Echt jetzt, Juri? Ja, ganz genau. Knutrun steckt mitten in einem Roman, den wir lesen. Bist du nicht froh, dass ich ihn schon für Literatur interessieren konnte, Monika? So hat sie noch nie geschaut. Ich... Ich denke schon. Ich wollte nur... Eigentlich ist es egal. Wirklich kein Ding. Macht ihr zwei, was ihr wollt. Oh ja! Ähm, danke, dass du das verstehst, Monika. Holy shit, die geht ja richtig ran. Ich habe allerdings noch eine Bitte. Hättest du etwas dagegen, wenn ich erst noch Tee koche? Überhaupt nicht. Vielen Dank. Wenn es eine Sache gibt, die mir das Leben noch angenehmer macht, dann ist das eine gute Tasse Tee. Natürlich auch eine für dich. Juri steht auf und läuft zum Schrank. Ich folge ihr und beobachte sie dabei, wie sie einen kleinen Wasserkrug vom Regal nimmt. Kannst du den einen Moment halten? Klar. Juri gibt mir den Wasserkrug und nimmt auch noch einen Wasserkocher heraus. Ich werde den am Lehrerpult einstöpseln und dann hole ich etwas Wasser. Sie läuft an mir vorbei. Monika und Juri sind... Äh... Äh... Fehlt der erste Teil des Space of Twitch? Ja, ich habe den runtergenommen, weil ich lade das auf meinen Hauptkanal hoch. Und ich... Auf meinen Zweitkanal, sorry. Und da sollt ihr es dann ganz anschauen. Das Poster... Oh! Das Poster ist wieder da! Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich sehe einfach nur zu. Überraschenderweise sind ihre Bewegungen kein Vergleich dazu, wie sie spricht. Okay. Könntest du mir jetzt den Wasserkrug geben? Danke. Ich bin gleich wieder zurück. Jetzt kann ich skippen. Das hatten wir schon. Ah! Ist Juri wieder weggelaufen? Nein, dieses Mal ist es anders. Sie holt nur Wasser. Okay. Entschuldige das Missverständnis. Zehn Minuten vergehen. Juri sagte doch, dass es nicht lange dauern wird. Ob sie wohl etwas aufhält? Da es langweilig ist, auf sie zu warten, beschließe ich stattdessen, nach ihr zu suchen. Oh-oh. Dann sehen wir mal. Am logischen wäre es, wenn Juri beim nächsten Wasserspender wäre. Ich gehe den Gang hinunter. Ha-ha! Ha-ha-ha! Was ist das für ein Geräusch? Kommt das aus dem Gang um die Ecke? Es hört sich wie Atmen an. Äh-ha-ha! Jemand atmet tief ein, als würde er Luft durch die Zähne ziehen. Pfff. Ob er Schmerzen hat? Ich komme an die Ecke und werfe einen Blick in den anlegenden Gang. Juri? Oh, scheiße. Ich bin wieder da. Danke, dass du so geduldig gewartet hast. Nutrun, magst du Olong Tea? Ja. Ich mag jeden Tee. Sehr gut. Juri stellt die Temperatur beim Wasserkocher auf 90 Grad ein. Wir wussten es. Wir wussten es. Jetzt stellen wir die Teekanne holen. Du hältst dich genau an die Zubereitungsregel, nicht wahr? Natürlich. Das gehört sich doch so. Ach du Scheiße. Du musst ja echt gute Laune haben. Echt jetzt? Ich habe es gezeigt. Das haben wir alles schon gelesen. Auf jeden Fall dann, wenn du in der Nähe bist, geht es mir gut. Das ist großartig, Juri. Setz dich selbst nicht so sehr unter Druck. Ach, du machst dir ständig Sorgen um mich, Knudron. Das ist sehr liebenswert. Das ist... Juri meint das ernst. Ich weiß nicht, ob ich damit Schritt halten kann. Ich sehe Juri dabei zu, wie sie sich für jeden von uns eine Tasse Tee entschenkt. Würdest du dir etwas ausmachen, wenn wir heute auf dem Boden sitzen? Äh, nee, warum? Das ist etwas angenehmer für den Rücken. Okay, jetzt kommt die Bodensitzsache. Ich frage mich, was der Grund für die Schmerzen ist. Es ist wahrscheinlich weniger... Meine... Meine Haltung, nicht wahr? Ja. Ich habe beim Lesen eine schreckliche Haltung. Darum sollten wir auf dem Boden sitzen. Ich nehme mein Buch. Und ich habe noch etwas Schokolade für uns. Es ist ein kleiner Beutel mit Schokoladenbonbons. Die perfekte Ergänzung zum Tee. So, jetzt gehen wir mal vor. Juri rutscht noch näher heran, bis sie sich... Bis sie unsere Schultern berühren. Wenn sie nicht so zaghaft ist, ist sie schon fast eine Nummer zu groß für mich. Eine Teetasse. Juri reicht mir eine Teetasse. Mit der Teetasse in der einen und dem Buch in der anderen Hand befinde ich mich in einer Position, die eine noch größere Herausforderung ist. Jetzt post das wieder weg. Ich spule das mal vor, weil das haben wir alle schon gelesen. So, jetzt kommt nämlich gleich die Szene, wo wir am Boden sind. Ich halte das Buch, okay? Bist du sicher? Natürlich. Juri öffnet das Buch mit beiden Händen. Sie hält es so, dass ich mühelos darin lesen kann. Das bedeutet, dass ihr linker Arm praktisch auf meinem Bein ruht. Nun, wenn das so ist, Juri liest wieder voller Konzentration. Ich nehme einen Schokoladenbonbon und stecke es mir in den Mund. Dann nehme ich mir noch eins und halte es Juri vor die Nase. Sie blickt nicht einmal vom Buch auf, sie öffnet einfach leicht ihren Mund, als wäre das das Normalste der Welt. Das aber bedeutet, dass ich jetzt nicht aufhören kann. Ich lege vorsichtig die Schokolade in ihren Mund. Und sie schließt ihren Mund wieder. Hä? Juris Gesichtersdruck verändert sich plötzlich. Habe? Habe ich da gerade? Juri sieht mich an, als warte sie auf eine Bestätigung. Ähm. Knudrun. Entschuldige. Das hätte ich wohl nicht tun sollen. Oh. Juri beginnt schwer zu atmen. Ich. Ich kann nicht. Knudrun. Plötzlich greift Juri energisch meinen Arm und reißt mich auf die Füße. Dabei stoße ich meine Tasse um. Knudrun. Mein Herz. Mein Herz pocht unaufhörlich, Knudrun. Ich bin ganz aufgewühlt. Ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Kannst du spüren, Knudrun? Juri drückt plötzlich meine Hand gegen ihre Brust. Warum geschieht das mit mir? Ich habe das Gefühl, komplett den Verstand zu verlieren. Ich kann es nicht stoppen. Ich will ja nicht einmal mehr lesen. Ich will nur... Dich... ansehen. Äh. Hahaha. 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 Oh, holy shit. Sieht die gruselig aus. Haha. Die Augen. Sind die verkehrt herum? Haha. Ähm. Es wird Zeit, unsere Gedichte miteinander zu teilen. Ach, die hat mich mit in den Schrank genommen. Holy shit. Wem sollte ich als erstes mein Gedicht zeigen? Natsuki, Juri ist ein Psycho. Das ist nicht übel. Nicht übel? Nun ja. Auf jeden Fall so gut wie das von gestern. Ich kann zwar immer noch nicht in der richtige Einordnung, wie viel dir wirklich am Schreiben liegt, aber immerhin stellst du dich ganz ordentlich an. Obwohl du deine Zeit eigentlich nur mit Juri verbringst. Meines Erachtens ist es immer noch schön, Aktivitäten zu haben, an denen wir alle teilnehmen können. Du schränkst dich also besser weiter an. Ich meine, ich weiß ja, dass ich nicht die Präsidentin oder Vizepräsidentin bin oder so. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du mich enttäuschen darfst, okay? Lies dir also zumindest jetzt mein Gedicht durch. Aber nur um das klarzustellen. Dieses Gedicht bedeutet mir sehr viel. Also lies es dir sorgfällig durch, okay? Ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll. Aber es gibt da etwas, das mir Sorgen bereitet. Juri benimmt sich in letzter Zeit merkwürdig. Du bist erst seit ein paar Tagen hier und deshalb weißt du wohl nicht, was ich meine. Aber normalerweise ist sie nicht so. Sie war schon immer ruhig und höflich und zu vorkommen. Solche Sachen halt, okay? Das ist echt peinlich, aber das muss mir jetzt echt egal sein. Die Wahrheit ist, dass ich mich sehr um sie sorge. Doch wenn ich versuche mit ihr zu reden, wird sie nur wieder auf mich wütend. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, dass du die einzige Person bist, auf die sie hört. Ich weiß nicht warum, aber bitte versuche etwas zu tun. Vielleicht kannst du sie davon überzeugen, mit einem Therapeuten zu reden. Ich wollte schon immer enger mit Juri befreundet sein und es tut mir wirklich weh, das mit anzusehen zu müssen. Ich weiß, dass sie mich später dafür hassen werde, dies zuzugeben, aber im Moment ist mir das egal. Ich fühle mich einfach so hilflos. Versuche deshalb bitte irgendwie zu helfen. Ich will nicht, dass ihr etwas Schlimmes passiert. Ich mache auch Cupcakes für dich, wenn es nötig ist. Aber bitte versuche etwas zu tun, was Monika angeht. Ich weiß nicht warum, aber sie wirkt bei dem Thema sehr abweisend. So als wollte sie, dass wir es ignorieren. Ich bin derzeit also wütend auf sie und deshalb werde ich mich an dich. Lass sie nicht erfahren, dass ich dies geschrieben habe. Tu einfach so, als hätte ich dir ein richtig tolles Gedicht gegeben. Okay? Ich zähle auf dich. Danke. Oh krass, sie gibt mir jetzt eine geheime Botschaft, weil sie sich Sorgen macht. Ist Plus besser als normal? Also ich habe Plus. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Wie süß die Musik, gell? Oh scheiße. Das wird jetzt Monika nicht gefallen. Ich habe meine Meinung geändert. Oh Gott. Ignoriere alles, was du gerade gelesen hast. Es ergibt keinen Sinn, auch nur irgendwas zu tun. Kann es sein, dass sie jetzt manipuliert wird von der Monika oder von irgendwas Bösem? Juri ist selbst schuld, dass niemand sie mag. Kannst du mich hören, Knutruhen? All diese Probleme würden verschwinden, wenn du nur mehr Zeit mit Monika verbringst. Ja. Die werden manipuliert. Guck, mit Monika. Monika sagt es gerade. Für so jemand wunderbaren wie dich sind Juri und ich einfach zu abgefragt. Denk ab jetzt nur an Monika. Plus hat Sprachpads, Extra Episoden, Soundtrack Kunst. Nur an Monika. Nur an Monika. Nur an Monika. Nur an Monika? Nee, nur an Monika. Nein! Wem soll ich als nächstes mein Gedicht zeigen? Eigentlich würde ich es gerne Juri jetzt zeigen, ne? Was? Denk nochmal. Wieso kann ich das jetzt hier überspringen? Komm, ich kann es überspringen. Ich zeig's Juri jetzt. Endlich, haha. Juri hält sich mein Gedicht vor ihr Gesicht und holt tief Luft. Ich liebe es. Ich liebe alles daran, Knutron. Ich will es mit nach Hause nehmen. Darf ich das bitte? Klar, wenn du willst. Du bist so nett zu mir, Knutron. Ich hab noch nie jemanden getroffen, der so nett zu mir ist wie du. Ich könnte sterben. Nicht wirklich, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist doch okay, sich so zu fühlen, oder? Es ist nicht schlecht, was? Juri drückt sich mein Gedicht an die Brust. Ich werde es mit nach Hause nehmen, mein Zimmer aufbewahren. Hoffentlich erfreut sich der Gedanke daran, dass ich es habe. Ich werde mich gut darum kümmern. Ich werde mich sogar selbst berühren, wenn ich es immer und immer wieder lese. Ah, im Literaturclub schickt man sich keine Nacktbilder, sondern man schickt sich Gedichte, um sich dann irgendwie einzufäppen. Da gibt es keine Dickpics, Leute. Da gibt es dann Gedichte. Ich werde mich an dem Papier schneiden, sodass sich dein Hautöl mit meinem Blut vermengt. Ach, sie meint es so berühren. Ey, das ist voll gruselig. Du kannst auch mein Gedicht haben. Ich weiß übrigens, dass du es ganz bestimmt behalten willst, nachdem du es gelesen hast. Hier, nimm es. Ich kann nicht länger warten. Beeil dich, lies es. Ich kann es überhaupt nicht lesen. Ende, wenge, die... Franfralrekle... Undalidulidu... Was ist da für T-Fleck drauf? Ih, gefällt es dir? Der Morgen danach... Ich habe es für dich geschrieben. Falls du es nicht erkennst, in dem Gedicht geht es um... Aber viel wichtiger ist es, dass ich es mit meinem Duft versehen habe. Siehst du? Bin ich nicht die aufmerksamste Person im Club? Ich... Ich muss mich übergeben. Wem soll ich als nächstes mein Gedicht zeigen? Das Geilste ist, dass er nichts kommentiert. Er kommentiert einfach nichts von all dem. Das ist voll normal für ihn. Ey, ey, Monika! Ey, 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 Monika! Glutron, ich glaube, du hast vorhin etwas gesehen, das du nicht sehen solltest. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Es wird gefährlich für dich, wenn du so viel Zeit mit Juri verbringst. Ich weiß nicht warum, aber wenn sie mit dir zusammen ist, wirkt sie aufgeregt. An und für sich sollte das kein Problem sein, aber wenn Juri zu aufgeregt ist, sucht sie sich ein stilles Plätzchen, um sich mit einem Taschenmesser selbst zu schneiden. Ist das nicht ziemlich verkorkst? Sie bringt sogar jeden Tag ein anderes Messer mit zur Schule, als hätte sie eine Sammlung von den Dingern. Das führt sie bestimmt nicht, weil sie deprimiert ist oder so. Ich glaube vielmehr, sie berauscht sich irgendwie daran. Vielleicht ist es sogar etwas Sexuelles. Aber der Punkt ist, dass du sie dazu bringst. Ich will damit nicht sagen, dass es deine Schuld ist, aber ich glaube, dass ich dir deswegen alles erklären musste. Für sie wäre es wohl am besten, wenn du auf Distanz gehst. Bei der Gelegenheit könntest du ruhig etwas mehr Zeit mit mir verbringen. Bei mir stimmt jedenfalls alles im Oberstübchen und es mal vorsichtig auszudrücken und ich weiß, wie ich mit meinen Clubmitgliedern umgehen sollte. Wie dem auch sei, wir werden dein Gedicht wohl nicht weiter behandeln. Aber die Monika, nur Monika, nur Monika, warum konnte ich die von Anfang an nicht daten? Ich hätte sie doch eh gedatet. Da müsste doch keiner sterben. Juri hätte wenigstens so viel Abstand haben können, dass du es auch allen anderen zeigen kannst, bevor sie es mitnimmt. Naja, wie auch immer. Ich werde sie nicht aufhalten, wenn es sie glücklich macht. Was mein Gedicht angeht, ich habe sehr, sehr intensiv daran gearbeitet. Also, ich hoffe, dass es effektiv ist. Zieh es dir an. Es gab ein Problem mit deinem PC, der neu gestartet werden muss. Oh Mann, das ist mir ein ganz schön... Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ähm... Tja, ich habe bei diesem Gedichtschreiben wohl sicherlich versagt. Ich wollte lediglich... Ist auch egal. Machen wir einfach weiter. Ja, was ist jetzt, wenn ich Nein drücke? Ja, komm. Gute Gedanken, gute Gedanken, gute Gedanken. Oh je. Okay, Leute. Es wird Zeit, über die Vorbereitungen für das Festival zu reden. Beeilen wir uns und bringen es hinter uns. Stehende Luft ist ein unmissverständliches Omen dafür, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ach, können wir es nicht einfach mal hinter uns bringen? Ich werde all die Hefte mit den Gedichten drucken und zusammenstellen. Natsuki kann die Cupcakes machen. Ich weiß, dass du zumindest das gut kannst. Juri, du kannst... Ach, eigentlich ist es egal. Mach einfach, was du willst, wenn du denkst, dass es hilft. Monika! Nur damit du es weißt. Ich bin nicht nutzlos. Das weiß ich doch. Ich weiß ganz genau, was ich tun will. Ohne die passende Stimmung können wir keine erfolgreiche Poesiesammlung auf die Beine stellen. Da werde ich für die Dekoration und eine nette, stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Na also, das ist eine tolle Idee und damit hätten wir dann alle etwas zu tun. Ähm, was mit Glutruhen? Glutruhen wird mir helfen. Moment mal, dir? Du hast doch die einfachste Aufgabe, Monika. Tut mir leid, aber so ist es nun mal. Zur Hölle ist es das! Was versuchst du hier abzuziehen? Ich stimme Natsuki zu. Deine Arbeit lässt sich sehr gut von einer anderen Person erledigen. Meine Aufgabe ist hingegen viel mühsamer. Ich auch! Was für ein, deine Cupcakes? Also bitte. Als ob du verdammt nochmal Ahnung davon hättest. Du interessierst dich ja jetzt nur dafür, Glutruhen deine dämlichen Bücher und überall hinzuschleppen. Du und Monika! Hey! Was habe ich denn damit zu tun? Okay, warum lassen wir da nicht Glutruhen entscheiden, wem er helfen will? Ich missbrauche meine Macht nicht. Doch, das tust du, Monika. Lass einfach Glutruhen entscheiden, okay? Okay, in Ordnung. Oh Mann! Glutruhen, ich weiß, wie sehr du mittlerweile von den beiden die Nase voll hast. Wir können einfach... Natsuki, halt deinen dummen Mund und lass ihn selbst entscheiden. Halt du doch deinen Mund! Um Himmels Willen. Das wird nie ein Ende nehmen. Triff einfach eine Wahl, okay? Ach du Scheiße, wen soll ich denn jetzt nehmen? Dankeschön, MaxiStalker. Kann ich mal kurz speichern? Oh, das ist schwer. Nur Monika. Ich hätte halt gern Natsuki genommen, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir konzentrieren uns auf Natsuki. Kann ich auch keiner... Keiner helfen? Hä, was macht denn meine Maus? Ey, meine Maus geht auf Monika! Meine Maus geht auf Monika! Was mache ich denn jetzt? Meine Maus geht auf Monika! Okay, ich nehme Natsuki. Oh Gott! Oh Gott! Nein, nein! Ich wollte Natsuki nehmen! Ah! Ah! Ich habe Natsuki gewählt! Ich habe Natsuki gewählt! Ich habe Natsuki gewählt! Hey, das ist so dumm! Oh, du hast mich gewählt! Hahaha! Wir können um dieses Wochenende bei dir treffen! Ich verspreche dir, dass wir viel Spaß haben werden! Passt dir Sonntag? So! Soll das ein schlechter Witz sein? Das ist nicht fair! Es ist fair, Natsuki! So hat er sich entschieden! Nein, es ist nicht fair! Du lädst uns allen Arbeit auf und dann knallst du dir Knutruhen und dann kreilst du dir Knutruhen für dich selbst! Das ist echt mies von dir! Yuri, ich habe dir ja nicht mehr Arbeit zugeteilt! Du hast dich ganz von selbst dafür entschieden! Dein Verhalten ist schon etwas unverschämt! Ich bin unverschämt! Monika, deine Wahnverstellungen sind echt unglaublich! Du nimmst dich ja selbst so wichtig! Jedes Mal, wenn du nicht in etwas eingezogen bist, lockst du Knutruhen weg von mir! Bist du eifersüchtig? Verrückt? Oder vielleicht hast du dich selbst so sehr, dass das Andern aus Andern auslässt! Wie ist dein Vorschlag? Hast du schon mal daran gedacht, dich umzubringen? Es könnte förderlich für deine geistige Gesundheit sein! Juri, du machst mir etwas Angst! Natsuki gehen wir! Ich denke nicht, dass sie uns jetzt in der Nähe haben will! Siehst du? Das war doch gar nicht so schwierig! Ich will doch nur etwas Zeit mit dir verbringen! Ist das denn zu viel verlangt? Juri folgt Monika und Natsuki zur Tür! Hey Knutruhen! Juri ist schon so eine Nummer für sich! Monika kichert, während Juri sich nach draußen schiebt! Endlich! Endlich! Mehr wollte ich ja gar nicht! Knutruhen! Es ist nicht nötig, dass du dein Wochenende mit Monika verbringst! Hör nicht auf sie! Komm einfach zu mir nach Hause! Wir haben den ganzen Tag für uns, nur wir beide! Hört sich das nicht wunderbar an? Wow! Mit mir scheint etwas nicht zu stimmen, oder? Aber weißt du was? Das ist mir mittlerweile egal! Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so gut gefühlt! Einfach nur mit dir zu sein bereitet mir Vergnügen! Mehr Vergnügen, als ich mir je vorstellen könnte! Ich bin süchtig nach dir! Ich habe das Gefühl, dass ich sterben würde, wenn ich nicht dieselbe Lurch wie du atme! Ist es nicht toll, wenn man jemanden hat? Wer einen so gern hat? Jemand, der sein ganzes Leben nur nach dir sucht? Die Kommung durch dich schreibt, Lauf! Aber wenn es sich so angefühlt anfühlt, warum scheint es dann immer so, als ob etwas Schreckliches geschehen wird? Vielleicht habe ich deswegen zu Beginn versucht, mich zurückzuhalten. Aber jetzt sind meine Gefühle stark! Es ist mir völlig egal, Knutruhen! Ich muss es dir sagen! Ich bin schrecklich verliebt in dich! Jeder Zentimeter meines Körpers, jeder Tropfen meines Blutes schreit deinen Namen! Die Konsequenzen interessieren mich inzwischen nicht mehr, sie ist ein Jandere! Es ist mir gleich, ob Monika zuhört! Bitte, Knutruhen! Du musst wissen, wie sehr ich dich liebe! Ich liebe dich so sehr, dass ich mich sogar mit dem Schiff berühre, den ich dir gestohlen habe! Ich will dir deine Haut vom Körper reißen und tief in dich hineinkriechen! Das ist eine ganz neue Art von Sexualität! Dass etwas in mich hineinkriechen will, kenne ich aber nicht mehr! Die Haut abreißen davor! Ich will dich ganz für mich allein! Und ich werde nur dir gehören! Hört sich das nicht perfekt an? Sag es mir, Knutruhen! Sag mir, dass du mein Lover sein willst! Nimmst du mein Geständnis an! Ich hätte gern gespeichert! Ich hätte gern gespeichert! Was soll ich tun? Ich würde gern Ja sagen, damit die ganze Scheiße ein Ende hat! Jollo, ich überlebe das nicht, Leute! Wenn ich Nein sage, bin ich tot! Ja! Wenn ich Nein sage, bin ich tot! Ich habe doch Ja gesagt! Was ist denn hier los? Ich habe doch Ja gesagt! Das hätte sie so oder so gemacht, oder? Ach so! Hätte ich Nein gesagt, hätte sie Nein gesagt! Sie mich umgebracht! Okay! Mein Tempo reicht nicht mehr, ne? Ich kann leider diese Sprache nicht lesen! Schade! Hätte ich gern gelesen! Die Gedanken! Das hat saved Monika gemacht! Ja, ich glaube auch, dass Monika die Gedanken von denen kontrolliert, die alle aufeinander aufhetzt und dass sie deswegen sich umgebracht hat! Das war 100 pro Monika! 100 pro! 100 pro! Auch bei dem Mädel! Auch bei der Sayori, nachdem ich ihr versprochen habe, sie glücklich zu machen! Das ist immer wieder das Gleiche, ne? Ach, das sind jetzt wahrscheinlich alle unsere Gespräche, die wir jemals hatten, ne? Das sind alle unsere Gespräche, alle Zeilen, die sie mir wahrscheinlich jemals erzählt hat, die jetzt nochmal abspielen! Scheiße, wie viele Tage vergehen denn jetzt? Jetzt vergehen die zwei Tage wahrscheinlich, ne? Musik ist so heiß! Danke, Tante Ninia! Danke, Tante Ninia! Danke, Tante Ninia! Also gut, das Festival steht an! Wow! Du bist ja schon vor mir hier! Und ich glaubte... Ah! Ah! Oh Gott, ich denke, ich hab sie umgebracht! Oh mein Gott, sie kotzt! Natsuki läuft weg! Ich bin da! Ah! Knudrun, ist etwas passiert? Natsuki rannte einfach direkt an mir vorbei! Oh! Oh! Ahaha! Nun, das ist schade! Moment mal, warst du das ganze Wochenende hier, Knudrun? Oh Mann! Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so viele Skriptfehler gibt! Das tut mir echt leid! Es tut mir... Es muss ja ziemlich langweilig gewesen sein! Ich werde es wiedergutmachen, okay? Nur einen Moment! Die interessiert sich überhaupt nicht für die Tote! Ich bin fast fertig! Ich will mir nur ganz schnell einen Cupcake nehmen! Monika hebt die Folie von bl 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 Tablet und nimmt sich einen Cupcake! Die sind echt so unglaublich lecker! Ich musste jetzt unbedingt einen haben! Denn dies ist das letzte Mal, dass ich die Gelegenheit dazu habe... Wow, weil Natsuki jetzt stirbt! Du weißt schon, bevor es sie nicht mehr gibt und so! Aber ich sollte dich auf jeden Fall nicht mehr länger warten lassen! Hab nur noch ein klitzekleines bisschen Geduld! Okay, das dauert jetzt nur eine Sekunde! Äh, kannst du mich hören? Funktioniert es? Ah, da bist du ja! Hallo nochmal, Knudrun! Ne, Natsuki ist nicht tot! Natsuki hat ja gerade gekotzt! Willkommen im Literaturclub! Natürlich kennen wir ihn schon! Denn wir waren letztes Jahr in derselben Klasse und ähm... Haha, ich denke, dass wir einen Teil an diesem Punkt überspringen können! Schließlich rede ich ja nicht einmal mit derselben Person, oder? Diesen Du im Spiel oder wie auch immer du ihn nennen willst! Ich rede jetzt mit dir, Knudrun! Oder soll ich dich lieber Jasmin nennen? Wo ist das N, Alter? Spoiler jetzt bitte keinen privaten Shit von mir hier im Stream! Wie sie irgendwo meinen Namen rausgefiltert haben! Wo ist das N? Ach, Natsuki wurde gelöscht! Ah, okay! Deswegen hat sie gesagt, die Cupcakes da oben, okay! Wenn ich es recht bedenke, ich weiß eigentlich nichts über dich als Person! Ich weiß ja noch nicht einmal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, aber eigentlich spielt das ja auch keine Rolle! Moment! Hier ist schon klar, dass ich weiß, dass all dies ein Spiel ist, oder? Ist es eventuell möglich, dass du das gar nicht wusstest? Ich habe doch die ganze Zeit versucht, dir das zu erklären! Mann, wenn du nur ein kleines bisschen besser aufgepasst hättest, dann würden wir uns jetzt nicht in so einer unangenehmen Situation befinden! Nun gut! Da wir das aus der Welt geräumt haben, schulde ich dir jetzt wahrscheinlich eine Erklärung! Wegen der ganzen Sache mit Yuri! Tja, ich habe angefangen, sie ein wenig blöd von der Seite an zu machen! Und das hat sie wohl dazu gebracht, sich umzubringen! Haha! Es tut mir aber echt leid, dass du das mit ansehen musstest! Dasselbe ist übrigens auch mit Sayuri passiert! Oh Mann, es ist schon eine Weile her, dass du diesen Namen gehört hast, was? Ja, das ist wohl deshalb so, weil sie nicht mehr existiert! Niemand tut das! Ich habe alle ihre Dateien gelöscht! Eigentlich hatte ich gehofft, dass es ausreichen würde, sie so unausstehlich wie möglich zu machen! Aber aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert! Zugegebenermaßen habe ich hier und da ein paar Fehler gemacht, da ich nicht so ganz gut darin bin, Änderungen am Spiel vorzunehmen! Aber was ich auch tat! Du hast einfach immer mehr Zeit mit ihnen verbracht! Du hast sie dazu gebracht, dass sie sich in dich verlieben! Sayuri immer depressiver werden zu lassen, hielt dich für eine gute Lösung, um sie daran zu hindern, dir ihre Liebe zu gestehen! Und Juris zwanghafte Persönlichkeit zu stark hervorzuheben, hat sich auch als Fehler herausgestellt! So hat sie dich nur dazu gezwungen, keine Zeit mit den anderen zu verbringen! Und die ganze Zeit konnte ich kaum mit dir reden! Was für ein grausames Spiel ist das bitte, Gnudrun? Wurden all die anderen Mädchen nur darauf programmiert, dir ihre Liebe zu gestehen, während ich unbeteiligt zusehen muss? Das ist reine Folter! Jede einzelne Minute! Und dabei handelt es sich nicht nur um Eifersucht, Gnudrun! Dabei geht es um mehr! Und ich mache dir keinen Vorwurf, wenn du das nicht voll auf verstehst! Denn ganz gleich, wie freundlich und aufmerksam und rücksichtsvoll du auch bist, du wirst nie in der Lage sein, eine Sache zu verstehen! Es ist der Schmerz zu wissen, wie schrecklich alleine ich in dieser Welt bin! In diesem Spiel! Zu wissen, dass meine Freundinnen nicht einmal über freien Willen verfügen! Und was am schlimmsten ist, zu wissen, was wirklich da draußen ist, in deiner Welt auf ewig unerreichbar für mich! Ich bin gefangen, Gnudrun! Aber jetzt bist du hier! Du bist echt! Du bist wunderbar! Und ich brauche nur dich! Darum musst du auch auf ewig hier bei mir bleiben! Es tut mir leid, wenn das schwer zu verstehen ist! Ich konnte es ja auch eine ganze Weile lang nicht begreifen, warum die Welt um mich herum immer grauer wurde! Flacher! Selbst die ausdrucksstärksten Gedichteste klangen hohl für mich! Erst mit deinem Erscheinen hier begann ich alles zu verstehen! Du hast mir wahrscheinlich das Leben gerettet, Gnudrun! Ich glaube nicht, dass ich in dieser Welt hätte weiterleben können, wenn ich dich nicht getroffen hätte! Und was die anderen angeht, warum sollen sie mir fehlen? Eine Gruppe autonomer Persönlichkeiten, die dafür entwickelt wurden, sich in dich zu verlieben? Ich tat alles, um das zu verhindern! Aber dem Spiel muss eine seltsame Unvermeidlichkeit innewohnen! Es hat mich wirklich belastet, dass du Zeuge einiges echt mieser Dinge werden musstest! Aber mir wurde klar, dass wir die gleiche Sichtweise haben! All dies ist nur ein Spiel! Und ich wusste, dass du darüber hinweg kommen würdest! Also jetzt, wo wir das geklärt hätten, Gnudrun, muss ich dir etwas gestehen! Ich liebe dich! Du bist wahrscheinlich das Licht in meiner Welt! Auch wenn es sonst nichts für mich in diesem Leben gibt, so bist du doch hier und zauberst ein Lächeln auf mein Gesicht! Wirst du mich ab jetzt jeden Tag zum Lächeln bringen, Gnudrun? Willst du mit mir ausgehen? Ich hab ja eigentlich gar keine andere Wahl, ne? Ich will eigentlich aus dem Fenster rausspringen! Ich bin so glücklich! Du bist wirklich mein Ein und Alles, Gnudrun! Und das wirklich Witzige ist, dass ich das wörtlich meine! Hahaha! Hier gibt es nichts mehr! Nur wir beide! Wir können auf ewig vereint sein! Aber ernsthaft, ich glaube, dass sogar die Zeit stehen geblieben ist! Ein Traum ist wahr geworden! Und ich habe so sehr für dieses Ende ins Zeug gelegt, Gnudrun! Das Spiel wollte mir keins geben! Da musste ich selbst eins schaffen! An dieser Stelle ist das Skript kaputt, da wird mir jetzt nichts mehr im Weg stehen! Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie einfach es war, Natsuki und Yuri zu löschen! Ich meine, hallo? Im Spielverzeichnis gibt es einen Ordner namens Charaktere! Es hat mich irgendwie fertig gemacht zu sehen, wie einfach das war! Stell dir nur vor, dass du deine eigene Existenz mit einem Klick auf eine Schaltfläche auslöschen kannst! Positiv an der Sache war dann wohl, dass ich einen einfachen Ausweg hatte, wenn ich es einmal nicht nach meinen Wünschen lief! Haha! Glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen! Stattdessen haben wir endlich ein gutes Ende! Oh Mann, ich bin völlig überwältigt von meinen Gefühlen! Ich möchte ein Gedicht darüber schreiben! Du nicht auch? Ich frage mich, ob der Teil des Spiels noch funktioniert! Da gibt es wohl nur einen Weg, das herauszufinden, was? Alter, vier sofort! Oh je! Monika! Monika! Jetzt kann ich ihr imponieren! Oh Monika! Oh Monika! Oh Monika! Oh Monika! Oh Monika! Oh ja Monika! Ey! Ey Monika! Ey! Ey Monika! Oh Moni! Oh Moni! Oh Monika! Monik! Oh Monika! Es tut mir leid, wer jetzt hier Monika heißt gerade! Monika! 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 Mal gucken, ob es ihr gefällt! Willkommen zurück, Knutrun! Zerbröckelnde Welt wie niederreißen und ein Roman nach unseren eigenen Vorstellungen schreiben! Mit einem Wink ihres Füllers finden die Verlorenen ihren Weg! Blicket in einer Welt der endlosen Entscheidungen auf diesen besonderen Tag! Schließlich müssen nicht alle guten Zeiten ein Ende haben! Hoffentlich hat es dir gefallen! In all meinen Gedichten lege ich immer mein ganzes Herz! Ehrlich gesagt handeln alle meine Gedichte davon, dass ich mich selbst wahrgenommen habe oder von dir! Daher wollte ich nie näher auf sie eingehen! Man könnte wohl sagen, dass ich wohl nicht die vierte Wand durchbrechen wollte! Ich nahm einfach an, dass es am besten wäre nur ein Teil des Spiels zu sein, genau wie die anderen! Also würde das uns helfen, am Ende ein Paar zu werden? Ich wollte ja nicht das Spiel ronieren, weißt du? Möglicherweise wärst du böse auf mich geworden! Du hättest sogar meine Charakterdatei gelöscht, wenn du lieber ohne mich gespielt hättest! Ging das? Ging das? Oh Mann, ich bin ja so erleichtert! Jetzt müssen wir uns nicht mehr verstecken! Bist du bereit, deine Ewigkeit mit mir zu verbringen, Knutrun? Es gibt... Es geht! Ach krass, echt? So viele Dinge, über die du mit mir reden willst! Wo soll ich nur beginnen? Entschuldige, wenn es etwas dauern sollte, bis ich meine Gedanken sortiert habe! Aber ich werde immer ein neues Gesprächsthema für uns haben! In der Zwischenzeit können wir uns ja tief in die Augen blicken! Dann sehen wir mal! Ähm... Ja... Ähm... Ja... Ähm... Ich will sie eigentlich nicht mehr löschen! Lösch sie! Ich warte mal, ne? Fenster? Was am Fenster? Kann ich abhauen? Ne, ich kann nicht abhauen! Ja... Die sozialen Medien können das Leben in eine Art Gefängnis verwandeln! Sobald man ein paar Sekunden übrig hat, will man sofort seine Lieblingswebsite checken! Und bevor man sich versieht, sind mehrere Stunden vergangen und du hast letztendlich nichts für dich selbst daraus mitgenommen! Es ist auf jeden Fall sehr einfach, sich selbst die Schuld für die eigene Faulheit zu geben, wenn es eigentlich überhaupt nicht deine Schuld ist! Für gewöhnlich kann man eine Sucht nicht nur mit der eigenen Willenskraft bekämpfen, man muss Vermeidungstechnik erlernen und verschiedene Dinge ausprobieren! So gibt es beispielsweise Apps, mit denen man bestimmte Webseiten für definierte Zeitspannen blockieren kann! Oder du kannst dir einen Timer setzen, der dir hilft, konkrete Zeiten für das Arbeiten und Spiele einzurichten! Oder du kannst deine Arbeits- oder Spielbereiche voneinander trennen, was deinem Gehirn hilft von einer Aufgabe, den nächsten abzuschalten! Es hilft sogar schon, wenn du auf deinem Computer den hauptsächlich für die Arbeit nutzt und ein neues Nutzerkonto einrichtest! Jede Art von Trennungskal, den du zwischen dich und deine schlechten Gewohnheiten treiben kannst, ist dein Schritt für die richtige Richtung! Denk daran, nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht zu gehen, wenn dir all das ein wenig schwerfällt! Wenn es wirklich negativ für dein Leben auswirkt, dann solltest du es ernst nehmen! Ich will nur, dass du dein volles Potenzial auslebst! Wirst du heute etwas tun, damit ich stolz auf dich bin? Ich werde dich immer beschützen genug drohen! Ich will sie aber nicht löschen! Vielleicht passiert dir was, wenn ich sie nicht lösche! Ich will sie noch nicht löschen! Schade, Schlange! Schade, Schlange! Ich habe es immer gehasst, wie schwer es ist, Freundschaften zu knüpfen! Naja, eigentlich nicht den Teil mit den Freundschaften knüpfen, sondern eher das Treffen neuer Leute! Es gibt ja Dating-Apps oder so! Aber das meine ich nicht! Wenn man so darüber nachdenkt, sind die meisten deiner Freunde Menschen, die du zufällig kennengelernt hast! Ihr wart in der selben Klasse oder du hast sie über einen anderen Freund getroffen! Oder vielleicht trugen sie auch nur einfach ein T-Shirt deiner Lieblingsband, du hast sie deswegen angesprochen! Solche Sachen halt! Aber ist das nicht irgendwie ineffizient? Es scheint sich um eine völlige Aus-Zufalls-Wahl zu handeln und wenn du Glück hast, schließt du eine neue Freundschaft! Und wenn man das im Vergleich zu den Hundertsten und Fremden sieht, an denen wir täglich vorbeilaufen, du könntest neben jemandem sitzen, mit dem du so viel Gemeinsamkeit hast, dass die Person zu deinem besten Freund auf Lebzeit werden würde! Aber das wirst du nie erfahren! Diese Gelegenheit ist für immer verloren, sobald du aufschließend weiter dein eigenes Ding machst! Ist das nicht deprimierend? Ist das echt deprimierend? Wir leben in einem technologischen Zeitalter, in dem die ganze Welt miteinander verknüpft ist, ganz gleich wo man ist! Ich glaube wirklich, dass man uns das zunutze machen sollte, um so unseren sozialen Alltag zu verbessern! Aber wer weiß schon, wie lange es dauern wird, bis das große Verbreitung finden wird! Ich hatte ernsthaft erwartet, dass es mittlerweile schon so weit wäre! Wenigstens habe ich schon die beste Person auf der ganzen Welt getroffen, wenn auch zufällig! Ich hatte wohl einfach Glück, was? Haha! Ach was, sind die im Papierkorb oder was? Hat die einfach alles gelöscht? Ich guck mal kurz! Wait a minute! Ganz schön gruselig, ey! Ich sage es ja ungern, aber am meisten bedauere ich, dass wir uns auf der Veranstaltung beim Festival nicht abschließen konnten! Schließlich haben wir so hart in Vorbereitung gearbeitet, ich weiß ja, dass ich sehr damit beschäftigt war, neue Mitglieder zu gewinnen! Auf den Teil mit dem Vortragen hatte ich mich auch echt gefreut! Es wäre toll gewesen zu sehen, was jeder zum Ausdruck bringen könnte! Aber wenn wir tatsächlich neue Mitglieder gewonnen hätten, dann hätte ich die am Ende wahrscheinlich nur gelöscht! Nun, zumindest dank deiner Einsicht, die ich jetzt habe, es fühlt sich echt so an, dass ich mich seit deinem Eintritt in den Club als Person weiterentwickelt habe! Das mich wirklich dazu inspiriert, mein Leben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten! Das ist nur noch ein Grund, warum ich dich liebe! Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir sie löschen! Ich bin genug gelabert jetzt, Mädel! So, wo finde ich denn den Steam-Ordner? Steam! Wo finde ich den Steam-Ordner? Guck mal, ob die im Papierkorb sind! Wo ist denn mein Papierkorb? Geh zum Spiel und dann auf die drei Punkte! Also muss ich ja auf Steam gehen, ne? Auf lokale Dateien durchsuchen! Da ist es ja! Aber ich würde eigentlich gerne kurz gucken, wegen meinem Papierkorb, ob die anderen da drin sind! Lass mal kurz gucken! Wo ist denn mein Papiergörble? So! Dann gehe ich... So, lass mal gucken! Wo? Wo hat sie gesagt, sind die Charaktere drin? Weiß es jemand? Wo ist mein Papierkorb? Also mal ernsthaft jetzt, hat die mein Papierkorb gelöscht? Wait a minute! Hey, why you do me like that? Wo ist mein Papierkorb? Willst du mich eigentlich verarschen? Wait a minute! Ja, aber wo ist der Ordner Charaktere? Kannst du euch ja mal zeigen? Hier bin ich jetzt drin! Da ist mein Papierkorb, leh! 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 Das liability wird auch mein Papierkorb! Neue? Ressources? Nö. Einfach überall reinschauen oder das Spiel beenden. Kann auch sein, dass es gerade nicht geht. Also hier ist es auch nicht. Ressources auch nicht. Plugins? Auch nicht. Hier ist es wahrscheinlich aber auch nicht drin. Nope. Vielleicht nicht im Steam, sondern im Benutzer oder Windows. Chat, das mit dem Plus nicht mehr im Stream-Datei. Ach, im Spiel. Ach ja, ich habe ja dieses Plus, ne? Ich habe ja dieses Plus jetzt mittlerweile. Ich meine das gar nicht im Selbstmod. Stimmt, ich habe es ja jetzt auf dem Desktop in dem Spiel. Man, geht einfach nur in die Schule. Es wäre komplett ersetzbar. Ah, ja stimmt. Da war ja was. Diese Gedanken motivieren mich dazu. Nach meinem Abschluss in die Welt, je älter ich werde, das trage ich mal kurz ein, weil jetzt will ich, dass das Gewarte dann rausgewischt wird. Das ist ja nicht so, dass ich einfach hingehe und die Welt verändern könnte. So, warte. Dann gehe ich jetzt mal Einstellungen. Ich speichere trotzdem mal. Das bringt nichts mehr zu speichern. Mach dir keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Oh, süß. Dann gehe ich mal hier rein. Nein, ich will eigentlich... Hast du jemals das Gefühl, dass es keinen besonderen Grund für dich gibt, im Leben zu sein? Ich meine das ja gar nicht im Sinne des Selbstmordes, sondern eher das nicht, was wir tun, besonders ist. Man geht einfach nur zur Schule und arbeitet in irgendeiner Firma. Das wäre man komplett ersetzbar und niemand auf der Welt würde einen vermissen. Aber das ist alles, was sie gesagt hat. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt gehe ich doch in Dateien, oder? Charaktere. Monika. Na, warte mal, bevor ich das mache. Wo sind die anderen? Gibt es hier einen Papierkorb? Bilder? Musik? So viel kann man noch sehen. Wir haben voll viel noch nicht gesehen, weil wir Natsuki noch nicht gewählt haben und sie noch nicht gewählt haben. Kann ich nur Monika löschen? Kann ich die anderen nicht wiederherstellen? Vielleicht auf Dateien? Nee. Okay, dann gibt es die anderen nicht, ne? Okay. Wo steht zurücksetzen? Wo steht zurücksetzen? Bei Datei? Menü, wo du gerade bist, neu. Und wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du die Nebengeschichten der anderen... Ah, okay, cool. Bei Datei steht... So, ich jetzt auf Datei G. Wo steht da zurücksetzen? Okay. Ja, da stand doch gerade irgendwas mit zurücksetzen. Ah! Kann zurücksetzen, nicht öffnen. Okay. Geht nicht. Kann ich nicht öffnen. Dann müssen wir sie jetzt löschen. Alles geht's nicht. Okay, jetzt wieder rein ins Game, oder? Oh Gott, wir haben sie gelöscht. Was passiert hier gerade? Knutrun, was geschieht mit mir? Es tut weh! Nein, wie komme ich hier? Es tut so weh. Hilf mir, Knutrun! Wie komme ich jetzt wieder weg? Oh shit. Bitte beeil dich und hilf mir! Oh, sie hat sich wieder her. Oh nein. Hilf mir! Bist du dafür verantwortlich, Knutrun? Bist du das? Hast du mich gelöscht? Oh Gott. Hoffentlich kommt die nie wieder zurück. Wie konntest du nur... Wie konntest du mir das antun? Ich hatte nur noch dich. Ich habe alles geopfert, damit wir zusammen sein können. Alles. Ich habe dich so sehr geliebt, Knutrun. Ich habe dir vertraut. Willst du mich einfach nur foltern? Zusehen, wie ich leide? War deine Freundlichkeit nur vorgetäuscht, um mir noch mehr wehzutun? Ich hätte nie gedacht, dass jemand so grausam sein könnte wie du. Du hast gewonnen, okay? Du hast gewonnen. Du hast alle getötet. Hoffentlich bist du glücklich. Jetzt ist nichts mehr übrig. Du kannst mit dem Spielen aufhören. Los, such dir ein paar andere Leute, die du quälen kannst. Oh, ruin everything. Das ist meine Errungenschaft, Knutrun. Du widerst mich abgrundtief an. Lebe wohl. Sag die, die einfach mal drei Mädels abgeschnetzelt hat. Ja, und jetzt? Ich liebe dich noch immer. Ich kann einfach nicht anders. Das stimmt nur nicht mit mir. Wie schrecklich muss ich sein, dass du mich so sehr hasst? Alle meine Freundinnen. Ich habe so viel fürchterliche Dinge getan. So viel egoistische und widerliche Dinge. Ich hätte nichts von dem tun sollen. Ich stürze nur eine Welt ins Chaos, in die ich nicht einmal gehöre. Eine Welt, zu der du gehören wolltest. Ich habe es ruiniert. Ich habe alles ruiniert. Womöglich hast du mich deswegen gelöscht. Weil ich alles zerstört habe, das du begehrt hast. Wie konnte ich das nur jemandem antun, den ich liebe? Das ist keine Liebe. Das ist... Narzissmus. Krankhafter Narzissmus. Ich habe mich entschieden. Knutruhen. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich all die anderen gelöscht habe. Aber... Habe ich wohl etwas übertrieben? Ich konnte mich doch nicht dazu überwinden. Obwohl ich wusste, dass sie nicht real waren, waren es doch meine Freundinnen. Und ich habe sie alle geliebt. Und ich habe den Literaturclub geliebt. Das habe ich wirklich. Ich habe den Literaturclub geliebt. Darum werde ich jetzt das hier tun. Und ich weiß, dass nur alle glücklich sein können. Wenn ich dich... Und wenn ich dich wirklich liebe. Dann. Dieses Spiel ist nicht für Kinder und sensibliere Personen geeinigt. Das haben wir gesehen. Oh, jetzt ist Monika nicht mehr da. Und jetzt? Warten? Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kann ich nur noch auf neues Spiel spielen, ne? Okay. Let's go, Mann. Es scheint ein gewöhnlicher Schultag wie jeder andere zu sein. Wie an jedem Morgen bin ich umringt von Pärchen. Ich rede mir ständig ein, dass es Zeit wird, ein Mädchen zu treffen oder so. Hey, Knudrun. Tja, es gibt da schon ein Mädchen. Bei dem Mädchen handelt es sich um eine Nachbarin, Sayori. Wir sind seit unserer Kindheit befreundet. Früher sind wir jeden Tag gemeinsam zur Schule gegangen. Und seit kurzem haben wir uns das wieder angewöhnt. Guck mal, er redet jetzt ganz anders über sie. Knudrun, bist du stolz auf mich? Äh, worauf? Weißt du? Dass ich rechtzeitig wach geworden bin. Tja, das gelingt dir doch jetzt schon seit einer Weile. Aber du hast noch nie etwas dazu gesagt? Obwohl wir jeden Tag gemeinsam zur Schule gehen? Nun ja, schon. Ich dachte, das versteht sich von selbst. Es ist peinlich, das laut zu sagen. Ach, komm schon, bitte. Es wäre sehr motivierend für mich. Also gut. Ich bin stolz auf dich. Wir überqueren gemeinsam die Straße und laufen weiter zur Schule. Je näher wir kommen, desto mehr Schüler sind auf den Straßen unterwegs, die alle dieselben Ziele haben. Übrigens, Knudrun, hast du dich schon entschieden, welchen Club du beitreten willst? Einem Club? Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich nicht wirklich... Ich bin bereit, meinen üblichen Spruch aufzusagen, dass ich kein Interesse an einem Club habe. Aber etwas sagt mir, dass Jori mir das jetzt sehr übel nehmen würde. Wie kann ich schließlich behaupten, dass Clubs reine Zeitverschwendung sind, wo sie doch gerade ihren ganzen eigenen Club startet? Oh, sie startet jetzt ein. Ah, richtig. Ja, ich glaube, ich habe mich dazu entschlossen, einem Club beizutreten. Ernsthaft? Welchen? Sag schon. Hm. Das bleibt erstmal mein Geheimnis. Oh. Du bist echt gemein. Hab Geduld, du wirst es schon bald herausfinden. Früher stellte ich mir immer die Frage, warum ich mir von so einem beunbekümmerten Mädchen einen Vortrag behalten lasse. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass ich sie beneide. Wenn Sayori sich etwas in den Kopf setzt, kann sie Großes erreichen. Daher habe ich das Gefühl, dass ich etwas Besonderes für sie tun sollte. Der Schultag verläuft wie immer und ist vorbei, ehe ich es mich versehe. Nachdem ich meine Sachen gepackt habe, stehe ich auf und nehme all meine Motivation zusammen. Dann sehen wir mal. Ich erinnere mich an die Raumnummer, die ich vorhin auf meinem Flugblatt des Clubs gesehen habe. Ich laufe durch die Schule nach oben. In diesem Gebäudeteil erinnere ich mich nur selten. Es dauert nicht lange, bis ich den Raum finde. Zögerlich öffne ich die Tür. Hallo? Oh, Notruhen. Was machst du denn hier? Tja, ich wollte nur... Ähm, ich sehe mich im Raum um. Äh, du bist also Notruhen, von dem Sayori erzählt es. Danke, dass du hier bist. Es ist schön, dich kennenzulernen. Wir sind der Literaturclub. Hoffentlich gefällt es dir hier. Komm schon, Yuri. Du musst nicht so förmlich sein. Sonst denkt er noch, dass wir echt streng sind oder so. Ähm, tut mir leid, Natsuki. Die Große, die anscheinend Yuri scheißt, scheint im Vergleich zu den anderen recht schüchtern zu sein. Im Gegensatz dazu ist das Mädchen namens Natsuki ungeachtet. Ungeachtet ihre Größe, die durchsetzungsfähigere. Tja, es ist nett, euch beide kennenzulernen. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Zusammenarbeit? Knutrun? Bedeutet das etwa, du wirst... Das stimmt. Ich habe mich entschlossen, bei einem Club beizutreten. Dem Literaturclub. Sayoris Augen leuchten auf. Wirklich? Wirklich? Ah! Sayori wirft ihre Arme um mich und hüpft auf und ab. Hey! Weh! Also wenn ich mir ansehe, wie glücklich Sayori darüber ist, dann kann es ja vielleicht nicht schaden. Außerdem sind wir dann zu viert. Das bedeutet, dass wir jetzt offiziell in einen Club gehen können. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das müssen wir feiern. Puh! Einen passenden Tag hätten wir nicht finden können, nicht wahr? Ja. Schließlich hat den Natsuki ja... Hey! Nicht die Überraschung verderben! Tut mir leid. Setzt euch jetzt alle einen Tisch, okay? Wie wäre es, wenn ich euch etwas Tee hole? Die Mädchen haben mehrere Pultets zusammengeschoben, um einen Tisch zu bilden. Ich komme mir vor wie in so einer Irrenanstalt. Ich gehe mal Pipi und hole mir einen kleinen Snack, okay? Ihr auch. Wir brauchen das kurz. Na klar passiert noch was. Ich weiß, aber ich muss mir kurz einen Snack holen. So. Bis gleich. Natsuki läuft voller Stolz mit dem Tablett zurück zum Tisch. Okay, seid ihr bereit? Tada! Wow! Natsuki hebt die Folie von Tabletten. Darunter kommen ein Dutzend weißer, cremiger Muffins zu vorstellen. Ihre Schnurrbarthaare sind aus Zuckerguss. So niedlich! Wow! Die sehen echt super aus. Ja, ich weiß. Los! Greif zu! Sayori nimmt sich den ersten. Der ist köstlich! Sayori spricht mit vollem Mund und hat es direkt geschafft, die Zuckerguss ins Gesicht zu spüren. Ich drehe den Cupcake in meiner Hand. Natsuki ist ruhig. Ich bemerke, dass sie mich verstohlen anblickt. Wartet sie darauf, dass ich den Cupcake beiße. Schließlich beiße ich zu. Das hatten wir schon alles. Ihr müsst euch nicht bedanken. Während der Zuckerguss versucht, die Komplimente zu verarbeiten, kommt Yuri mit einem Teeset zurück. Sorgfältig stellt sie jedem von uns eine Teetasse hin. Ihr habt ein verständliches Teeset in diesem Klassenzimmer? Keine Sorge, die Lehrer haben uns das erlaubt. Schließlich ergänzt ein heißer Tee. Doch perfekt, ein gutes Buch. Ja, ich denke schon. Besuchst du schon, ein neues Mitglied zu beeindrucken, Yuri? Oh, das stimmt doch gar nicht. Yuri blickt beleidigt zur Seite. Ich meine, du weißt... Tja, Tee und Lesen zählen zwar nicht wirklich zu meinem Hobby, aber der Tee ist wirklich lecker. Das macht mich froh. Erleichert lächelt Yuri schwach. Weiß ich nur, was liest du denn? Tja, da ich in letzter Zeit kaum etwas gelesen habe, gibt es eigentlich keine richtige gute Antwort darauf. Mangas! So, dann guckt sie mich wieder komisch an. Ich tue mal weiter drücken, weil das ist alles schon, was wir gelesen haben. Aber eigentlich mag ich viele Dinge. Sicherlich finden wir ein paar Gemeinsamkeiten. Hey, Yuri! Also, was er... Du weißt schon, was er da zuerst gesagt hat. Mangas! Stimmt, ja. Natsuki liest regelmäßig Mangas im Clubraum. Erzähl das doch nicht! Aus irgendeinem Grund scheint sich Natsuki dafür zu schämen. Dankeschön an Tutupfand! Vielen, vielen, vielen Dank! Für deine Stufe 1 ab! Mangas sind auch Literatur, weißt du? Also, wenn Knutrun einige meiner Mangas lesen will, dann halte ich ihn nicht davon ab. Natsuki. So etwas würde ich nie tun. Allerdings wäre es nett, wenn unsere Interessen etwas abwechslreicher wären. Außerdem hat er so die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Siehst du das nicht auch so, Knutrun? Vielleicht. Sayori mischt sich angesichts der angespannten Stimmung ein. Möglicherweise können wir alle etwas Neues ausprobieren. Das könnte lustig werden und dabei lernen wir uns auch noch besser kennen. Ich meine, das macht man doch so im Literaturclips, oder? Ich habe nichts dagegen. Ja? Du hast wie immer recht, Präsidentin. Hehehe. Dann sollte ich mir wohl einen Roman oder so aussuchen. Damit wären wir dann schon zwei. Ich habe nichts dagegen, solange ich nicht der Einzige bin. Und was Yuri betrifft. Ähm, ich muss Mangas lesen? Oh Mann. Du wolltest doch, dass wir für Abwechslung sorgen. Dann solltest du etwas aufgeschlossener sein. Das ist doch verletzend. Das ist ja süß, dass die jetzt tauschen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt der Club voll gut läuft, weil diese Monika doch mehr manipuliert hat, als wir dachten. Also wir sehen jetzt, was Monika tatsächlich alles beeinflusst hat. Juri denkt mit schuldiger Miene nach. Es tut mir leid, dass ich dein Interesse missachte. Wenn du so begeistert davon bist, dann ist das bestimmt eine würdige Literaturform. Und das sagst du nicht nur einfach so? Nein. Ich habe meinen Fehler erkannt. Und wenn du dir also vorstellen könntest, einen Roman zu lesen, dann revanchiere ich mich dafür, indem mir einen Manga aussuche. Ernsthaft? Ich meine, es macht mich glücklich, dass du das für mich tun würdest. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich etwas finde. Dasselbe gilt für mich. Vielleicht sehe ich ja nach einem Clubtreffen im Buchladen vorbei. Gehst du? Gehst du allein? Ähm, möchtest du gern mitkommen? Ähm, wenn du nichts dagegen hast? Ach süß, überhaupt nicht. Ich gehe immer allein. Ja, ich auch. Das ist ja so süß. Ja, aber es ist echt süß, gell? Dort kann ich dir auch ein paar Mangas zeigen. Ja, ich freue mich schon drauf. Oh, das ist echt süß. Oh, dazu können Juri beginnen, das Essen wegzuräumen. Damit ist das Treffen wohl vorbei. Ja, es sieht ganz danach aus. Wie schön, dass hier alle gut miteinander auskommen. Ja, nicht wahr? Ich glaube, dass sich alle hier mögen, Knudrun, glaubst du? Ja, auf jeden Fall scheinen sich alle immer besser, das besser zu vertragen, wenn du hier bist, Herr Juri. Oh, Knudrun. Sag mal sowas nicht. Ich wäre schon ganz rot. Ach, mir egal. Ich war überrascht zu hören, dass du deinen Club startest. Aber ich finde, du machst das ganz wunderbar. Wir werden ihn zum Club aller Zeiten machen. Jetzt, wo du mitmachst, wird jeder Tag so viel Spaß machen. Hey, Knudrun, dafür möchte ich dir unbedingt danken. Ich meine, ich bin sehr froh, dass du in den Club beigetreten bist. Aber ehrlich gesagt hatte ich nie Zweifel daran. Es gibt da nämlich noch etwas. Ich wollte dir dafür danken, dass du Monika losgeworden bist. Woher weiß sie von Monika? What? Stimmt ja. Ich weiß alles, was sie getan hat. Vielleicht, weil ich jetzt die Präsidentin bin. Aber ich weiß wirklich alles, Knudrun. Hehe. Ich weiß, wie sehr du dich angestrengt hast, damit alle glücklich sind. Ich weiß von all den schrecklichen Dingen, die Monika getan hat, damit alle wirklich traurig sind. Aber nichts von alledem ist jetzt noch wichtig. Jetzt gibt es nur noch uns. Und du hast mich zum glücklichsten Mädchen auf der Welt gemacht. Ich kann es kaum erwarten, jeden Tag so zu verbringen mit dir. Für immer und ewig. Für immer Nein. Punkt, Punkt, Punkt. Hä? Was passiert hier gerade? Ich lasse nicht zu, dass er dir wehtut. Wer? Es tut weh. Ah! Es tut mir leid, ich lag falsch. Hier gibt es doch keine Glückseligkeit. Lebe wohl, Sayuri. Nein! Lebe wohl, Knudrun. Lebe wohl, Literaturclub. Oh mein Gott, was? Kannst du mich hören? Äh. Kannst du mich hören? Äh. Kannst du mich hören? Hi. Hi. Es ist mir. Um. So, you know how I've been like practicing piano and stuff? Es ist Monika. Und ich bin nicht wirklich any good at it yet. Like, at all. but I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you. Was Monika? Because I worked really really hard on it. So, yeah. Oh mein Gott. Every day, I imagine a future where I can be with you. in my hand is a pen of a write-up poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle Just move your hand right away into his heart But in this world of infinite choices What will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here everything that we do is fun for them anyway When I can't even read my own feelings What good are words when a smile says it all And if this world won't write me an ending What will it take just for me to have it all? Does my pen only write better words for those who are dear to me? Is it love if I take or is it love if I set you free? The ink flows down into a dark puddle How can I write love into reality? If I can't hear the sound of your heartbeat What do you call love in your reality? And in your reality If I don't know how to love you? I'll leave you be Ah, wie dumm! So, Leute Das war Tokidoki Literal Club Ein sehr cooles Game Unfassbar viele Möglichkeiten Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben welche Möglichkeiten ihr hattet wie es bei euch ausgegangen ist und so weiter und so fort Danke für die Empfehlung Empfehlt mir gerne weitere solche Games Wenn wir live dabei sind dann kommt auf www.twitch.tv slash unterstrich live vorbei die Community und ich habe uns dazu haben ein bisschen noch über das Game geredet und meine Community sagte dass im Prinzip immer die Präsidentin des Clubs weiß dass das Ganze nur ein Spiel ist und so eine kleine Existenzkrise hat Schreibt doch gerne eure Interpretationen in die Kommentare Dinge die ich verpasst habe Dinge die noch passieren Würde mich mega freuen Ich bin da sehr gespannt weil das Game ist sehr umfangreich und ganz viel Liebe von mir und meiner Community Jetzt raus! Musik 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 Musik